So, heute im Tech Talk 43. Ich erfahr dir warum IPv4 Adressen bald mehr wert sind als Gold und wir verraten euch wie ihr schneller aus eurem Handyvertrag wieder rauskommt. Das Ganze gibt es wieder wie immer nach dem Teaser. Bis gleich. Folge 43, wir sind wieder für euch da, vielleicht heute ein bisschen anders und wir waren schon lange weg und nein, ich bin nicht ins China-Restaurant gezogen, falls ihr jetzt das denkt. Das ist einfach jetzt der Umbaumaßnahmen geschuldet, aber da gibt es auch noch ein paar Updates, die gibt es aber am Ende. Wir haben nämlich am Ende nochmal ein paar so organisatorische Geschichten. Wir wollen jetzt keine Zeit vergeuden und wollen erstmal einsteigen, wie immer, mit unserer Umfrage der Woche und wir haben euch abstimmen lassen. Wir wollten ja mal wissen, wie viele Leute von euch in der IT sind und wie viele eigentlich so hobbymäßig nur, also nur ITler sind. Ja, man darf das ja nicht so abwertend sehen, das ist ja nur, weil jemand das nicht als Beruf hat, heißt ja nicht, dass er sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Und blöd ist nur, das Ganze ist 50-50 ausgegangen. Also 50% haben abgestimmt, jo, ich mache das als Hobby und 50% machen das ja in einem Beruf. Was ich auch interessant finde, dass null angegeben haben, dass es aktuell eine Ausbildung ist. Also ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen Hobby-ITler dann doch interessant, vielleicht das doch mal beruflich zu machen. Dann haben wir euch gefragt, welche Koalition ihr euch wünschen, ihr merkt schon, die Umfrage ist ein bisschen älter, Koalition ihr euch wünschen würdet. Und das ist auch interessant, weil wir haben niemanden, der geglaubt hat, dass es eine große Koalition wird, ist ja auch nicht geworden, aber 0% große Koalition. Und dann gibt es noch eine interessante Konstellation, weil die Ampel ist gar nicht mal so deutlich. Also bei der Ampel haben wir nur, warte mal, wie viel haben wir hier? Bei der Ampel haben wir nur 71%, also 29% sagen, sie hätten lieber eine Jamaika-Koalition gehabt. Das sind wahrscheinlich die ganzen libertären Leute, die hier zugucken, die ich immer so anziehe hier. Die hätten wahrscheinlich eher lieber eine Jamaika-Koalition gehabt. Naja, jetzt haben wir die Ampel, jetzt müssen wir damit leben. Aber ich glaube, das ist bis jetzt nicht mal so verkehrt gelaufen. Also es hätte schlimmer kommen können, sind wir mal ehrlich. Gut, dann hat er Tobi für euch noch. Wir haben diesmal wenige Zuschauer-Kommentare, aber das ist ja auch nicht so wild. Dann Tobi, Zuschauer-Kommentare oder Fragen? Naja, Kommentare beziehungsweise Fragen, da haben wir einmal Hashtag Foxes Acuties. Keine Ahnung, was damit gesagt werden soll, aber ja, die sind relativ niedlich. Ja gut, oder so. Allerdings, wenn damit die Tiere gemeint sind, Leute, die Viecher stinken wie Sau. Zerstört die Illusion nicht. Woher weißt du das? Videos, Internet-Videos. Mit Geruchsübertragung natürlich. Nein, witzigerweise mal ein YouTube-Deep-Dive von irgendeinem Typen, der hier zoologisches Zeug klabert. Okay. Aber ich hänge eh viel zu viel im Inneren drum. Ich berg schon, ja, ja. Und ganze Fuchs und so. Ich habe keine menschlichen Kontakte. Oder wie der Berliner sagt, was weh ist der Fuchs. Dann zu einer weiteren Frage, bevor wir uns hier schon wieder verlabern. Könnt ihr mal euer Equipment veröffentlichen? Mich würde mal interessieren, welche Technik hinter dem Podcast steckt. Ansonsten, wie immer, guter Podcast. Du musst dieses Mal aufgrund der Länge fast eine ganze Woche daran hören. Ja, mal gucken. Wir versuchen uns heute kurz zu fassen. Aber wir müssen einiges aufarbeiten. Ja, können wir machen. Also ist auch ohne Witz geplant. Das war sogar geplant für den Relaunch der Website. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, in der letzten Folge haben wir den Relaunch angekündigt. Wir haben jetzt eine neue Website. Und da soll es eine Seite geben, wo auch allgemein mal das Kameraequipment, also was wir jetzt hier nicht aktiv beim Podcast benutzen. Aber wenn wir mal wieder in zehn Jahren irgendwann mal auf eine Messe kommen und vorher nicht alle ausgerottet wurden, dann könnte man das auch verwenden, das Equipment, was hier überall in Schränken verstaut ist. Und deswegen, das wird man dann auf jeden Fall auch mal in eine Liste packen. Ne, ist geplant, aber ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, wie es der Zuschauer annimmt. Und was man da vielleicht noch sagen kann, wer noch nicht auf der Webseite vorbeigeguckt hat, also ich habe jetzt auch mein Setup, beziehungsweise, wie heißt es im Internet-Jargon so schön, mein Rig aktualisiert. Da ist die Hardware der einzelnen Rechner immer zu sehen. Genau, das sollte man vielleicht noch sagen. Das ist ein guter Hinweis. Das ist schon auf der Webseite. Also wer zum Beispiel mal auf die Webseite geht, da gibt es auch eine Crew-Seite, wo wir uns alle vorstellen. Und da hat jeder ein Profil. Und ich meine, dass jeder von uns eigentlich, auch die Leute, die hier nicht jedes Mal dabei sind, wie Felix und so, dass die auch alle ihr Profil aktualisieren. Da steht auch drin, was für ein Rechner, CPU und so weiter. Ich muss bei mir mal irgendwie mal wieder einen Bullshit-Text reinstellen. Genau, aber da könnt ihr dann auch die Leute direkt übers Profil grüßen, wenn ihr Bock drauf habt. Könnt ihr da auch mal reingucken. Nee, aber kursofferu.com, also für die Leute, die noch nie auf unserer Website waren, da könnt ihr euch auch registrieren. Da gibt es ein Forum und einige nette Sachen. Guckt da mal vorbei. Und wie gesagt, da gibt es auch immer so ein paar Sachen, die noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, als wir das hier in der Audio-Version oder auch in der Video-Version zeigen können. Ja, dann war noch so eine Geschichte, da wollte ich einfach nochmal kurz drauf eingehen. Wir hatten ja so Predictions gemacht, oder was heißt Predictions? Aber wir haben das letzte Mal gesagt, hier mit Corona, ich weiß noch, in der letzten Folge haben wir diskutiert, 3G am Arbeitsplatz wird nie kommen, weil der Arbeitgeber, und ich kann mich noch daran erinnern, ja, der Impfpass und so, das ist der Datenschutz und es geht ja niemandem was an, da kann ich mich noch daran erinnern, ja, was haben wir jetzt? Wir haben 3G am Arbeitsplatz, wir haben 3G in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wir haben 2G, 2G+, also es ist irre, wie schnell sich sowas ändern kann und auch wie schnell scheinbar Gesetze angepasst werden können und da wollte ich einfach nur nochmal kurz das Ganze erwähnen, also so kann man falsch liegen, aber nicht, dass es jetzt falsch versteht, dass es irgendwie, dass ich jetzt sage, hier, alles schlimm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, jetzt mache ich mich gleich richtig beliebt, ich bin aber auch kein Freund von der generellen Impfpflicht, also in bestimmten Bereichen sehr sinnvoll, aber nicht generell, da werde ich mir jetzt auch Freunde einhandeln, glaube ich, aber gut, das ist so und ja, also es wird sehr interessant noch, also ich glaube, wir werden noch einiges erleben, auch jetzt mit Herrn Lauterbach, um das Vorgespräch nochmal anzugreifen, es wird interessant, weil er ist ja doch eher Team Vorsicht, drücken wir es mal so aus und ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es sehr für Lockerungen ist und so weiter und jetzt auch mit dieser, wie heißt die, Omikron, heißt die so? Ja, ich glaube schon, ne? Aber mit der Omikron-Variante wird das natürlich auch nochmal alles interessant, also ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr irgendwann mal wieder einen Zustand erreichen, wo alles relativ normal wird, also das wäre ja wünschenswert und ja, das Thema ist ganz schwierig. Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe es auch schon mal angedeutet, ich bin ja geimpft und ich habe auch kein Problem damit, aber ich glaube halt schon, dass es vielen Leuten jetzt ziemlich, ja, auf den Geist geht, das ganze Thema und dieser indirekte Zwang, aber was willst du machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir kriegen das nicht mehr anders in den Griff, ist einfach so. Wenn man es halt mit Intelligenz und Bildung nicht schafft, muss man es halt mit Gewalt machen. Tja, ja, es ist, ich meine, ich sage mal so, es ist halt schwierig, den Leuten, sag ich mal, oder die, anders gesagt, die Leute, die du siehst, die gegen eine Impfung sind, die meisten, die sind einfach schlecht oder komplett falsch informiert, von der falschen Seite. Das sind ja meistens Leute, die sind total verunsichert und ich weiß nicht, ob das gut kommt, wenn du jetzt mit der Keule sagst, so, du impfst dich jetzt. Man muss natürlich auch unterscheiden, es gibt ja auch wieder die Geschichte mit dem, ja, die Leute werden aus den Häusern gezerrt zum Impfen. Das ist ja auch völliger Quatsch. Also das wäre ja dann Impfzwang, also da möchte ich auf gar keinen Fall zurück. Da bin ich viel zu liberal, dass ich sage, also das war eine der dunkelsten Zeiten in Deutschland, wo Leute irgendwie aus den Häusern gezerrt wurden und dann mit irgendwelchen medizinischen Behandlungen unterzogen wurden. Aber so eine, sag ich mal, eine scharfe 2G-Regelung in Deutschland, glaube ich, ist sinnvoller als eine generelle Impfpflicht. Also wenn ich jetzt, dann hast du immer noch Leute, die sagen, hey, ich wohne hier in Timbuktu irgendwo auf einem Kaff in einer Einsiedlerhütte und ich sehe alle halbe Jahr eine Person vielleicht, mein Postbot, dass solche Leute halt dann sagen, joa, ich will mich nicht impfen lassen, das ist aus meiner Sicht legitim. Geh mal davon aus, ihr habt da eine andere Meinung, aber ist aus meiner Sicht legitimer, als zu sagen, ja, hier, jeder muss und wenn man nicht spurt, dann 250 Euro oder was dann, ich glaube, noch viel mehr, 2500 oder keine Ahnung. 2600 irgendwie so, keine Ahnung. Also ziemlich viel auf jeden Fall ist da ein Gespräch. Und ich finde es auch interessant, dass selbst die Virologen die meisten sich gegen eine Impfpflicht aussprechen. Die sagen, hey, sowas muss ohne Gewalt passieren und ohne krassen Druck und so weiter. Aber da kann ja jeder anderer Meinung sein. Ich glaube, der Tobi ist auch anderer Meinung, oder? Eher weniger. Ich weiß, auf was du hinaus willst, weil du bei mir immer davon ausgehst, dass ich hier aufgrund von höherer Gefährdung da ein bisschen das andere sehe. Aber da bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig der anderen Meinung. Das Problem ist halt, ja, es wäre halt ganz gut, wenn sich alle impfen lassen würden. Aber das ist halt, wie bei vielen Themen, genug Dumme gibt es immer. Und das Problem ist halt, ich sehe es halt eher kritisch, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Leute impfen lassen. Oder du musst sie impfen lassen, sonst gibt es größere Probleme. A, wie willst du es durchsetzen? Also willst du dann wirklich bei allen möglichen den Impfpass kontrollieren lassen, was halt auch kompletter organisatorischer Bullshit ist? Das Einzige, was halt wirklich wäre, über den Arbeitsplatz, wobei das in meinen Augen nicht zu rechtfertigen ist. Also ich kann jetzt sagen, du kriegst nur eine Stelle, wenn du geimpft bist oder gegen alles oder was geimpft bist. Das ist komplett Wahnsinn. Ja, aber das passiert ja jetzt auch schon. Ja, leider. Also es ist ja schon so, dass Firmen gesagt haben, ich glaube, Google hat es gesagt, nur noch, wenn du 2G bist, dann darfst du ins Büro kommen. Die andere Sache ist halt auch wieder, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn es halt nicht über Vernunft geht, muss es halt irgendwie über Druckungen und andere Mittel entstehen. Es bleibt halt meistens immer nicht viel übrig und man sieht ja, dass das Ganze nicht unbedingt alles immer so glimpflich ausgeht, wie es vielleicht manche Leute behaupten. Das ist ja das Nächste. Also ich bin ja da wirklich auch sehr zwiegespalten. Ich bin ja, wissen ja viele mittlerweile in vielen Sachen sehr liberal und libertär teilweise. Aber das Problem ist halt, wo dann eben, oder der Punkt ist halt gekommen, wo man sagen kann, okay, es sind so viele Leute gefährdet. Und wenn ich mir wirklich mal auch so Erzählungen anhöre von Leuten, die betroffen waren. Also wir haben hier eine befreundete Familie, da hatte die Familie Corona wirklich alle und das schon in der Zeit, wo es noch keine Impfung gab. Also man kann nicht sagen, ja, da hätten sie sich halt mal impfen lassen, sondern da gab es noch keine Impfung. Das war im April 2020. So, der eine Sohn hat lustigerweise kein Corona bekommen. Scheinbar gutes Immunsystem, whatever. Ich möchte mich jetzt auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, weil sonst heißt es wieder, ja, wenn jeder ein gutes Immunsystem hat, dann braucht man nicht impfen. Was ja viele Verschwörungstheoretiker auch sagen. Sondern der hatte nichts, so, aber Vater, Mutter, Tochter waren infiziert und die Mutter hat jetzt auch Long Covid. So, und man muss auch sagen, wenn man sowas hat, dann ist es schon wirklich kein Spaß. Also das ist eine Frau, die stand mitten im Leben, die war auch nicht irgendwie, dass sie jetzt sonderlich eine Risikogruppe angehört hat, aber sie hatte einen milden Verlauf, aber mit Long Covid. So, jetzt im Nachgang. Und das immer noch, jetzt 2021. Und das ist wirklich scheiß Geschichte. Also mit wirklich Konzentrationsstörungen, mit keinem Geschmack mehr. Also sie hat immer noch nicht den vollen Geschmackssinn wieder zurück und muss immer noch wieder kämpfen, dass sie überhaupt wieder richtig arbeiten kann. Das muss man sich mal geben. So, und das ist halt einfach eine schwierige Geschichte. Plus auch Leute, ich habe mir jetzt neulich eine Doku angeguckt, da waren auch Leute in so einem Reha-Zentrum oder was auch immer das ist für Long Covid. Das ist kein Spaß, da sind Leute dabei, die können teilweise nicht mal mehr eine Treppe hochlaufen. Das ist einfach so. Und teilweise, und was halt auch wirklich schockierend ist, auch Schüler dabei, 15-Jährige, 14-Jährige, die wirklich Probleme haben jetzt, ernsthafte Probleme, sich zu konzentrieren. Da war ein Jugendlicher, der ist früh aufgestanden. Ja, nach der Dusche musste er sich erst mal zwei Stunden ausruhen, dass der überhaupt wieder was machen konnte. So, und das müssen sich halt diese Leute auch mal überlegen. So, und deswegen ist für mich echt schwierig mittlerweile. Für mich ist mittlerweile so ein Punkt, wo ich sagen muss, es kotzt mich einfach nur noch an. Ich will jetzt nicht hier mit der Keule und möchte sagen, hier, ihr müsst euch alle unbedingt impfen lassen und so weiter. Schwierige Sache. Aber ich möchte einfach den Leuten, die hier zuhören oder zuschauen, einfach nochmal sagen, denkt nochmal drüber nach, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe es gemacht und ich weiß ja, ihr habt es ja auch schon hinter euch. Und wir haben keine Nebenwirkungen, keine größeren gehabt und nichts. Ich kann nur nochmal berichten. Also bei mir war es einfach nur, ich war müde und ich hatte so die klassische Impfbeschwerden am Arm halt, so ein bisschen, man spürt, dass da was war, so. Ähm, aber mehr hatte ich auch nicht. Oder hattet ihr irgendwelche krassen Nebenwirkungen? Ne, also ich hatte, ich hatte, hatte Muskelkater aus den Niederhöllen, aber das, äh, bei der zweiten. Aber das, äh, ist jetzt nichts, was man, also. Ihr hattet auch Biontech, oder? Ja, und ich habe auch nächste Woche, wenn ich mich richtig erinnere, noch einen Booster, weil, ne? Ja, gut. Ja, ja, gut, äh, Booster, äh, wird ja auch, das ist ja auch so irre, jetzt ist bald, äh, das regt mich halt auch auf, da kriege ich einen Hals, ähm, im BR war eine Virologin aus, von der, ist es die LMU in München, oder wie heißt die? Genau. TU gibt's und die LMU. Egal, irgendwas von. Technische Universität und die Ludwig-Maximier-Universität. Ludwig-Maximier-Universität. Keine Ahnung, von, von den Universitäten war das eine, Virologin, und die hat gemeint, sie versteht nicht, warum. Warum, dass alles so falsch kommuniziert wurde, eigentlich war von Anfang an klar, dass es drei Impfungen braucht, wie bei den ganzen anderen Sachen, äh, dass das wirkt. So, warum jetzt allerdings die Scheiß-Politiker, sorry, aber das muss ich so sagen, weil es mich ankotzt, den Leuten weismachen wollten, mit einer einzigen Impfung seid ihr raus. Das verstehe ich nicht. Wenn man gleich von Anfang an kommuniziert hätte und hätte gesagt, Leute, wir brauchen da wahrscheinlich zwei, drei Impfungen, damit euer Körper darauf eingestellt ist, wie es auch bei, äh, Masern oder was es da alles gibt. Zecken, FSMI. Genau, wie es, wie es da auch ist, so, dann hätten viele Leute vielleicht auch gar nicht so, äh, die Panik bekommen, weil sie gesagt hätten, yo, ist doch alles gut, äh, das hätte für noch mehr Akzeptanz gesorgt. Dafür gab es ein Hin- und Her-Schwurbeln mit, eure Freiheit bekommt ihr wieder zurück, wenn ihr geimpft seid, das bekommt ihr zurück oder wie auch immer. So, die Leute wurden da wirklich von der Politik verarscht, genauso wie mit dem Impfzwang. Da sagt der Spahn, stellt sich hin und sagt, ja, also bei mir wird es keinen Impfzwang geben oder keine Impfpflicht geben, Impfzwang, sorry, falsch, Impfpflicht geben. Mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Wie viele Politiker haben das gesagt? Auch die FDP hat das gesagt. So, was kommt jetzt die Impfpflicht? So, warum sage ich dann nicht klipp und klar, wir müssen was erreichen, wenn wir das erreichen, eine Durchimpfung von, was weiß ich, was nahezu 100 Prozent ist, so 90 Prozent oder irgendwie sowas, dann brauchen wir das nicht. Das zeigen andere Länder, wie zum Beispiel Portugal zeigt es auch, äh, dass die zum Beispiel keine Impfpflicht brauchen, weil die Leute einfach so gut durchgeimpft sind, dass sie sagen, die paar hundert Leute, die ja keinen Bock drauf haben oder die es nicht können oder whatever, egal, weil wir so gut durchgeimpft sind oder Dänemark auch, ähm, das macht mich einfach rasend sowas. Ja, da kann ich wieder, da steige ich mal wieder auf meine Seifenkiste hier und da wurde halt mal wieder Zukunft auf dem Altar der Wiederwahl geopfert. Wahrscheinlich. Und das, äh, hat man halt, oder hab ich jetzt zumindest, was ich über mein Leben immer so über die Politik mitbekommen hab, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das öfter mal passiert. Leider. Also, die Wahl war einfach schlecht. Die Wahl hätte nicht sein dürfen dieses Jahr. Das war einfach... Die andere, die andere Frage ist, wie wär's gewesen, wenn wir nicht die Wahl gehabt hätten, aber... Ja. Ja, also, ich glaube, ähm, lasst es uns mal in den Kommentaren wissen, wie ihr drüber denkt. Ist ein schwieriges Thema und, ähm, es ist einfach nur noch nervig und, ähm, ich, ich muss halt sagen, ich will einfach die Normalität so schnell wie möglich wieder zurückhaben. Ja, was halt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, äh, zumindest, äh, zu dem, zu dem Problem mit dem nervig hinzukommt. Ich hatte's ja auch in der Pre-, äh, also in der Pre-Pre-Show schon mal, dass mittlerweile die Fronten einfach so verhärtet sind, dass du teilweise mit den Leuten auch nimmer reden kannst. Oder auch in gewisser Weise schon fast nimmer reden willst, weil dir diese Diskussionen so runtergeleitet auf den Keks gehen und du teilweise auch, also, immer wieder dieselben Argumente hast, obwohl man die widerlegen kann, aber auf die Argumente nicht eingegangen wird. Ja. Und das ist dann, also, da kann ich genauso gut mit der Wand vor mir reden und da kann ich mir wenigstens noch, macht dann noch mehr Spaß, da kann ich mir wenigstens vorstellen, dass die mir vernünftig drauf antwortet. Ja, das ist, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das, äh, wirklich mittlerweile extrem anstrengend und ich bin ja, wie gesagt, jemand, ähm, der nicht für eine Impfpflicht ist, aber ich bin halt auch der Meinung, dass sich halt die Leute wirklich mal drüber informieren sollten. Ähm, es gibt sehr viele Gründe dafür, also allein, wenn man sich mal anguckt, das Thema, äh, mit Long-Covid, das will, glaube ich, niemand haben. Ähm, egal, äh, wie gesund, äh, man ist, weil das Argument ist ja auch schon gefallen in meinem Bekanntenkreis, ich bin ja so gesund, ich bin Sportler, ähm, auch solche Leute erwischt und, ähm, dann das Thema mit den Nebenwirkungen ist auch, äh, irgendwie ein bisschen, äh, Quatsch. Aber da wurde so viel in der Kommunikation einfach falsch gemacht, äh, dass die Leute so wahnsinnig verunsichert sind und diese beinharten, äh, Impfgegner, die du angedeutet hast, Tobi, die, und die vielleicht noch Verschwörungstheoretiker sind und was weiß ich alles, ähm, die wirst du halt nicht mal umstimmen können. Was machst du mit jemandem, der jetzt in Sachsen, ähm, irgendwo auf der Straße rumläuft und sagt, ja, Corona gibt's nicht, ne, oder, äh, wo der Reporter gefragt hat, sind sie geimpft? Ja, gegen Tetanus, ja, was willst du mit solchen Leuten machen? Es ist, also, mit denen brauchst du nicht mehr diskutieren, weil es ist einfach, und das ist schade auf der einen Seite, aber diese Leute, die sind teilweise so, äh, abgedriftet in irgendeiner, ähm, Region unterwegs, äh, wo du sagen kannst, die, du musst erst mal wieder teilweise politisch einfangen, weil die irgendwo im Kaiserreich teilweise sind, die sich den Kaiser zurückwünschen und sagen, allen Ernstes, im Kaiserreich hatten die Leute mehr Freihalten als jetzt, ähm, Also, dazu möchte ich nochmal einhaken, also, in Preußen wurde ein Impfzwang eingeführt. Also, nur, 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 dass man mal drüber nachdenkt. Jaja, genau. Okay. Das ist halt wirklich schwierig, solche Leute dann irgendwie wieder reinzuholen, plus, dann sind da Leute mit Reichskriegsflaggen und so weiter da mit unterwegs und dann hast du halt Leute, die sind dabei, die sind einfach nur gegen das Impfen oder die sind einfach nur verunsichert, so. Und das ist halt auch scheiße, wenn dann diese Leute alle über einen Kamm geschert werden, aber die sind halt damit in dieser Gruppe drin. Und es ist natürlich klar, dass sich die Medien dann auch wieder hauptsächlich die Leute rauspicken, die halt da mit der Reichskriegsflagge stehen oder die, äh, rumpöbeln oder was weiß ich, aber das sind halt auch Leute dabei, die, ähm, ich will's jetzt mal nicht irgendwie, äh, ja, nicht, nicht respektlos sagen, aber die halt teilweise nicht die beste Bildung haben einfach, die auch nicht wissen, wie man sich richtig informiert und so. Was machst du mit solchen Leuten? Und die wirst du wahrscheinlich wirklich nur kriegen, ähm, entweder mit einer strengen 2G-Regel, das wäre mein Vorschlag an die Politik, zu sagen, okay, in so ganz wichtigen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Leute, die ständig beim Kunden irgendwie sind, in irgendeiner Form die ganze Zeit Kundenkontakt haben, dass man da 2G zur Pflicht macht und, ähm, die anderen Leute oder die, die anderen Geschichten, ähm, werden dann halt 3G von mir aus, so, und, und dann werden viele Leute von den Verunsicherten vielleicht doch irgendwann mal sagen aus Bequemlichkeit, ähm, ich lass mich jetzt impfen. Also ich hab auch in der Verwandtschaft, also ich sag mal so, die Verwandtschaft bei mir ist, äh, zum Glück 90% geimpft und, ähm, es gibt so ein paar Leute, die sind noch Zweifler, aber es sind keine richtigen Impfgegner. Also, wir haben welche, die sagen, jo, alles schön und gut, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen. Was natürlich im Moment schwierig ist, ne, wenn ich jetzt sag, ich warte jetzt noch zwei Jahre, ähm, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ähm, aber müssen die wissen, ne, dass es den ihr, davon ist auch interessanterweise eine Person dabei, die halt gesundheitlich sehr beeinträchtigt ist, wo ich dann auch sag, das ist schon ein bisschen Spiel mit dem Feuer, ja, aber, ähm, ja, jeder wie er mag. Und das ist halt echt schwierig, wenn jetzt die Leute dann halt auch noch, ähm, ja, alle in einen Topf geworfen werden. Das sind ja alle Schwurbler und alles Leute, ich hab auch einen Arbeitskollegen, der ist nicht geimpft und der ist alles andere als, äh, dumm oder alles andere als, ähm, ein Impfgegner oder ein, äh, Rechter oder irgendwie sowas. Aber es ist halt einfach maximal verunsichert, auch durch, ähm, ja, durch, wie soll ich sagen, Vorkommnisse, äh, in seinem Bekanntenkreis. So, die haben jetzt nichts mit der Corona-Impfung direkt zu tun, aber das ist einfach erschüttert das Vertrauen in den medizinischen Apparat in Deutschland. So nenne ich es jetzt mal diplomatisch. So, und das ist halt einfach echt schwierig, solche Leute dann vom Gegenteil zu überzeugen. Naja, David nickt die ganze Zeit. Hast du noch was, was du anfügen möchtest? Ne, ich glaube, wir haben das Thema jetzt lang gut beleuchtet. Glaube ich auch. Wir haben noch einiges anderes vor uns. Genau. Ich würde sagen, ihr schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und, äh, wir gucken mal, was sich bis zum nächsten Mal wieder geändert hat. Ich meine, das sind jetzt wieder ein paar Wochen dazwischen bis zur nächsten Folge. Da kann sich wieder so viel verändern. Ähm, ja, was sich auch, was sich aber sehr schnell verändert hat, ist die Situation beim Mediamarkt Saturn. Vor ein paar Wochen ist das schon her. Wir müssen ein paar Themen aufarbeiten. Aber das ist was, das musste ich einfach mit reinnehmen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Ähm, die hatten nämlich den absoluten Super-GAU. Die hatten nämlich eine Ransomware und die hat halt eben mal die ganzen Kassensysteme plus Server mit verschlüsselt. Und das war halt nicht so was Kleines, wo man sagt, naja, das war ein Standort oder so. Davon waren rund 3100 Windows-Server betroffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich, äh, kenne bisher kein Unternehmen, das überhaupt 3000 Windows-Server irgendwo im Einsatz hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe zumindest noch keine ITler-Kontakt zu jemandem gehabt, der in so einem Unternehmen ist mit 3100 Windows-Servern. Aber, ähm, das ist schon heftig. Und da ist halt auch zum Beispiel das Warenwirtschaftssystem und alles betroffen. Und die, äh, Lösegeldforderung ist auch relativ knackig. Also man könnte jetzt denken, okay, es sind vielleicht, ähm, paar tausend Euro, aber in Wirklichkeit sind es 240 Millionen US-Dollar Lösegeld. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich meine, Mediamarkt Saturn macht jetzt schon, äh, Umsätze, die im Millionenbereich sind. Vielleicht sogar Milliarden, na, wobei, glaube ich. Ja, wobei. Weiß ich jetzt nicht. Aber müsste man mal googeln. Äh, auf jeden Fall machen die schon ordentlich Umsatz. Und, äh, wenn sowas natürlich dann passiert, ja, und wir hatten ja vor, also ziemlich am Anfang vom Podcast haben wir, also Folge irgendwie unter den ersten zehn Folgen, haben wir ja schon drüber berichtet, dass, äh, Cyberkriminelle immer mehr, ähm, auch abschätzen, ähm, wo sind sie denn da gerade? Also gerade die intelligenteren Threads, die, ähm, gerne auch viel nach Hause kommunizieren, die geben auch oftmals Informationen, über welche Daten es sich handelt, ähm, kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, äh, was es für ein Unternehmen ist oder vielleicht für eine Organisation ist. Und, ähm, so entstehen natürlich dann auch solche hohen, äh, Lösegeldsummen. Und das ist schon heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt, ich weiß nicht, habt ihr irgendwas mitbekommen, ob das jetzt nochmal nach außen getragen wurde, ob sie es gelöst haben. Also, ich war, ich war, ich war letzte, letzten, letztes Wochenende mal beim Mediamarkt einkaufen, also es ging wieder. Äh, genau, das hatte ich auch beim Saturn. Also von daher, äh, ich hab jetzt nicht groß mitgekriegt, also die werden es wahrscheinlich schon irgendwie rausgekriegt haben. Man will mal für die Leute hoffen, dass das über Backups gelaufen ist und nicht über das Lösegeld. Ich hoffe. Ähm, ja, man wird's vielleicht dann auch in der verhagelten, äh, Bilanz dann sehen, ob das über Lösegeld gelaufen ist oder nicht. Ähm, ja, es ist, äh, als was verbucht man sowas eigentlich? Das wäre auch mal interessant. Muss ich mal meine Steuerberaterin fragen. Wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich Rücklagen aus Versicherung und, äh, gedöhnt sein. Ja, äh, bei sowas muss ich dann immer irgendwie an Heat denken, wo der andere auf den, auf den, auf den Tresen springt und, äh, sie verlieren keinen Cent. All ihr Geld ist versichert. Ja, genau. Ne, also das wäre, wäre mal interessant. Vielleicht haben die ja auch, äh, weil du sagst, Versicherungen. Es gibt ja auch Cyber-Risiken-Versicherungen. Vielleicht haben die sowas im Einsatz gehabt bei Media-Markt-Saturn. Man weiß es nicht. Ähm, ich hoffe mal und ich gehe mal davon aus, ist ja ein Riesenkonzern, äh, dass die schon Backup oder irgendwas haben, ähm, was weiß ich, eine Replikation irgendwo hin oder so. Also ich hoffe es einfach mal, weil das, ähm, würde ich auch solchen Firmen empfehlen. Ähm, ja, wir werden sehen, vielleicht dringt da nochmal was an die Öffentlichkeit. Was noch an die Öffentlichkeit gedrungen ist, sind so Sachen wie zum Beispiel in Schwerin, äh, wurde die, äh, Stadtverwaltung und, äh, das Landratsamt, äh, wurden auch verschlüsselt. Also da gab es auch, äh, äh, interessante Geschichten. Vor allem, ähm, ist es diesmal über die, ähm, Lieferkette, also über die Supply-Chain, wie man sagt, Supply-Chain-Attacks, äh, gelaufen. Also dass ein IT-Dienstleister angegriffen wurde und darüber wurden dann diese Verwaltungen in den Tod gerissen, IT-mäßig. Ähm, das hatten wir ja auch bei Kaseya zum Beispiel, ähm, oder bei SolarWinds, ähm, dass dann halt ein IT-Dienstleister gehackt wurde und man darüber dann eben auf diese Dienste zugreift. Also der Worst Case oder der absolute Albtraum für mich wäre ja mal, wenn sowas über MS365 reinkommen würde. Also ich glaube, das wäre, das würde, glaube ich, äh, Tausende oder Millionen Unternehmen weltweit dann in den Tod reißen. Ähm, dann die Stadtwerke Pirna hat es auch betroffen. Da war die Website dann auch mal offline und, ähm, ja, da ist auch ein lustiger Screenshot in dem einen Blog-Eintrag. Das sieht auch aus wie Webdesign der 1990er. Ähm, auch interessant. Ähm, interessant ist auch, oder was ist interessant? Gut ist auch, ähm, dass scheinbar bei denen das ISMS gut umgesetzt wurde, weil bei denen war halt wirklich nur, in Anführungsstrichen, der Vertrieb und die eigentliche Verwaltung betroffen. Aber das Leitsystem an sich, das Netzleitsystem und, äh, Prozessnetz, wie man es nennt, äh, war nicht betroffen und dadurch war auch die Stromversorgung oder Energieversorgung weiterhin gewährleistet. Muss man sagen, äh, Glück im Unglück und, äh, gut gemacht. Äh, was hatten wir noch? Äh, Schwerin hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, also es waren auf jeden Fall einige, einige in Meck-Pom war da einiges los. Ähm, Wismar war, glaube ich, auch noch genau. Greifswald, Wismar, also, ähm, Pass und Einwohner, Meldewesen waren betroffen. Genau, das hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Also es ist absurd, was da im Moment los war. Aber jetzt kommt ja auch wieder Petia, äh, Petia, Emotet kommt wieder auf. Ähm, das ist, äh, schon krass, was da im Moment abgeht. Und da muss man auch wirklich aufpassen. Wir haben noch ein paar Beispiele dann später in der Sendung, ähm, für euch als Administratoren, ähm, worauf ihr vielleicht ein bisschen achten solltet. Ähm, gerade auch in Bezug auf Firewall und VPN und so weiter. Gut, ähm, dann gab es noch einen Datenleak. Ähm, da wird euch der David ein bisschen was erzählen. Genau, und zwar gab es da einen Datenleak oder einen Datenschutzvorfall bei der Firma WEPA. Wird jetzt dem wenigsten was sagen. Das ist ein, ähm, ähm, ja, eine Firma, die Apotheken beliefert. Und bei denen sind Bestelldaten von knapp 14.000 Apotheken an andere Kunden per E-Mail verschickt worden. Ähm, in dem Fall war es tatsächlich menschliches Versagen. In meiner Meinung nach gleich auf mehrfacher Ebene. Ähm, und zwar ging von einem Fachberater eine Massenmail an sämtliche Kunden raus, weil es wohl durch Corona, ich sag mal, Lieferengpässe gab und die wohl Absatzprobleme hatten. Und da war unter anderem eben, äh, ein Katalog quasi mit angehängt mit den, äh, Artikeln, die es eben über diesen Dienstleister zu erwerben gibt. Und dann war eine Excel-Tabelle im Anhang der Mail, die die Nachkaufangaben aller Apotheken enthielt, die je bei WEPA bestellt haben. Das heißt also in der Tabelle schon drin, welche Kunde wie viel von welchem Produkt gekauft hat, aufgeschlüsselt nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr, dem aktuellen Zeitraum Juli bis November 21. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail und Informationen zu deren Stammvertretern, äh, und noch andere Informationen, die vielleicht auch noch mit zu dem Kunden angehängt worden sind. Ähm, ist natürlich eine krasse Sache, also es ist eine Excel-Tabelle mit 90.000 Zeilen, die da, äh, rausgegangen ist und das halt irgendwie per CC an sämtliche Kunden und, ähm, ja, schwierige Sache. Also zum einen natürlich schon der Fakt, dass das Ganze irgendwie überhaupt per E-Mail mitgeht und zum anderen, dass man solche Daten in einer Excel-Tabelle, also in einer Excel-Datenbank, wo es ja jedem ITler schon die, die C-Degel hochrollt. Kunden-Datenbank in Excel, genau. Man kennt sie. Ähm, das ist ja so der erste Grundsatz, dass man lernt, Excel ist keine Datenbank. Ja, ja. Ähm, aber ja, da sieht man mal wieder, also gleich, ähm, doppelt verkackt in meinen Augen. Also eine Excel als Datenhaltung und dann auch noch per E-Mail und sowas ist natürlich doof. Ja, muss man sich auch fragen, wie sowas passieren kann, aber scheinbar einen Kaffee zu wenig gehabt und dann passiert sowas. Man kann ja da aber wenigstens noch von Glück sagen, dass das Ganze nur an andere Apotheken rausging und nicht irgendwie an die, irgendwie an die Öffentlichkeit, also so ist es natürlich an die Öffentlichkeit gekommen, aber, äh, jetzt nicht an, an Mister, wo ich gerade sagen, an Mister X irgendwie einen Endkunden oder irgendwas, äh, dass da dann irgendwas eingeschlagen wäre, weil das wäre dann durchaus fatal. Genau. Ja. Also da, ähm, immer Augen auf, wer so in CC ist und was man so rausschickt. Oh ja. Send to all. Send to all. Ja. Ist dein Feind. Das ist halt auch mal lustig, wenn du dann in irgendwelchen Konzernen hast, ähm, wenn Leute versehentlich dann einfach mal den Verteiler an alle auswählen und dann werden da irgendwelche Sachen rausgeschickt, ähm, oder dann halt auf eine E-Mail antworten, auf so eine, äh, Sammel-E-Mail, ähm, mit einem persönlichen Text antworten, aber dann halt den Verteiler drin lassen und dann hast du dann so lustige Ketteneffekte. Oder wenn du das Ganze übertreiben willst, so wie bei uns passiert, äh, wo es auch passiert ist, da haben zwei Leute an alle geantwortet und darauf hat dann jemand mit einem Video geantwortet, das knapp 500 Megabyte hatte, an alle geantwortet und da hat wieder jemand drauf geantwortet, ich kenne sie nicht und wenn man es mal ausgerechnet hat, es sind etliche Terabyte, die da halt in unsere Mail-Server gegangen sind. War nicht so cool. Gut, wenn man da eine Detoxierung hat auf dem System, ähm. Ja, wenn nicht, hast du die Arschkarte. Aber die Frage ist doch, also. Wie bedose ich meinen eigenen Server? Genau. Genau. Aber ich sag mal so, man macht ja schon was falsch, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man 500 Megabyte Anhänge erlaubt. Ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, da haben wir schon drüber geredet. Ähm, ja, dann geht's nahtlos eigentlich weiter mit, ähm, irgendwelchen Data Breaches, nämlich bei Gravatar. Ich bin übrigens auch betroffen, aber ich hab zum Glück bei Gravatar nicht irgendwie ein Passwort, was ich zehntausend Mal verwende, sondern eins aus dem Passwort-Manager. Äh, aber Tobi, was war denn da? Genau, ähm, der Avatar-Dienst Gravatar ist da wohl betroffen, oder was heißt, ist da wohl, ist betroffen von, ähm, von einem Data Breach. Das Ganze ist auch schon fast ein Jahr bekannt, äh, also dank Have I Been Porned, eine Seite, die ich nur jedem empfehlen kann, sich da mal, sich da mal selbst, äh, durch den Jens-Such-Algorithmus durchzujagen. Ähm, ist es wohl schon bekannt, dass da, äh, Daten abgeflossen sind. Ja. Die Frage ist halt, ähm, jetzt mal ernsthaft, wer diesen Dienst nicht kennt, vielleicht mal kurz zur Erklärung, was kann ich da machen? Ich kann da ein Avatar-Bild hinterlegen und wenn ich auf irgendeiner Website bin, die Gravatar unterstützt und erkennt, aha, diese Mail-Adresse hat diesen Gravatar, dann brauche ich kein Profilbild hochladen, so. Ähm, also der Benefit von dem Hack ist für mich jetzt erstmal nicht so groß, deswegen, ähm, finde ich das, also ich hab mir gedacht, joa, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab das Passwort auch nicht geändert, das, äh, sollte ich vielleicht mal tun, wenn jetzt jemand im Darknet mal nach meinem Passwort sucht und lockt sich da ein, dann kann er mir irgendwie ein lustiges Profilbild geben, aber dann hört's auch auf, ne? Also, die, die, die Frage ist halt vielleicht weniger, ob du was vom Profilbild ändern willst, sondern eher, ob du das Profilbild selbst haben oder irgendwie da, dass du da irgendwie rankommen willst, dass du halt da keine, keine Wasserzeichen oder, äh, jetzt sind wir mal ganz verrückt und die haben versucht, irgendwelche API-Schlüssel oder was von Gravatar zu bekommen, weil wenn ich dann doch eher, also weiß, wie, wie das Teil jetzt, also es wird wahrscheinlich auch eher Blackbox-mäßig abgehen, ich hab den Dienst nie benutzt, ähm, dass, ob da vielleicht irgendwie an irgendwelche anderen Daten gekommen, also weniger an die Nutzerdaten, sondern eher an die, ich sag jetzt mal, an die technischen Daten dahinter, dass du dir damit wohl vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein Skeleton-Key für die, äh, für, ähm, schlag mich tot soziale Netzwerke haben wollen würdest oder sowas, aber mehr kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, was ich, was ich mir noch denken kann, ist halt entweder, dass du damit dann über irgendwelche Brücken, also keine Ahnung, Passwörter durchschauen, äh, ob du dann halt irgendwo bei einem anderen sozialen Netzwerk rauskommst. Der Klassiker, ja. Oder halt, äh, dass du an irgendwelche Rohdaten vom, vom Avatar willst oder halt, wieso, dass du über Gravatar irgendwo hin möchtest. Weißt du, was mir noch einfällt, ähm, Gesichtserkennung, weil du hast ja jetzt die Klarnamen der Leute und hast vielleicht unter Umständen, wenn derjenige jetzt ein Bild von sich verwendet hat, wie ich's gemacht habe, ähm, dann auch gleich den richtigen Klarnamen dazu. Das Ding ist, bei mir ist es sowieso, wurscht, oder bei uns bei Kurs of You, weil wir können, wir sind überall im Internet, wenn man meinen Namen googelt, ist, ja, gut, mach, mach es mal fertig. Nee, ich wollte nur sagen, wenn man meinen Namen googelt, wird man definitiv Bilder von mir finden, ähm, aber, ähm, für Leute, die mit ihrem Bild jetzt nicht so umgehen, wie wir, ähm, sondern da etwas empfindlicher sind, ähm, für die Leute ist es natürlich schon blöd, weil jetzt zum Beispiel ein Bild zu ihrem, äh, Namen halt im Netz existiert. Dazu muss ich dann aber auch wieder sagen, äh, mit dem Gesichtserkennung und so weiter, die Akteure, die jetzt, also die mir jetzt einfallen, die daran interessiert wären, glaube ich, haben auch noch andere Möglichkeiten, da ranzukommen. Also, wie bei mir, bei sowas kommen mir eher immer so, so ein bisschen, äh, was heißt Geheimdienste, aber eher so ein bisschen Staatsmächte und, äh, in die Richtung. Google. Ja. Zum Beispiel auch. Oder beziehungsweise, oder halt irgendwelche Datenkraken in die, in die, äh, in Erinnerung, aber, äh, sind wir mal ehrlich, also, wenn Google dich verknüpfen möchte, schaffen die es auch ohne, ohne über, über Gravatar zu gehen. Genau. Also, äh, oder, keine Ahnung, wenn dich die, die CIA mit, mit nämlich Sichtzerkennung, äh, matchen will, dann schaffen die es auch ohne Gravatar. Also, das... Ja. Also, Google ist ja in der guten Situation, dass viele Leute halt einfach auch ihre, ähm, Bilder hochladen, also ihre, ähm, ganz normalen, ähm, Handybilder über die Cloud-Funktion einfach uploaden und darüber ist ja auch schon Gesichtserkennung möglich und Google macht das ja auch und, ähm, ja, oder dann Gmail benutzen oder whatever. Also, ähm, ja, Google, ich glaube, die haben mittlerweile schon wirklich von jedem von uns irgendwo mal ein Bild in der Wolke liegen und, ähm, das ist echt krass. Aber gut. Ja, interessant, wie gesagt, falls ihr, ähm, da betroffen seid, ändert euer Passwort. Wir wollten es mal erwähnt haben. Ähm, sind einige Leute betroffen und, ja, ich sehe jetzt, also vielleicht seht ihr noch irgendwelche, ähm, Möglichkeiten, aber ich finde, das ist im Moment halt aufs Wesentliche oder Klassische begrenzt, dass man halt eben diese Kennwörter probiert, äh, bei anderen Diensten einzusetzen, ähm, und versucht da reinzukommen und dann mehr damit zu erreichen. Aber bei Gravatar an sich, ähm, ja, Mai, würde er Bayer sagen. Wie gesagt, vielleicht mal da das Passwort ändern oder ihr habt dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal plötzlich mal Rick Estler oder so als, äh, Profilbild überall. Genau. Ich weiß gar nicht, ob, äh, Gravatar eigentlich auch zwei Faktoren unterstützt, ist natürlich auch keine schlechte Idee. Ich war schon lange nicht mal eingeloggt, ähm, soll ich vielleicht mal machen, ähm, und dann den zweiten Faktor aktivieren, äh, wenn das geht überhaupt. Ja, dann würde ich das mal schnell machen, Stefan, weil wenn dann die Folge online kommt, äh, bis dahin ist das Passwort auf jeden Fall geändert, ja. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du dann Rick Estler als, äh, Profilbild hast. Ähm, genau. Aber, ähm, ich sag mal so, die Leute im Ahrtal, die haben ganz andere Probleme, die wären froh, wenn sie sich überhaupt wieder in Gravatar einloggen könnten, äh, oder überhaupt wieder ins Internet kommen würden. Ähm, da gibt's ja im Moment immense, ähm, ja, Bemühungen, das Ganze wieder aufzubauen und die Telekom hat sich dazu jetzt auch ein bisschen geäußert. Und bei vielen Leuten so ein bisschen für Verwunderung oder Erstaunen, äh, gesorgt. Ja, richtig. Nicht nur bei denen, auch bei mir oder uns, glaube ich. Es ist tatsächlich irgendwie auch ein bisschen traurig, dass es eine Flutkatastrophe braucht, bis die Deutsche Telekom, äh, mal Glasfaser ausbaut und, ähm, ich sag mal, den Kupferstandard zur Seite legt. Ähm, aber tatsächlich ist es so, also die Deutsche Telekom wird die zerstörte Infrastruktur in, äh, in den Gebieten NRW und Rheinland-Pfalz nicht in alter Form wieder in Stand setzen, sondern in Kupfer, sondern, wo Wunder, in Glasfaser. Es passieren ja wohl doch noch Wunder, diese. Ähm, und ja, auf jeden Fall sollen die rund 40.000 Anschlüsse in der Region direkte Glasfaser, äh, Anbindungen bekommen. Mieter und Hausbesitzer können sich bei der Telekom registrieren und können dann auf Wunsch sich schon einen Tarif aussuchen, damit die Vorgänger quasi einfach schneller vonstatten gehen. Ähm, zudem soll auch der, ähm, Anschluss nicht mit Kosten verbunden sein. Wäre ja noch schöner. Ich meine, die Infrastruktur ist ja eh schon weg. Und, ähm, es ist so, dass die Techniker also Glasfaser ohnehin überall dahin legen, wo bisher Kupfer ankam. Zudem, auch interessant, ähm, soll das ganze Glasfasernetz wettbewerbsoffen nutzbar sein. Also, dem Nutzer steht die freie Anbieterwahl zur Verfügung. Und, ähm, ja, sie sollen in den nächsten zwölf Monaten, ähm, wohl fertig sein mit diesem Ausbau und, äh, Instandsetzung. Und, ja, dann schauen wir mal. Also, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich drücke die Daumen. Ähm, ich meine, ist zwar jetzt auch nur ein Wermutstropfen, weil ich glaube, jetzt im Winter haben die nochmal andere Probleme. Da geht's eher darum, wie heize ich meine Bude und wie werden meine Kinder nicht krank und erfrieren. Aber, wenigstens, ich sag mal, in der technischen Hinsicht ein Fortschritt in diesem Land. Ja. Ja, also, ähm, ich meine, muss man auch mal so sehen, was anderes würde auch keinen Sinn machen. Warum soll ich da Kupfer wieder verlegen, wenn ich es dann in ein paar Jahren wieder wegreiße? Ähm, also... Aber mit Sinn haben es ja manche Firmen nicht so, ne? Ja, das ist richtig. Aber, ähm, also ich glaube, kein vernünftig Denken, der würde an einem Neubau nochmal Kupferkabel verlegen. Also, das ist, ähm, mittlerweile auch bei der Telekom angekommen und, ähm, wenn man so sieht, äh, was die Unternehmenskommunikation so raushaut bei der Telekom, ähm, dann ist es auch so, dass die, ähm, Neubauten generell mit Glasfaser angeschlossen werden. Und, ähm, ja, aber, klar, also es ist natürlich nochmal eine eigene Pressemeldung wert gewesen bei der Telekom, dass sie sagen, hey, wir verbauen da jetzt in den Flutgebieten auch nur noch Glasfaser. Aber im eigentlich Wesentlichen ist es so, dass die Telekom Neubaugebiete oder Neubauten immer mit Glasfaser mittlerweile erschließt und, ähm, was anderes macht einfach keinen Sinn. Gut, ähm, kann man nur hoffen, dass es da wieder aufwärts geht. Äh, ich bin teilweise eher erstaunt über die, ähm, das ist wieder ein anderes Thema, aber über die, äh, Art, wie manche Leute, die dort wohnen, ähm, über das Ganze denken. Also viel, also ich würde dort nicht mal mehr mein Haus wieder dort hinbauen an dieselbe Stelle, am besten noch, ähm, aber da ticke ich vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, aber da sind halt wirklich Leute auch in den Interviews gewesen, die gesagt haben, ja, freilich, ich baue jetzt hier mein Haus wieder auf, äh, ja, bis die nächste Flut kommt in zehn Jahren oder so, dann ist es wieder weg. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da nicht auch wieder, aber das ist so dieses Thema Corona auch und dieses Thema IT-Sicherheit, warum lernt man auch sowas nicht? Warum sagt man nicht, äh, ja, es ist schön dort, keine Frage, aber, äh, wir sollten entweder uns, äh, tausendfach nochmal Gedanken machen über Hochwasserschutz, äh, und aufrüsten, was das Zeug hält, was sehr teuer ist, nebenbei mal gesagt. Äh, äh, oder wir müssen halt wirklich sagen, schade, wir müssen halt hier wegziehen, ähm, aber diese Leute, die, äh, die dort wieder aufbauen, äh, die können doch eigentlich, die können sich doch sicher sein, wie das Arme in der Kirche, dass die nächste Flut wieder kommt und dann ist das Haus wieder weg und, also ich, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen, äh, erstaunt gewesen über die Aussagen der Leute dort, also, ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut. Ähm, vielleicht ist es auch die Heimatverbundenheit, man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich eher ein bisschen an der, also, an der Heimatverbundenheit und wahrscheinlich auch eher an Arbeit- und Lebenssituationen liegen, also, wenn man jetzt drauf, äh, kommt so, ja, ich habe jetzt hier schon so und so lange gearbeitet, habe hier meine Freunde, Familie und meine Arbeitsstelle, da kann ich halt einfach nicht so schnell weg, das ist jetzt nicht so, vielleicht nicht gerade wie bei uns, die jetzt auch vielleicht in der IT arbeiten und auch außer Familie jetzt nicht groß Bindungen haben, wo sie dann mal sagen, so, also, wenn mir jetzt irgendwie eine Firma kommt mit einem Angebot, die sie abschlagen könnte und die sagen, Okay, äh, komm mit nach, keine Ahnung, Köln, München, Nürnberg oder was, dann ist halt auch die Frage, okay, äh, gibt mir eine Wohnung und ich, äh, wie sieht die Kündigungsfrist aus und so weiter, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass nicht jeder, ähm, da sowas wegweckt, aber weil man sehr irgendwie nochmal auf das Ding zurückzukommen ist, naja, jetzt liegen ja die Leitungen eh offen, also, da kannst du ja gleich Glasfaser reinlegen, weil, äh, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Telekom-Gedanke, bevor ich jetzt dann nochmal, bevor ich jetzt nochmal das ganze alte Zeug reinlege. Ja, es ist wirtschaftliches Denken halt, ne, also, da hat man halt auch bei der Telekom mal wirtschaftlich gedacht, ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel Telekom-Bashing, äh, betreiben, ähm, ja, ich hab da noch eine Geschichte, ein privates, äh, eine private Geschäftsbeziehung aktuell wieder mit der Telekom, ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, unser Anwalt ist jetzt hier nicht da, äh, unser Jurist, ob ich darüber öffentlich reden sollte, aber wir hatten so ein paar Problemchen mit dem, ich hab's dem Tobi vorhin erzählt, David, die hab ich's ja sowieso schon geschrieben, äh, mit meinem vorherigen oder mit meinem aktuellen noch, äh, Provider, ähm, die haben uns nämlich aus dem Vertrag geworfen, und, ähm, jetzt, ähm, bin ich wieder auf dem Weg, äh, zur Telekom zu gehen, mit dem Geschäftskundenanschluss hier vor Ort, also hat nichts mit unserer Cloud zu tun, aber mit dem Büro hier und mit dem Haus hier, ähm, und, äh, das ist auch wieder so ein Ding. Aber gut, wenn wir schon mal beim Tela, äh, beim Tela, beim Thema Telekom sind, Müllwagen, ähm, während unserer kurzen, ähm, Pause, was Tech Talk angeht, ähm, gab's ja auch einen Ausfall vom Notruf in ganz Deutschland, auch so ein Ding, wo ich mir denke, das ist... Ja, sogar mehrfach, ne? Deutschland, wie, wie kann sowas passieren eigentlich, ne, ähm, aber ich meine, die Telekom hat da scheinbar irgendein Update eingespielt auf einer Telefonanlage oder irgendwas, und, ähm, ja, die, die, die Notrufnummern, die 1.0 und 1.2, die war halt nicht erreichbar, und es ist scheinbar so, dass es örtlich dann natürlich weitergeleitet wird, und, äh, irgendwie hat diese Weiterleitung nicht mehr funktioniert. Also, wenn du jetzt zum Beispiel hier bei uns die 1.0 wählst, dann kommst du auch in der Rettungsleitstelle hier im Ort raus und nicht in der Rettungsleitstelle in München zum Beispiel, ähm, wenn der David das wählt, kommt er wiederum in München bei sich in der Nähe raus, und diese Geschichte hat irgendwie nicht richtig funktioniert, und das war wohl in, in, in den Morgenstunden, ähm, wo das Ganze ausgefallen ist, und halt in zig Bundesländern, also, da fragt man sich echt, wie sowas passieren kann, ich meine, ähm, ja, also, wenn jetzt irgendwo mal bei der Telekom der Online-Shop umkippt, ist ja die eine Sache, man sagt, okay, ist egal, ist ein Online-Shop, passiert was, und dann ist halt jede Menge Geld weg, äh, aber es ist nicht so wie der Notruf, aber beim Notruf muss man sich ja wirklich fragen, wie kann sowas passieren, also, ich verstehe das nicht, ich finde das ein bisschen, also, nicht nachvollziehbar, wie sowas passieren kann, und es gibt leider auch sehr, sehr wenige Informationen, das Einzige, was man halt weiß, dass halt auch mittlerweile die Bundesnetzagentur tätig ist, weil der Notruf ja auch laut Paragraf 108 des Telekommunikationsgesetzes, äh, geregelt ist, und auch sichergestellt werden muss, dass der funktioniert, und, ähm, zusätzlich kommt ja bei uns auch noch diese Digitalisierungsmüdigkeit dazu, dass wir auch eigentlich im Prinzip keinen anderen, ähm, Weg haben, außer die, äh, Notrufnummer, also, wenn ich jetzt noch eine App hätte, zum Beispiel, und dann fällt einem was aus, dann kann man immer noch sagen, okay, ähm, ist zwar blöd, und es wird nicht alle Leute, wird nicht allen Leuten was bringen, aber man hätte immer noch eine App, aber in Deutschland gibt's ja nicht mal eine App, äh, die irgendwie, es gibt zwar irgendwie diese, ähm, Nora-App, die ist aber eigentlich gedacht, äh, für Leute, die, äh, ich glaub, taub sind, oder, oder blind, oder irgendwie sowas, ähm, ähm, also, irgendwie, also für Leute mit körperlicher Beeinträchtigung in irgendeiner Form, also, Leute, also dieses barrierefreie Notruf, äh, Zeug wird darüber abgewickelt, das heißt, diese App hat auch niemand auf seinem Handy, ähm, der nicht unmittelbar betroffen ist, also, bringt dir das ja auch nix, und die App kennt wahrscheinlich auch kein, kein Schwein, ähm, also, irgendwie blöd, also, ich hoffe, dass da wirklich nachgebessert wird, ähm, und wenn man ja auch diese, wir hatten's ja auch schon über CutWarn und, äh, Nina und diese ganzen Apps, die sind ja auch teilweise Grütze, ähm, und HessenWarn schießt da ja immer den Vogel ab, wenn die dann melden, wenn irgendwie beim Aldi die Wurst schlecht geworden ist, ähm, und dann kriegst du da eine Push-Notification, was auch geil war, hab ich gelesen auf Twitter, es gab scheinbar Leute, die haben, ähm, bei dem Notrufausfall allen Ernstes diese Sirenenwarnung gekriegt, also, da hat das Handy dann eine Sirene abgespielt um fünf Uhr morgens, sagt, hier, Alarm, Alarm, ganz wichtig, äh, der Notruf ist ausgefallen, und du liegst im Bett und denkst dir, Alter, ich hab grad keine Notfallsituation, warum soll mich das jetzt gerade interessieren? Ich wollte gerade sagen, du hast dann entweder zwei, äh, zwei Gedanken, entweder, was ist jetzt wieder für eine Scheiße los, oder B, ist grad dabei, irgendjemand ins Land mit einem Cyberangriff einzufallen. Und, das ist halt, das ist halt von, ja, nix bis hin zu, get the SKS and get in the woods, also von daher. Also, es ist völlig, völlig wild, dieses Thema Alarmierung in Deutschland, ich bin froh, wenn das Thema Cell Broadcast kommt und auch das Thema, also die Warn-SMS, äh, die ja schon viel in den Medien gesprochen wurde und jetzt hieß es, ja, die kommt, ähm, weil das ist aus meiner Sicht tausendmal sinnvoller als das, was jetzt aktuell. Mit die einzig sinnvolle, äh, Warnung dahinter. Ja. Sehe ich genauso. Also, dieses App-Thema, natürlich kann man eine App anbieten, macht natürlich Sinn, aber die muss halt dann auch funktionieren und die darf halt dann auch nicht umkippen, wenn mal ein paar tausend Leute oder vielleicht sogar Millionen Leute eine Push-Notification bekommen, dann darf der Server hinten nicht umkippen. Also, das ist, äh, absolut wild. Man muss dann aber noch einmal dazu sagen, also Apps sind dann auch eine Lösung, weil wenn ich mir das dann überlege, dass irgendwelche Leute noch so ein, so ein uralt Backstein-Handy haben. Genau. Wo halt einfach keine App drauf läuft, also ist so ein, so ein Cell Broadcast für zumindest Notfallmeldungen an sich nicht schlecht. Wir sind ja auch. Oder die einzig, einzig richtige Lösung. Eine App als Fallback, äh, denke ich ist immer ganz gut. Vielleicht kann man das ganze Ding dann auch noch irgendwie als Web-App oder was, äh, bereitstellen, das halt auch. Du kannst ja in der App auch die Informationen anreichern, ne? Du kannst einen Cell Broadcast rausballern, äh, und kannst, äh, dann auf die App verweisen, wenn die App noch funktioniert, um, dass die Leute mehr Informationen kriegen. Also, so das Klassische, ähm, was früher immer war, schalten sie das Radio an, ne? Das ist halt mittlerweile antiquiert, weil ich hätte hier gar kein FM-Radio mehr oder UKW oder was das ist, DAB Plus, interessiert mich ein Scheiß. Auch wenn sie immer Werbung machen, hier, holt euch DAB Plus. Auch hier regionale, äh, äh, Radiosender, die dann sagen, hier, holt euch mal DAB Plus. Wo ich mir sage, also wenn ich euch überhaupt mal hören möchte, dann mache ich Webradio an. So, und dann ist, ne, das muss funktionieren, ansonsten hole ich mir da kein, äh, UKW-Radio mehr her. Wir sind nicht in den 2000er-Jahren mehr oder 1990 oder so. Ja gut, äh, man sieht ja bei mir, dass im Hintergrund noch ein Radio steht, aber das, äh, ich bin auch in der glücklichen Situation, dass es hier einen halbwegs vernünftigen Radiosender gibt, der spielt zwar hauptsächlich irgendwelchen Hip-Hop und, äh, Apache und so weiter, habe ich auch schon mal drüber gehört, aber es ist zumindest besser als dieses Einheitsbreigedudel. Ja. Was du, äh, so von den gängigen, ja, was du, du kannst ja, also zum Beispiel, was, was mich ja noch am ehesten interessieren würde, ist ja entweder Rockantenne oder Radio Bob und das kriegst du nur über DAB Plus, das kriegst du hier, kriegst du über UKW hier gar nicht. Anyway, auf jeden Fall, dieses Thema Notruf, also, ist völlig absurd und ich hoffe, dass da auch angegangen wird. Das ist auch so, ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einem, äh, Kumpel, der gemeint hat, ja, weil ich, ich habe da auf Instagram was gepostet, ja, also, hier Merkel war doch toll und so, hat doch alles, nee, allein schon der Katastrophenschutz, ein Punkt, ne, ich habe noch zehn andere Punkte ihm geschrieben, die scheiße gelaufen sind unter der Ära Merkel. Natürlich hat sie nicht so katastrophale Sachen gemacht wie Trump oder so, aber, ähm, sie war auch nicht wirklich gut, so, und dieses Katastrophenschutzthema, das gibt es seit so vielen Jahren, ist seit so vielen Jahren in Deutschland kaputt einfach nur, ähm, genauso wie das Thema Digitalisierung und da wird jetzt auch, da ist auch nichts passiert in den letzten Jahren, also dieses Thema Katastrophenschutz muss wirklich mal von Grund auf neu gedacht werden und das fängt bei den freiwilligen Feuerwehren an, das geht über THW, das geht über die Warn-Apps, das geht über den Notruf und allgemein auch, also, ich verstehe auch zum Beispiel noch nicht, warum bei uns hier im Ort immer noch diese Sirene die ganze Zeit laufen muss. Ich bin jetzt nicht bei der Feuerwehr, ne, also vielleicht hat es einen sinnvollen Grund, aber ich kriege hier einen Alarmton, wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert. Warum? Interessiert mich ein Scheiß. Sorry, also, David, vielleicht kannst du dazu was sagen. Also, er hat tatsächlich noch einen Hintergrund, also, die sind ja eh an vielen Stellen schon abgebaut worden, ähm, hat aber zum Beispiel jetzt bei uns hier einen Hintergrund, das ist gerade in sehr ländlichen Gebieten, ähm, ist es halt tatsächlich so, dass zum Beispiel hier, ich weiß es von unserem Kommandanten, der ist ja selber auch, ähm, Landwirt, wenn er halt draußen auf dem Feld ist, kann es halt sein, dass der Piepser oder vielleicht auch das Handy einfach gerade im Bulldog liegt und dann bekommt er das nicht mit. Und das ist halt ein großes Problem, deswegen laufen die bei uns einfach, bei uns laufen die bei allem mit, bei vielen anderen Feuerwehren, bei der Feuerwehr, wo ich davor war in dem Ort, war es so, dass, ähm, die hatten vier Schleifen, drei Schleifen gingen wirklich nur über Piepser, wenn die vierte ging, dann heißt das, okay, richtig Alarm, also wirklich die Hütte brennt, wir brauchen alles, was es irgendwie gibt, ähm, also es ist halt sehr unterschiedlich, da gibt es auch gar keine einheitliche Regelung. Hm, ja, okay. Ja gut, ähm, dann hacke ich jetzt auch nochmal mit ein, also, was ich halt noch vielleicht noch ein bisschen vorteilhaft daran sehe, wenn zumindest irgendwo mal welche rumsteht oder so, Wannsirenen, äh, es ist zwar jetzt in, ich sag jetzt mal in unserer Ära nimmer ganz so schlimm, aber zum Beispiel auch so Zeug wie ABC-Schutzalarme und so weiter müssen ja auch irgendwie an die Bevölkerung rausgehen und wenn wir eben halt keine von den, äh, tollen, äh, Cell-Broadcasts oder sowas irgendwas haben, ähm, muss das halt irgendwie anders kommuniziert werden, es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie früher, also, du musst nicht mehr davor Angst haben, dass irgendwie, dass irgendwie, keine Ahnung, der Russe kommt, um, äh, das Land zu annektieren oder so. Wir hätten sowieso keine Bunker, also, Tobi, das ist das Nächste. Ja, ja, nee, aber halt trotzdem, also zum Beispiel, na gut, wenn bei mir jetzt, äh, in Schweinfurt ABC-Schutzalarme gewesen wäre, hätte ich mich eh wahrscheinlich eher rausgestellt, weil dann wäre was wahrscheinlich mit Grafen Reinfeld kaputt gewesen und dann, äh, äh, also sagen wir es mal so, dann hast du, dann brauch ich mir halt den Kopfnimmer zu rasieren wahrscheinlich? Nee, das, äh, glaube ich dann auch, ja. Ja, gut, ähm, das, äh, Notrufthema, ich glaube, das wird uns noch öfters beschäftigen, vor allem, wenn dann wahrscheinlich medienwirksam von irgendwelchen Politikern, zum Glück jetzt nicht mehr von Andi Scheuer, äh, das Thema, äh, mit dem Cell-Broadcast eingeführt wird, ähm, das wird nochmal interessant, weil das wird sicherlich medienwirksam dann ausgeschlachtet. Das wird natürlich, also was glaubst du, Primborium und, äh, mehrere Staatsakte sind dafür nötig. Mit Sicherheit. Ähm, ja, was auch ein relativ krasser Staatsakt, äh, war in den letzten, ähm, Monaten war das Thema mit dem Drachenlord, das wollen wir nochmal ganz kurz anreißen, ähm, da gab es ja jetzt eine Verurteilung und das ist, ähm, ja, so ein bisschen Zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite sage ich, jo, ähm, das war mir auch nicht so bekannt, dass er ja selbst auch, äh, schon mehrfach straffällig wurde und, äh, der Solmecke hat es ja auch in einem Video, ähm, begründet, ähm, wo er gesagt hat, naja, er hat ja schon Bewährung bekommen, hat wieder gegen die Bewährungsvorlagen, äh, Auflagen verstoßen und, ähm, ja, aber das Prinzip, oder was ich ja ganz gut fand, ist dazu die, die Kolumne von, ähm, wie heißt er? Sascha Lobo. Sascha Lobo, genau, danke. Ähm, der ja auch, äh, mal eigentlich diesen Kernpunkt trifft des Ganzen, nämlich ein ganzes Land, was mit seinen kompletten Behörden und Justiz, Medien, Gesellschaft einfach versagt hat, weil es hätte gar nicht so weit kommen dürfen im Prinzip. Ich meine, ähm, natürlich, äh, hat er diese Taten begangen, also er hat sich gewehrt in Form von, ich glaube, der hat einen Stein geworfen und was er da alles gemacht hat, ähm, eine Taschenlampe irgendwie auf einen, seine Stirn und so weiter. Der Typ war übrigens in dem einen Interview, der hat auch nicht gerade den hellsten Eindruck hinterlassen bei mir, aber sind wir mal ehrlich, wer da in dieses Dorf fährt und beim Drachenlord Rabatz macht, der kann nicht ganz intelligent sein, also sorry, also, äh, das ist einfach so. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, mich wundert's halt, dass, äh, in all den Jahren, die Polizei hat sich drüber aufgeregt, die ganzen Behörden wussten Bescheid, ähm, dass da wirklich nichts gemacht wurde und die ganze Zeit ist es einfach so weitergelaufen, bis es dann halt mal eskaliert ist und das ist halt so eine Geschichte, wo ich sagen muss, da muss ich diese Kolumne wirklich recht geben, äh, wo ich sag, wie kann sowas in Deutschland eigentlich passieren, ne, also, schwierig, also. Ja, was mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen dazu drüber einfällt, das war halt die, in Anführungszeichen, die einfachste Lösung, indem man jetzt hier den guten Herrn Winkler aus dem, aus dem Licht der Öffentlichkeit halt irgendwie wegverfrachtet hat. Das hätte man aber auch ohne Gerichtsprozess machen können. Ja, ja, natürlich hätte man das irgendwie, äh, ohne, ohne den Gerichtsprozess oder auf irgendwelche anderen Arten, aber das war halt, so, also, es fühlt sich zumindest so, wenn man sich so ein bisschen im Nachhinein, ich hab mir jetzt nochmal, während wir uns drüber unterhalten haben, so ein bisschen den Kopf drüber gemacht, so ein bisschen die schnellste und einfachste Lösung zu sein. Also, ähm, damit ist er jetzt von der Bildfläche weg, damit halt das Dorfruhe, weil er ist ja jetzt im, im Gefällnis. Geht man davon aus, wenn er das antritt, hoffentlich. Oder, oder halt, ähm, es ist, äh, soweit, dass man ihn damit aus der Bildfläche raus hat, äh, ist es richtig gelaufen? Auf keinen Fall. Ähm, also, wenn das, ich sag jetzt mal, der Hintergedanke dahinter war, aber das kann keiner beweisen und das ist jetzt auch wieder, äh, geht es schon wieder hart in die Verschwörungstheorie, würde ich mal behaupten. Ähm, natürlich will ich jetzt hier niemanden freisprechen, äh, wenn da, äh, Dinge mit Körper, also, mit hier mit täglicher, mit täglicher Angriff und so weiter. Ja, und dann, ähm, ist es auch nicht zu entschuldigen, aber, wie gesagt, der Grund, bis es dahin soweit gekommen ist, also, da hätte man ja schon viel früher mal, ich sag jetzt mal, die, einfach diese Versammlungen nicht zulassen dürfen und was auch immer, beziehungsweise, dass man da staatlich oder zumindest von, von anderer Seite irgendwie hätte eingreifen müssen, dass, äh, ja, ich sag mal, diese, diese Hasskult, um die eine Person schon lang nicht hätte so zustande kommen müssen sollen, ähm, irgendwie sowas, äh, das sieht man immer wieder, Community ist scheiße. Was, äh, was ja auch noch dazukommt, also, die, das Gericht war ja scheinbar auch der Auffassung, ähm, dass dieses, äh, also, anders gesagt, der Solmeck oder irgendeiner, der vor Ort war, ähm, hat auch gemeint, dass die Richterin gemeint hat, ihr fällt es wirklich nicht leicht, äh, nach all dem, was vorgefallen ist, dieses Urteil jetzt so zu sprechen. Also, man hat schon wahrgenommen, dass es auch für die Leute nicht einfach war, weil die wussten ja, äh, äh, dass jetzt jemand bestraft wird, der, sag ich mal, nicht zu 100 Prozent da eigentlich Schuld dran trägt. So, der, der ist da reingerutscht in diese Situation, hat sich provozieren lassen, ähm, auf der anderen Seite, was man ja zum Beispiel durch den einen Metal-Youtuber, den dunklen Parabelritter, erfahren hat, den Alex, ähm, war ja auch, dass sich dieser Winkler nicht mehr helfen hat lassen, ähm, er hat ja sogar ihm angeboten, ihm zu helfen, ähm, und er hat ja auch noch, er war ja bei ihm vor Ort gewesen, da gibt's dieses legendäre Video, ist, äh, das ist vom dunklen Parabelritter, wo er die Wohnung zeigt und den Hof zeigt und so weiter, äh, das hat er ja nur zugelassen, weil er halt auch selber Fan von dem ist, ähm, und, ähm, er hat ihm dann sozusagen off-camera, hat er ihm dann Angebote gemacht und wollte ihm helfen und so weiter, aber das Ganze hat er halt eben nicht wahrgenommen und ich könnte mir vorstellen, dass ihm schon so viele Leute helfen wollten, aber er das halt einfach ignoriert hat und das ist halt wahrscheinlich das, äh, große Problem auch bei der ganzen Geschichte gewesen. Ja, also ich, man kann jetzt drüber streiten, war das gerechtfertigt, natürlich muss man auch sagen, so wie er im Gericht aufgetaucht ist, äh, würde ich nicht vor Gericht erscheinen, das sorgt natürlich auch so ein bisschen für, äh, ja, ähm, nicht gerade für den besten Eindruck, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, ob der Eindruck ihm da jetzt was gebracht hätte, pff, weiß ich nicht. Ja gut, du willst halt, wenn es darum geht, doch eher, äh, dass der Richter dich für eine vernünftige Person hält, also, schlussendlich auf gewissen Instanzen, äh, kannst du dann halt auch irgendwann immer höher gehen, beziehungsweise, äh, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur so, so, so ein, so ein Hinterlandgericht gewesen wäre, ja, wo, wo es halt, keine Ahnung, um irgendwie einen, äh, nicht bezahlten Autoschart oder so was, was weiß ich, äh, gegangen wäre, ist es, äh, ist die personelle Sache doch mal, denke ich, noch mal wichtiger, aber es ist halt trotzdem offizieller Termin, wo du auch, äh, halbwegs, ähm, auf jeden Fall. Also, wo, wo, wo du auch, ich sag jetzt mal, den besten Eindruck von dir präsentieren willst, weil es geht ja dann trotzdem irgendwo um die Zukunft, das ist... Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass er halt wirklich auch ein psychisches Problem hat, ne, also, braucht man nicht drumrum reden, jemand, der sich so verhält, so provozieren lässt, äh, der ist, der hat ein Problem, definitiv, deswegen hoffe ich halt jetzt, dass er im Gefängnis, und da habe ich leider in Deutschland auch so ein bisschen meine Zweifel, äh, dass da Leute sind, die ihm halt wirklich helfen wollen, äh, und nicht nur, sag ich mal, Dienst nach Vorschrift machen, sondern da müssen halt auch Leute sein, die wirklich versuchen, und den wieder zu resozialisieren, ich möchte jetzt nicht allen Leuten, äh, zu Unrecht tun, da gibt es sicherlich auch super engagierte Leute, aber in den meisten Ämtern und so weiter sind halt leider Leute, die echt, ähm, nur das machen, was sie unbedingt unmittelbar unter Zwang machen müssen, so, sag mal's mal so, und, äh, das ist halt, äh, schwierig und da hoffe ich einfach für ihn, dass er sich da wieder resozialisieren kann, äh, und dass er auch kapiert, dass es keine gute Idee ist, somit wie er nach dem Gefängnis wieder rauskommt, und wahrscheinlich kommt er sogar noch früher raus, weil wegen guter Bewährung, also ich glaube jetzt nicht, dass der da irgendwelche großen, äh, Zicken macht da drin, also ich hoffe es mal für ihn, ähm, und dann kommt er auch früher wieder raus, und dann hoffe ich mal, dass er da wirklich jetzt mal, äh, die Chance nutzt und vielleicht, äh, eine Ausbildung oder irgendwie sich versucht da, äh, was aufzubauen einfach, und, äh, dann einfach halt komplett ohne Internet, ich meine, sind wir mal ehrlich, ist es kein großer Verlust, wenn der, äh, Drachenlord nicht mehr im Netz ist, weil den Content, den er gebracht hat, der war jetzt nicht gerade von großem Mehrwert, sag ich jetzt mal ganz arrogant hier, ähm, ist einfach so, also ich wüsste jetzt nicht, dass der mal Videos gemacht hat, wo man sagt, oh, das hat aber Unterhaltungswert oder Informationswert, ähm, das war halt einfach wirklich Trash, anders kann man es nicht sagen, also, ja, deswegen, wir hoffen mal das Beste, und, äh, zwei Jahre ist schon eine Menge Holz, aber wie gesagt, wahrscheinlich zu, äh, nicht zur Bewährung, aber mit guter Führung und so weiter wird das dann verkürzt, das Haus wird glaube ich jetzt verkauft, irgendwas habe ich da noch gelesen, also der soll, das soll dann auch irgendwie unter den Hammer kommen, wer das überhaupt noch haben will, ähm, aber, ja, genau, oder irgendwie so ein Truppenübungsplatz oder irgendwas, ja, gut, ich wollte gerade sagen, Hammelburg ist ja, Hammelburg ist ja in der Nähe, da können sie mal, wenn sie einen guten Artilleristen oder so haben, äh, schauen, ob sie, ob sie es bis rüber schaffen, ja, genau, oder als irgendwie so als, als Projekt für, für den Ortsverein oder irgendwas, keine Ahnung, aber egal, also für das Dorf ist halt wichtig, äh, dass da Ruhe einkehrt und man muss auch sagen, das waren ja wirklich Zustände, dass da auch die Nachbarschaft terrorisiert wird, die Leute dann beleidigt werden, die Nachbarn, wo man sich auch fragt, sag mal, äh, da hat, äh, Stern TV hat einen guten Beitrag dazu gemacht, den verlinke ich auch mal in den Shownotes, äh, wo sie auch mal wirklich alles in der Chronologie gezeigt haben, auch Nachbarn, die drunter leiden, dass da diese Hater vor Ort kommen, auch, äh, das ganze Thema, was halt alles schon vorgefallen ist und so weiter, das war erstaunlich neutral, muss man wirklich sagen, äh, während manche wirklich auf ihn eingedroschen haben, aber manche haben auch ihn nur verteidigt und Stern TV fand ich, war sehr, äh, neutral und hat beide Seiten gut beleuchtet, weil er hat natürlich auch viel Scheiße gebaut, muss man ganz klar sagen. Ja, klar, also ein unbeschriebenes Blatt, beziehungsweise komplett unschuldig ist der gute Mann nicht. Nee, definitiv nicht. Äh, was man da vielleicht noch dazu sagen kann, also in Deutschland habe ich zumindest ein halbwegs gutes Vertrauen in die Resozialisierung, ähm, wenn ich mir jetzt da angucke, was so teilweise in anderen westlichen Nationen wie in den USA oder so an, äh, äh, rumgeht, da kannst du ja, wenn du da mal im, im Bauland ist, kannst du ja eigentlich so gut wie deine Karriere abschreiben. Ähm, ja, ist in Deutschland jetzt nicht viel anders, aber vielleicht, äh, wird es ja doch noch mit irgendwo irgendwas. Ja. Also zumindest, äh, ist es jetzt nicht so, dass es da das komplette soziale Todesurteil wäre, wobei, ähm, dein Brachenlord, äh, ist glaube ich die komplette Vorgeschichte schon das absolute soziale Todesurteil gewesen, also von daher, wer ganz unten ist, kann nur noch nach oben fallen. Genau, man muss auch sagen, schlimmer kann es eigentlich nicht werden bei dem, äh, was, was jetzt das soziale, äh, Leben angeht, also ich glaube schon, dass das sowas bringt, ähm, ich kriege halt immer so mit, was, äh, was so, äh, Juristen erzählen, wie halt auch Felix, äh, da kriegt man halt viel mit, was halt im Justizsystem auch falsch läuft in Deutschland und so weiter. Wir hoffen mal das Beste und ich glaube halt, dass bei so einem Härtefall, dass man da vielleicht trotzdem ein bisschen anders damit umgeht und, ähm, ja, man weiß es nicht, aber ich gebe dir recht, also in, in manchen anderen Ländern möchte ich nicht im Knast landen, ich glaube, da kommst du dann auch krimineller raus, als du reingekommen bist, ähm, das, äh, ist nochmal eine andere Geschichte. So, ähm, jetzt habe ich überhaupt keine Überleitung zu dem nächsten Thema, vom Drachenlord zu Linux, äh, äh, mehr, weniger zu Linux, als eher zu anderen Kriminellen. Ja, genau. Also, es geht da drum, das war, äh, denke ich, wer sich, äh, also wer damit was zu tun hat, hat es, denke ich, mitbekommen und zwar wurde NPM, der Paketmanager, beziehungsweise Pakete von NPM korrumpiert. Also, vielleicht nochmal, um hier mal ein bisschen auszuholen, wer NPM nicht kennt, das ist ein Paketmanager für Node.js und wer Node.js nicht kennt, das ist, ähm, ein Konsolenbau- oder beziehungsweise ein Framework, äh, Tool, mit dem man mit JavaScript-Serverumgebungen und, äh, backend-mäßig JavaScript laufen lassen kann. Es ist so ganz cool, wenn man sich mit JavaScript auskennt, kann ich das jedem, der hier sich, äh, damit auskennt, aber Node noch nicht kennt, äh, mal empfehlen, sich mal einzuarbeiten. Da kann man relativ viel cooles Zeug mit machen. Ja, aber zurück, äh, dazu. Also, es wurde NPM-Pakete angegriffen und korrumpiert und zwar, es handelt sich um COA. Das wäre einmal das Command, also der Command-Line-Parser und RC, das ist, äh, der Configuration-Loader. Also, es sind zwei Pakete, aber auch nicht alle Versionen, sondern nur die Versionen, äh, von, na gut, die, glaube ich, können wir verlinken, oder? Oder soll ich die runterrattern, schnell? Nee, das verlinkt mal alles. Schaut lieber mal in die Show-Notes. Wollte gerade sagen, lieber mal in die Show-Notes schauen, mal das durchlesen, äh, also, wenn's da drum geht, vielleicht die Pakete mal austauschen. Ja. Ähm, was ich von dem Kollegen gehört hab, der sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, ist, muss wohl so gewesen sein, dass sie die korrumpierten Pakete für, ähm, Krypto-Main, also Kryptowährungs-Mining, äh, gehijackt haben. Also, dass da dann im Hintergrund, ähm, illegale Miner gelaufen sind. Das macht Sinn. Also, das gab's ja jetzt auch mit der Google-Cloud, also, da gab's einige Instanzen. Vor allem, ähm, kann man ja davon ausgehen, da das ganze Zeug ja Server, also Server-Tools und so weiter sind, dass du da dementsprechend potente Maschinen stehen hast, bei denen sich's dann auch lohnt. Ja, jein, sag ich mal. Vor allem musst du's ja nicht bezahlen, wenn du's als Malware irgendwo laufen lässt. Ja, trotzdem. Effizient läuft's ja meistens nicht, weil, ähm, die Server ja keine GPU haben. Klar, aber wenn du's als Malware, äh, bringst, klar, aber wenn du's als Malware laufen lässt, bringst du's ja weniger, wenn du's auf dem, auf dem Smart-Fridge laufen hast, der halt nur irgendwie so einen, so einen halben Taschenrechner als Rechenleistung hat. Wobei, es gab jetzt auch, äh, meinen Geschichten, die auf einem Router liefen irgendwie, also, die richtige Architektur hast. Ja, klar, wenn du's, wenn du's richtig machst, dann kannst du eh... Aber, klar, ich geb dir recht, also, nur, die Erfahrung zeigt halt, äh, Mining auf CPUs, äh, in der Cloud virtualisiert, bringt halt meistens recht wenig. Ist freilich relativ wenig, aber... Deswegen kriegen die meisten Hoster, also wir auch, äh, wenn unsere Kunden jetzt hier irgendwie Mining über VMs machen würden, Schnappatmung, also, weil es halt einfach erstmal Bullshit ist und zweitens mal deine Systeme unnötig belastet, ähm, also, kaum, da bringt man kaum nix raus, also, kaum was raus. Also, das meiste, was du brauchst, ist Strom, äh, aber wenn dann halt einer da auf die dumme Idee kommt, äh, deswegen bieten wir ja auch keine, ähm, für so Minecraft-Kiddies oder so VPSer an oder irgendwelche Server, weil wir da wissen, dass sowas passiert, sondern nur für Geschäftskunden oder halt für, für Leute, die wir, äh, schätzen, ähm, ja, aber das, das passiert durchaus und da gibt's immer wieder Berichte von Leuten, also, ich kenne ja Leute bei größeren Hostern, ein Ex-Kollege ist jetzt bei einem Hoster, äh, mittlerweile und, ähm, der hat dann auch Berichte davon, äh, dass, dass da gerne mal, ähm, auf den VPS-Systemen dann irgendwelche Mining-Tools laufen, ähm, wo dann der Hoster das natürlich sieht übers Monitoring und irgendwann mal sagt, du, 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 in AGB ist das verboten, ähm, und wir schmeißen dich da jetzt raus. Ähm, manchmal auch ungewollt, natürlich über Malware ist klar, ähm, das kommt dann auch mal vor. Naja, aber die Informationen zu dem Paketmanager in den Versionen und so weiter, alles natürlich in den Shownotes verlinkt, ich habe ja vorhin auch unsere neue Website erwähnt, äh, da werdet ihr auf jeden Fall fündig, bei jeder Folge immer, da stehen die ganzen Shownotes, die ganzen Links und da findet ihr auch die ganze Geschichte. Ja, ähm, wir hatten ja gerade über Cloud gesprochen und über Migrationen auch, nicht ganz, aber die Telekom migriert, anders gesagt, äh, ihre Magenta Cloud, ähm, das ist so ein Ding wie Dropbox oder, was weiß ich, OneDrive, Google Drive, was die Telekom hostet, ähm, und das ist irgendwie merkwürdig, wie die Telekom das migriert, finde ich zumindest. Ja, genau, das war unter anderem auch ein Grund, warum ich das Thema mit aufgenommen hatte, ähm, genau, die Magenta Cloud ist jetzt schon ein bisschen her, ist, ähm, migriert worden und zwar, äh, irgendwie auf ihr neues internes System, man, äh, musste als, äh, Telekom, äh, Nutzer seine Daten bis zum 5.12. sichern und ab 6.12. gab's dann drei Tage lang keinen Zugriff auf die Cloud, also weder hochladen noch runterladen von Bildern, Daten oder was auch immer da hochgeladen war, ähm, es war also kein Zugriff möglich und, ähm, dazu kommt noch, dass sämtliche, ähm, Daten, die vorher verschüsselt abgelegt waren, also Kunden, die quasi, ähm, Verschlüsseln genutzt haben, mussten ihre Daten komplett runterladen und manuell wieder hochladen, weil's anders wohl irgendwie nicht funktioniert und dann da eben wieder, also runterladen, entschlüsseln, verschüsseln, hochladen und, ähm, ja, ist schon irgendwie ein bisschen komisch, auch drei Tage Downtime bei sowas, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen mutig, ich meine, okay, die Magenta Cloud ist jetzt nichts, glaube ich, was, äh, hunderte Millionen Menschen nutzen, aber ist irgendwie, also normalerweise würde ich, würde man ja immer versuchen, möglichst geringe Downtime oder man macht das nachts oder so oder keine Ahnung, aber das ist schon ein sehr komisches Vorgehen, auch zu sagen, jo, drei Tage ist quasi der Stecker gezogen. Das zeigt vielleicht auch, wie unwichtig diese, äh, Genda Cloud wirklich ist, ähm, dass auch bei der Telekom die Leute sagen, scheiß drauf, die paar Hanseler, die da das Ding nutzen, ich hab noch einen kostenlosen Account, ich hab da auch eine E-Mail bekommen, ich hab das vor Jahren mal irgendwie benutzt für irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, da ist auch nix mehr drin, ähm, deswegen hab ich auch nix gemacht, aber, ähm, interessant, also dieses, äh, Genda Cloud, ich werd's mir mal wieder angucken, weil das muss wohl jetzt auch eine neue Oberfläche geben, ähm, aber vielleicht ist es, äh, für den einen oder anderen interessant, mal sich das anzuschauen, äh, keine Werbung ausdrücklich jetzt, ähm, wer in Deutschland irgendwie so einen Cloud Storage braucht, ähm, da gibt's ja auch von einem anderen großen Konzern, ähm, eine Lösung, die nennt sich, glaub ich, High Drive, äh, äh, und es gibt zum Beispiel auch die Magenta Cloud. Naja, ähm, gucken wir mal, bis jetzt scheint's ja zu funktionieren, sonst hätte man noch gelesen, irgendwie Daten von Magenta Cloud abhandengekommen, ähm, ich hab aber noch ein anderes Thema, ähm, was das, äh, Thema, ähm, Security mal wieder betrifft, ähm, nämlich das Thema Smishing ist jetzt aufgekommen, äh, was ist denn Smishing? Das hat, äh, ich weiß nicht, ob das das BSI erfunden hat, da geht's jetzt konkret um irgendwelche, ähm, SMS, die jetzt rumgeschickt werden, die dann wiederum auf Malware verlinken und, äh, in der Regel, oder in der Regel waren es jetzt immer solche Sachen wie, ähm, DHL oder FedEx, äh, Postbenachrichtigungen, ähm, und das ist wohl eine Geschichte, die jetzt sehr viel mit, ähm, ja, ähm, Android-Malware, ähm, rumgeht, aber auch, muss man sagen, ähm, Apple-IOS-Geschichten und da gab's auch Fälle, ähm, zum Beispiel wurden da irgendwelche, ähm, Kalender verschickt, äh, und innerhalb des Kalenders, also du hast anders gesagt, du kannst bei Apple im Kalender über CalDARF heißt es, glaube ich, äh, kannst du, äh, andere Kalender abonnieren, so. Und dann haben die diese, also eigentlich ganz geschickt, dann haben die dir einen Link zu einem Kalender geschickt, den viele Leute sich dann bei ihrem persönlichen Kalender hinzugefügt haben und haben dann einfach Werbetermine eingestellt. Und du hast dann irgendwelche Termine bekommen, wo irgendwelche Werbelinks oder Phishing oder irgendwas drin waren, äh, das hat auch gut funktioniert, ähm, übrigens, da gibt's auch, also wer jetzt, äh, als Business, äh, ähm, Kunde oder Administrator hier unterwegs ist, da gibt's ganz interessante, ähm, Lösungen, wie man zum Beispiel auf seine Office 365-Umgebung sowas unterbindet, wenn Leute, ähm, sich so ein Ding reinhängen wollen, also in ihr Outlook zum Beispiel reinhängen wollen oder ins Teams irgendwie, am besten noch in ein, ein Teams-Team, damit möglichst viele Leute so einen, so einen Scheiß bekommen, ähm, ähm, also da gibt's Lösungen für, das ist nur mal am Rande, ähm, aber da nochmal die Warnung, also da gibt's im Moment sehr viel, was rumgeschickt wird, da sollte man ein bisschen genauer hingucken, äh, was man denn da für, äh, SMS bekommt mit irgendwelchen Links drin, ähm, das sind teilweise echt, äh, ja, gefährliche Sachen auch dabei, also auch Thema Malware, also nach wie vor bin ich der Meinung, auch unter Android oder gerade unter Android sollte man sich auch einen AV auf das Ding laden, das, dieses Google Play Store Zeugs, also natürlich prüft Google teilweise mal mehr oder weniger gut die Apps, ähm, aber man kommt einfach nicht um eine AV-Lösung auf dem Android-Smartphone herum, außer man, äh, ist das sehr, sehr gewissenhaft und, äh, ist das sehr hinterher, aber, äh, teilweise gibt's auch die Fälle, dass, äh, irgendwelche, ähm, Apps übernommen werden und irgendwelche verseuchten Updates dann rausgeschickt werden und, äh, auch mittlerweile, ähm, Botnetze laufen sehr viel mit Android-Smartphones, also, wie gesagt, vorsichtig sein und, äh, wir haben auch mal einen Artikel verlinkt, da sind ein paar Beispiele drin vom BSI, ähm, muss man sagen, mal wieder gute Arbeit, also, es gibt sehr wenige Ämter, die wirklich bei mir, ähm, aus meiner Sicht gute Arbeit machen und das BSI hat in den letzten Jahren wirklich sehr viel aufgeholt, natürlich sind die noch nicht da, wo man in der freien Wirtschaft bei irgendwelchen, äh, Sicherheitsunternehmen ist, aber sie haben wirklich mittlerweile sehr viel aufgeholt, machen sehr viel Informationsarbeit, äh, und da gibt's ab und an auch mal wirklich gute Artikel zu solchen Sachen. Gut, ähm, ja, Artikel gibt's da auf der Plattform weniger, äh, ich red von Facebook, ähm, ähm, sondern sehr viel komische Leute teilweise, ähm, und, äh, auch der CEO von Facebook ist mir teilweise auch ein bisschen schleierhaft oder rätselhaft und ein bisschen komisch unterwegs und jetzt wurde scheinbar auch, äh, bei Facebook ein Rebranding, würde man sagen, der Hipster würde das so sagen, äh, vorgenommen und scheinbar gibt's da auch jetzt schon wieder Ärger damit. Genau, und zwar, ähm, gibt's ja jetzt Meta, beziehungsweise Metaverse, Facebook hat das Ganze ja vorgestellt und, ähm, da ist Folgendes passiert, und zwar ein Berliner Medizin-Startup ist ungefähr aus allen Wolken gefallen, als die die neuen, ähm, ja, das neue Rebranding von Facebook zum Meta mitbekommen haben. Die Firma heißt, ähm, New Sense Lab und das neue Logo, was, ähm, Mark Zuckerberg stolz präsentiert hat, ähm, ist quasi eins zu eins eine Kopie, eine Kopie ihres Firmenlogos, also M-Sense heißt diese App wohl, ist eine Migräne-App und, ähm, das einzige Unterschied ist, der Schwung ist ein bisschen anders und das Ganze ist halt grün. Das Problem bei der Sache ist jetzt, natürlich könnte die Firma, deren Branding seit Ende 2020 existiert, ähm, die Firma Facebook beziehungsweise dann eben Meta verklagen, aber das ist halt eher unwahrscheinlich, dass man damit durchkommt, vor allem, ähm, ist die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wohl nicht groß genug, hat ein Fachanwalt gemeint und außerdem hat die Firma dann selber auch gesagt, das Problem, was sie halt sehen ist, eigentlich ist dieses Logo für sie versaut, denn, ähm, bei ihrer Gesundheits- beziehungsweise Migräne-App geht's ja, ist ja Datenschutz auch ein großes Thema und das ist ja quasi genau das Gegenteil von dem, was Facebook oder das Metaverse oder was auch immer eben, äh, sein wird oder ist oder war oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine und deswegen haben sie sich dazu entschieden, dass sie tatsächlich jetzt ihre Firma rebranden, weil einfach dieses Logo für sie verbrannt ist und sie es nicht mehr nutzen können, haben aber das Ganze noch für einen ganz coolen PR-Stand auf Twitter genutzt und zwar haben sie da, ähm, eine Veröffentlichung gemacht, eben mit ihrem Logo M-Sense, darunter das Meta-Logo und, ähm, dann drunter stand newer, where you go low, we go high, where you go low, we go high, Hashtag Data Privacy und haben da gemeint, ähm, ja, vielleicht ist ja Meta auch inspiriert bei unseren Datenschutz-Procedures und handelt das genauso. Genau. Ist zwar schade, aber was willst du machen? Was machst du, genau, was machst du, wenn so ein Konzern, äh, dann irgendwie dein, dein Logo klaut und vor allem, äh, du hast vielleicht wahrscheinlich auch nicht die juristischen, finanziellen Möglichkeiten, um gegen so einen Großkonzern vorzugehen? Also das ist schon schwierig. Ja. Dazu auch noch eine kleine Sache, den Artikel habe ich leider nicht mehr gefunden, aber, äh, es muss wohl auch in Amerika, in Silicon Valley noch eine andere Firma zu der Zeit gegeben haben, die Meta hieß, irgendwie Meta Technologies oder irgend so was, ähm, kann gewesen sein und witzigerweise, ähm, könnten die Facebook, oder Meta in dem Fall jetzt verklagen, was sogar relativ, äh, erfolgreich wäre wahrscheinlich sogar, da, äh, die, also das vorherige Meta wohl schon die Markenrechte an dem Namen hatten und eben auch in derselben Branche, da ja Meta durch diese Zusammenlegung dann auch in diese ganze wie, ähm, was haben die, glaube ich, Oculus Rift? Ja. Und so weiter mit unter sich vereint und der andere Meta auch ein, äh, Hardwarehersteller gewesen oder ist, dass das wohl, ähm, da relativ hätte erfolgreich, äh, hätte relativ erfolgreich sein können. Also da habe ich einen Artikel mal gefunden gehabt, aber den habe ich mal irgendwo in der Mittagspause gelesen und vergessen, euch zu schicken. Ja, ja. Ähm, also da habe ich zumindest was mitbekommen, dass das wohl, äh, da auch nochmal sein könnte, ob die sich jetzt außergerichtlich geeinrichtet haben oder ob jetzt dann, keine Ahnung, irgendwie CEO von Meta Technologies demnächst mit dem Gesicht nach unten in der Bay Area schwimmt, ist, äh, ist die andere Frage. Dazu habe ich dann mal irgendwann eine witzige, äh, eine interessante Überschrift gelesen, wo ich, äh, seit Jahren drüber predige, äh, dass ja in, äh, irgendwelchen Cyberpunk, äh, Alternativgeschichten irgendwelche Riesenkonzerne immer bisher, äh, Fiktion waren, aber so Riesen wie, äh, die jetzt eben Meta und Google schon lang, lang eigentlich, äh, real sind. Also von daher vielleicht nochmal das so als kleiner Seitenhieb. Ja, also, ähm, dafür, dass man, ähm, kommt dann nochmal, äh, in Bezug, wenn wir dann die Videotipps am Ende haben, ähm, dafür, dass man am Anfang das Internet oder allgemein alles sehr dezentral aufbauen wollte und, äh, sind wir mittlerweile schon sehr zentralistisch unterwegs und haben halt einige wenige Große, die halt irgendwie alles, äh, ja, steuern, regulieren und, und auch den Markt so, äh, äh, übernommen haben. Das ist eigentlich ein bisschen schade, auch wenn wir da immer so ein bisschen versuchen dagegen zu halten, aber, ähm, und möglichst wenig von diesen großen Dingern nutzen, aber manche Sachen gehen halt nicht anders, wie jetzt hier YouTube. Also wir sind ja auch auf YouTube. Ja, warum? Weil bringt halt nichts, nur auf Dailymotion zu sein. Oder auf Vimeo oder so, weil dann nimmt dich halt niemand wahr. Oder siehst ganz einfach mal, was, äh, mobile Hardware angeht. Also, du hast ja eigentlich kein andere, also kein groß andere, äh, Wahl anstatt ein Android- oder ein Apple-System zu kaufen. Natürlich gibt's noch solche Späße wie PinePhone oder, äh, was vor Jahren mal probiert wurde, Ubundu-Phone oder sowas, aber das ist halt alles für die Tonne, weil es halt, ah, kein Ars benutzt und es auch irgendwie nicht ankommt. Es hat ja auch Microsoft mit ihrem, äh, Nokia-Zeug versucht und sind damit glorisch auf die Fresse gefallen. Was ja teilweise nicht mal so schlecht war, ne? Also da war ein Ubuntu-Phone definitiv schlechter als das Microsoft-Windows-Phone. Aber sie haben es halt irgendwie nicht geschafft, da den, den Fuß in die Markt-Tür zu bekommen. Das klappt ja jetzt mit Windows 11 besser mit den Android-Apps. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Naja. Ja. Ja. Ähm, gut, also das ist mal wieder typisch Facebook, äh, dieser Konzern wird mir immer unsympathischer. Das geht weiter auch mit, mit Instagram, was da so abgeht teilweise und, äh, ich weiß nicht. Was willst du auch davon erwarten, wenn der CEO ein, äh, Android- oder Ex-Mensch ist, also. Ja, gut. Ähm, Merkel ist das ja auch, also von daher. Ja, ja, das, äh, das sind alle, alle, die nicht deiner Meinung sind, das sind, äh, alles Android-Echsen-Menschen. Dazu immer noch, äh, witzige Theorie von mir, wenn die Erde hohl ist und gleichzeitig flach, ist es dann eher wie so eine Galzone oder wie so eine, wie so eine Apfeltasche. Ach man, jetzt hast du mir hier, jetzt hab ich Hunger. So. Ähm, ja, von, äh, Facebook zu anderen kritischen Sicherheitslücken, ähm, wie zum Beispiel der Log4J, oder wie spricht man das aus? Genau, äh, Log4J, ja. Ja, Log4J ist ein Java, also Java, eine Java-Bibliothek. Äh, hier nicht zu verwechseln mit JavaScript. Äh, wer, wer das in meiner Anwesenheit nochmal, äh, oder mal verwechselt, dem bin ich böse. Ähm. Es gibt viele, die das machen. Also, ich hab neulich erst wieder die Aussage gehört, ja, im Internet auf der Website läuft Java und ich so, Gott, dabei war es Java-Skript, das war kein richtiges Java. Das ist was komplett anderes, Leute. Ähm, nee, aber jetzt zurück zum, äh, zum Thema. Da gibt's eine Gefähr-, oder gibt's ein ziemlich gefährlicher, äh, ähm, Schnittstellen-Exploit. Da, äh, ist wohl so, dass man in diese Log4J-Bibliothek, äh, gefälschte, gefälschte Anfragen schicken kann, mit denen man dann wohl doch irgendwie Zugang zu gewissen, äh, Konten und Dinge bekommt. Ähm, ja, wer benutzt sowas? Apple, Twitter, Steam, Amazon, also, äh, Java ist ja weit verbreitet. Ähm. Was aus meiner Sicht halt sehr gefährlich ist, zum Beispiel, ähm, wenn jetzt so ein System, was ja auch bei vielen Großkonzernen im Einsatz ist, ähm, an ein LDAP angebunden ist, zum Beispiel, also Active Directory oder OpenLDAP oder irgendwie sowas, dann kann man darüber halt auch wiederum den Verzeichnisdienst angreifen. Das wurde auch in so einem Pentesting oder POC wurde das auch mal, äh, ausprobiert. Und das ist halt auch eine, eine brandgefährliche, gefährliche Geschichte, wenn ihr sowas im, also im Firmenumfeld im Einsatz habt, ähm, so ein System, was dieses, äh, diese Lücke, für diese Lücke empfänglich ist, äh, und dann auch in der Active Directory hängt, dann kann das halt richtig nach hinten losgehen. Und, ähm, da empfehle ich halt auch bei solchen Geschichten immer noch eine Web-Application-Firewall zusätzlich vor diesen Web-Diensten zu haben, die im Netz hängen. Äh, weil wenn ihr Glück habt, äh, dann wird sowas halt über die Web-Application-Firewall schon weggeblockt, bevor das überhaupt auf dem System, was vielleicht auch nicht immer gleich patchbar ist, äh, überhaupt Wirkung entfaltet. Und, ähm, das ist vielleicht so ein Tipp, den ich generell habe. Ähm, ist nicht sogar auch Minecraft betroffen? Ich glaube schon, ne? Irgendwo habe ich da was gelesen. Ähm, Cloudflare ist auch dabei, die iCloud, Steam ist dabei. Naja, also da hat's ganz schön, ganz schön reinkagelt, weil Java halt auch, ja, auf allem und ein Smart-Toaster läuft. Ja, es ist bequem, muss man halt wirklich sagen. Java-Skript macht Spaß. Naja, äh, Java... Schnappen! Das ist ein Unterschied. Das ist hier ein Unterschied, ähm, ja, das sieht man gleich wieder, da kommt hier so eine Vene bei mir auf der, auf der Stirn durch. Ähm, nee, aber, äh... Das war mal gerade Absicht. Ähm, das will ich für dich hoffen. Ähm, ja, äh, ja gut, ist ja auch jetzt nichts Böses dabei, wenn du, wenn du was hast, wo es funktioniert und du es auf allem Möglichen ausrollen kannst. Aber da muss man halt auch, äh, dahinterher sein, dass wenn sowas mal rauskommt, dass du eben halt, ach, mal deine Glühbirne patchen musst, wenn das in dem Fall drin hängt. Es muss halt auch vorgesehen sein, dass sowas halt auch gepatcht werden kann. Wie gesagt, da kannst du mal ganz böse in Teufelsküche kommen, wenn halt eben die Kaffeemaschine im Büro dann eben nicht patchbar ist und dadurch halt dann, keine Ahnung, der berühmte schwarze Van vom Parkplatz aus, äh, sich dann in das System einwählen kann. Es ist halt auch wieder, äh, je nachdem, wie groß die Firma ist, lohnt es sich jetzt, dass ich da wieder mit dem Auto mal dort campiere und mich da dann einwähle. Aber irgendwann bringt es vielleicht mal was. Also von daher auch immer Augen auf bei, äh, bei so Zeug. Genau. Also da kann man auch jetzt nochmal, um aktuell mal so einen Tipp rauszuhauen, man sollte, wenn man einen Server am Start hat mit Apache Hintergrund, dass man den halt einfach mal patcht. Das wäre ja nicht verkehrt. Ähm, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Lücke dann mit rausgepatcht wird. Muss man ja mal ganz klar sagen. Also patchen hilft. Äh, kommen wir später in der Sendung noch dazu. Unsere Rubrik Achtung Update. Gibt es diesmal einiges. Da ist auch Apache mit dabei. Und, ja. Ansonsten gibt es ja noch, äh, wenn man jetzt mal beim Thema Internet bleibt, äh, es gibt ja im Internet auch die Möglichkeit, äh, die ist essentiell, damit das Web so funktioniert, wie wir es kennen, äh, Domains aufzulösen. Und das Ganze nennt sich DNS. Und, äh, da gibt es zum Beispiel auch Dienste wie Cloudflare, aber es gibt auch noch IBM und den dahinterliegenden Quad9 DNS Resolver, den aber, glaube ich, auch nicht nur, ähm, IBM mitbetreibt, sondern auch noch andere Unternehmen. Und da gibt es jetzt scheinbar eine sehr, äh, sehr bewegende Entscheidung an einem Landgericht, äh, weil da geht es nämlich da drum, äh, scheinbar um Urheberrecht auch, oder? Ja, genau. Es ist mal wieder, ähm, ja, Sony gegen den Rest der Welt so ungefähr. Äh, Sony sieht seine Urheberrechte von einem US-Musiklabel verletzt und hat deswegen beim Landgericht Hamburg, rein zufällig natürlich wieder in Hamburg, wo man ja sehr offen, äh, oder sehr, ich sag mal, sehr pro solcher Anträge entscheidet, hab ich das Gefühl, äh, haben da eben, äh, äh, versucht gegen Quad9 vorzugehen, also eben den DNS Resolver Quad9, der von einer gemeinnützigen Stiftung betrieben wird, unter anderem auch mit IBM zusammen, ähm, die sitzen nebenbei in der Schweiz. Es geht darum, wie gesagt, die sind ihre Urheberrechte von dem US-Musiklabel verletzt und sind wohl, ähm, bei dem Urheberrechtsverletzer selber nicht weitergekommen, ähm, dass eben diese Seite oder was auch immer, ähm, vom Netz genommen wird oder das Ganze gesperrt wird. Deswegen haben sie sich gedacht, ha, wir sind ganz klug, wir gehen einfach zum Landgericht und, äh, schwärzen einfach den DNS Resolver an, der die Seite auflöst, ähm, dann muss der einfach die Seite quasi sperren, beziehungsweise halt den DNS Request ins Leere laufen lassen. Natürlich hat man sich dafür Quad9 gesucht, weil gegen Cloudflare oder Google DNS ist es, glaub ich, nicht so geil, äh, irgendwie Eisschlecken vor Gericht und der Quad9 ist halt dann deutlich kleiner. Und, ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass die jetzt, ähm, so wie ich das verstanden habe, in der Urteilsverkündung, ähm, Sony Recht gegeben haben, was natürlich eine krasse Sache ist, weil, jetzt muss man mal überlegen, somit hat ja der Antragsteller, in dem Fall der Urheberrechtsverletzte, die Möglichkeit, vielleicht auch, äh, bei anderen DNS Resolvern, wenn es ja schon ein Urteil zu gibt, solche Seiten sperren zu lassen. Und das ist halt generell auch einfach schwierig, dass, ähm, irgendwie ein Konzern, ich sag mal, die Hoheit hat, im Internet irgendwelche, ähm, zu irgendwelchen Sperrungen zu führen. Also, das hatten wir auch schon mal im Tech Talk, da hatten wir ja so eine komische Initiative, die ja irgendwie für, äh, ich weiß nicht, irgendwie auch mit der Telekom zusammen oder so. Telefonica, Telekom, Telefon, die haben sich da irgendwie zusammengeschlossen in so einem komischen Verein. Ja, irgendwas mit Internetsicherheit oder ich weiß es nicht genau. Ja, das war so ein ganz komischer Name und, äh, mit, äh, mit verschiedenen, ähm, Rechteinhabern und so weiter. Genau. Und das war alles so ein ganz komisches Konglomerat. Genau. Und das ist ja da quasi jetzt recht ähnlich, sag ich mal. Jetzt geht's hier darum, ähm, ich sag mal, die Analogie kann man vergleichen, ähm, dass im Prinzip der Zusteller des Telefonbuchs die Nummer des Anschlusses schwärzen muss, ja. Also, was halt totaler Blödsinn eigentlich ist. Und, ähm, das ist halt irgendwie schon ein herber Fall. Vor allem, was halt, ähm, auch noch krasser ist, was ich jetzt gerade noch durchgelesen hatte. Ähm, also Sony hat gerade mal zwei, äh, E-Mails an Quad9 geschrieben. Ja, ihr müsstet es übrigens machen. Und dann, äh, haben sie wohl denen eine Mahnung oder was auch immer geschickt oder eine, ähm, ähm, na, wie heißt das nochmal? Eine Unterlastungserklärung. Ja. Genau. Und, ähm, lustigerweise sagt auch die Firma, beziehungsweise diese Stiftung, die dahinter steckt, äh, sagt, die sind bei uns gar nie angekommen. Also, das ist sowieso schon total absurd. Und, ähm, auf jeden Fall wird Quad9, ähm, in Berufung gehen und das Ganze, ähm, ja, quasi wieder vor Gericht bringen. Ähm, weil man auch einfach nicht möchte, dass dieses Widerspruchsverfahren, so wie es jetzt ausgegangen ist, ähm, ich sag mal, den Weg ebnet, dass Firmen wie Sony bei anderen DNS-Resolvern solche Sachen durchbringen und Seitensperrungen erwirken. Weil das ist ja auch, ich sag mal, ein ziemlicher Eingriff ins Internet. Ja. Und die müssen sich halt, das ist meine Meinung, einfach um den Ursprung, also um den Urheberrechtsverletzter kümmern. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber dann zu sagen, ja, wir machen das über DNS-Sperren, ähm, schwierige Sache. Ja, zumal eine DNS-Sperre ja auch, äh, wenn man es mal technisch sieht, nicht wirklich die effektivste Möglichkeit ist. Ja. Ja, und vor allem, ähm, man, wie soll ich sagen, das ist, äh, man bestraft wieder Leute, die einfach nur Infrastruktur bereitstellen. Ich meine, ich bin ja jetzt hier mit, mit Kurs OfferU Services sind wir ja in der gleichen Situation. Wir stellen ja, ähm, Server-Ressourcen für, ähm, Kunden bereit. Und, ähm, wir müssten ja dann auch haften, wenn Kunde bei uns irgendwie über einen DNS-Resolver eine Urheberrechtsverletzung, äh, begeht. Weil wir stellen natürlich auch im Rechenzentrum für unsere Cloud-Kunden eigene DNS-Server bereit. Ja, sind wir denn da auch dann in der Haftung oder was? Also, das ist absurd. Das ist einfach völliger, völliger Nonsens, da auf den Resolver zurückzugehen oder auf den Provider allgemein. Ähm, also ich halte das immer noch von, äh, für sinnvoll, was ja vor Jahren mal entschieden wurde mit dieser Störerhaftung, dass man sagt, hey, der Provider, der kann nichts dafür, der stellt nur den Zugang ins Internet bereit. Ähm, und wenn der Kunde da scheiße baut, dann muss der Kunde dafür haften. Und, ähm, ich sag mal so, bei Urheberrechtsverletzungen vielleicht auch die Leute, die diese Urheberrechtsverletzungen oder die diese Daten als Urheberrechtsverletzung im Internet bereitstellen. So, also irgendwie, was weiß ich, ich nenne jetzt keine Namen hier, aber ihr wisst alle, die besagte Börse diesmal gab oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt äh, und solche Seiten, die halt wirklich dazu beitragen, solche Sachen bereitzustellen, dass man da rangeht, aber nicht die Leute, die die Daten durchleiten. Also irgendwann wird der DZX verklagt, weil er irgendwelche Daten äh, durchleitet, äh, durchs Internet oder die Telekom. Also was für ein Bullshit. Das kann ja wohl nicht sein. Da kannst du ja noch weitergehen und keine Ahnung, irgendwie, äh, da in Frankfurt einen Backbone-Knoten dicht machen, weil, äh, da illegaler Traffic drüber läuft. Das ist, äh, genauso kann ich, wenn ich, kann ich, äh, nicht BMW verklagen, wenn jetzt damit jemand einen auf der Straße umfährt, weil die hätten ja das Auto so bauen können, dass da nichts passiert. Also diese, diese Gedankengänge, ich meine, ähm, wir haben jetzt hier keinen Juristen mit in, ähm, in unserem, äh, in unserer Konferenz hier, aber das wäre, also für einen Juristen ist das, glaube ich, auch teilweise, gut, ich sag mal so, die Juristen verdienen daran ihr Geld, ne? Also man möchte niemandem was unterstellen, aber die, äh, Juristen sind in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall irgendwie arbeitslos, weil es gibt immer irgendwas, was neu aufkommt. Ja, das ist ganz in die Sonne. Ja, eben, also das wird ja eher alles komplizierter und, äh, da gibt's aber auch, äh, Juristenmangel, also wenn man sich, äh, mal unterhält, auch mit Felix oder so, äh, es werden so viele Juristen gesucht, so viele können gar nicht nach, äh, wollte ich das sagen, produziert werden. Das ist, ähm, so viele können gar nicht, äh, das schaffen, äh, was vielleicht aber auch dazu führen könnte, dass das, äh, Studium leichter wird. Man weiß es nicht. Bei den ITlern ist es ja mittlerweile soweit, sag ich mal, dass, äh, man mittlerweile sagt, man bäckt da kleinere Brötchen, äh, dass auch Leute, die jetzt nicht so intelligent sind, dass die dann, oh, böse, ähm, aber dass auch Leute, die ein bisschen einfacher gestrickt sind, in dem Bereich kommen, was natürlich Leute, die ein bisschen tiefer drin sind, zur Weißglut irgendwann treibt, aber, mei, äh, die Leute werden halt gebraucht, ne? Ich meine, IT-Branche, die ächtst nach Personal und, äh, wenn wir das nicht machen, dann wird's nach Indien, äh, verlagert. Ist auch nicht gerade gut, äh, für unsere Wirtschaft. Gut, jetzt kommt der FDPler in mir durch. Ich glaube, wir sollten weitermachen, äh, mit dem anderen Thema, ähm, so, jetzt ist gerade meine, mein Browser hier eingefroren. Ne, da ist er wieder. Ähm, genau, ähm, Digitalisierung, das Stichwort. Wenn Leute mal, äh, selbst die Digitalisierung in die Hand nehmen wollen in Deutschland, dann ist das oftmals echt schwierig und es geht sogar so weit, dass irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht. Glaubt ihr nicht? Dann, äh, passt jetzt mal auf. Ja, also, äh, als ich den Artikel zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber, ähm, es ist es. Und zwar ist es da wohl vorgekommen, dass eine Schule eine App zur Verfügung stellen oder stellen wollte, die aber halt, wie es meistens mit staatlicher Software ist, ähm, gelinde gesagt, misst es. So, jetzt hat sich dann da ein Familienvater dazu entschieden, ich baue das Ding selber um. Und hat dann angefangen, da die Schnittstellen reverse zu ingenieren und, äh, also, was da abgegangen ist, ist keine kleine technische, äh, Errungenschaft gewesen. Also, der Mann hat Ahnung, würde ich jetzt mal behaupten. Also, das ist jetzt nichts, was du mal so am Wochenende machst. Es sei denn, also, es kann schon mal sein, dass du es am Wochenende machst, aber dann bist du, keine Ahnung, beim CCC oder so. Ähm, ja, und, äh, das Ganze wurde dann auch für einen Euro in einem Appstore angeboten, weil halt laufende Kosten für Server und so weiter gedeckt werden mussten. Ja, und der Schule beziehungsweise im Start hat es wohl, oder, nee, ich glaube, die Schule, die Schule hat das Ganze, ähm, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, beziehungsweise das drüber richtig gelesen habe, äh, die Schule hat das Ganze wohl angeleitet, weil nämlich auch die Bewertungen der App, äh, also, die, die eigentliche Schule waren mit 1,2 Sterne und die Privat-App mit 4,2 bewertet. Und, äh, die Schule hat dann auch angeleiert, dass gegen den Vater rechtliche Schritte eingeleitet werden. Und es ging dann sogar so weit, dass dahin, dass da Cyberkriminell, also Cyberkriminalitäts, ähm, Ressourcen der Polizei für eingesetzt wurden, um eben die, äh, App zu untersuchen, dem Vater seine Server zu untersuchen, weil die halten sich ja da um ganz, ganz, äh, private Daten und von Kindern und sowieso. Äh, Datenschutz, hallo. Ja, ja, ist, ist klar, also, es ist auch nicht böse, also, soll jetzt auch nicht böse klingen, aber... Ja, ja, ist... Ähm, in dem Zusammenhang klingt, glaube ich, egal, was man sagt, äh, irgendwie böse. Ähm, ja, und das Ganze auch, ist wohl auch so, dass da keine Bedenken dabei rausgekommen sind, also, dass das alles konform läuft und da auch mehrere Mitarbeiter, 40 Leute jetzt an der App mitarbeiten. Ähm, ja, dieser ganze Beitrag liest sich auch so ein bisschen wie verletztes Ehrgefühl der Schule. Ähm, wie gesagt, ich bin ja bei sowas eher, äh, Wirtschaftler beziehungsweise Söldner und hätte gesagt, okay, äh, stell den Vater an, bezahl den und, äh, das Ganze hat sich gegessen. Mhm. Und, ähm, sowas ist halt eher immer das Drysend-Effekt in Reinform. Wenn ich mich da noch groß gegen auflehne, ey, Leute, ihr macht euch damit keinen, tut euch damit keinen Gefallen. Nö. Also, äh, das Internet vergisst nie. Ja, bei sowas vor allem nicht. Also, das Internet ist, wenn ich was in meiner Zeit im Internet gelernt habe, meistens für den kleinen Mann oder, 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 für den, für den Außenseiter, äh, ganz gern mal, ähm, ganz gern mal für sprechen, egal ob die Person jetzt Recht hat oder nicht, beziehungsweise, äh, oder schießt ganz gern mal gegen größere Organisationen. Ja. Und, ja, also, das sind Schlachten, die man nicht gewinnen kann. Es, äh, also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das sehe, dass du die gewinnst. Entweder du stellst den an und lässt alles, also, alles unterm Teppich fallen irgendwie. Oder du, äh, baust halt einfach dein Produkt besser, weil, also, das sind so die zwei Möglichkeiten. Entweder, also, das ist halt, ähm, play stupid games, win stupid prizes. Wenn ich, wenn ich Mist baue, kommt klar am Ende dabei Mist raus. Und man muss sich halt, äh, darüber im Klaren sein, dass es in Zeiten des Internets viel Information gibt, wo sich Leute darauf zugreifen können. Das ist bei keinem anderen Produkt anders. Also, wenn ich ein mistliches Produkt baue, funktionieren es vielleicht die ersten paar Monate, bis das irgendjemand rausfindet, dass das halt elektro- oder produzierter Schrott ist. Ja. Was soll man dazu noch groß sagen? Ja, also, ähm, wie gesagt, ähm, Leute, versucht mit den Behörden zu arbeiten, nicht gegen die Behörden. Das wird schwierig. Das, ähm, merkt man spätestens, wenn man sich mit dem Finanzamt anlegt, ähm, und, äh, es wird auch schwierig, äh, wenn man sowas halt macht. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, gut gemeint ist auch nicht immer, äh, oder, wenn man glaubt, man ist im Recht, dann ist man es vielleicht gar nicht. Na, aber das ist halt immer so die Geschichte. Der ist jetzt auch ein bisschen schlauer. Er hat es ja wirklich gut gemeint. Er hat scheinbar echt viel Ahnung, ähm, ja, und jetzt mal gucken, wie das ausgeht. Fand ich sehr bemerkenswert. Aber das könnte ich mir auch in Deutschland vorstellen, so eine Geschichte. Also, nicht nur in Schweden. Gut. Ja, schreiben sollten wir vielleicht noch. Gut, ähm, dann haben wir noch das Thema IPv4, ähm, bald mehr wert als Gold. Da hatten wir schon im Teaser drüber geredet. Ähm, ist es jetzt ja ein bisschen was aufgekommen bei einem großen deutschen, ähm, Hosting-Provider, äh, der jetzt sagt, ähm, ja, ich biete jetzt nur noch IPv6-only an. Und, äh, jetzt kotzen alle. Aber was ist denn da jetzt genau los, David? Ja, genau richtig. Und zwar, ähm, Hetzner ist ja dann doch ziemlich bekannt, auch in der Hosting-Welt, genau. Ähm, die haben jetzt IPv6-only für Root-Server, sag ich mal, auf den Markt gebracht oder rausgebracht. Ähm, und das ist so, dass man quasi möchte, dass Kunden auf das veraltete IPv4 verzichten und zu IPv6 wechseln. Ja, das Problem ist ja auch, ähm, in der IT-Welt schon lange bekannt. IPv4-Adressen haben einen endlichen Rahmen und irgendwann, äh, bestehen einfach, es sind einfach mal keine verfügbar. Ähm, das ist ein großes Problem, weil, ähm, durch die immer kleiner werdende Anzahl von IPv4-Adressen gibt's unter anderem auch Betrügereien, ähm, die darauf eben aufsetzen. Und, ähm, es ist halt wahnsinnig schwierig. IPv4-Adressen werden immer teurer. Ähm, das ist für Firmen auch tatsächlich ein großes Problem. Und, ähm, damit das eben, ja, ich sag mal, äh, nicht weiter ein Problem ist, gibt's ja eigentlich IPv6. Das gibt's ja eigentlich auch schon seit etlichen Jahren. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Konzept wäre, was S3 an der Schublade liegt. Aber so richtig, ich sag mal, in Fahrt gekommen ist es ja noch nicht so wirklich. Hetzner hat sich gedacht, wir fangen jetzt auch mit an und bieten eben IPv6, ähm, in der Hetzner-Cloud an. Das, äh, ist prinzipiell natürlich gut, finden aber einige Kunden natürlich nicht so cool. Vor allem IPv6, äh, macht ja jetzt nicht alles unbedingt einfacher in der Netzwerkwelt. Vor allem, was man dazu sagen muss, äh, IPv6 only. Das heißt, der Server, der hat dann nur noch IPv6, äh, was bisher ja schon immer möglich war, äh, dass man's im Dual-Stack hat bei allen möglichen Hostern. Also ich glaube, es gibt kaum Hoster, die kein IPv6 haben. Und, äh, bei Hetzner war's auch immer so, äh, du hattest IPv4 und IPv6. Und jetzt ist es halt so, wenn du IPv6 haben willst, dann musst du nochmal extra dafür, äh, IPv4 extra dafür bezahlen. Und die Frage ist halt auch, wie lange das noch möglich ist. Ich krieg's auch immer mit, wenn du IPv4-Adressen hast, dann bekommst du auch unmoralische Angebote, dass du deine Range für viel Geld an Firmen verkaufen kannst. Ähm, und das wird wahrscheinlich immer schwieriger auch für solche Firmen wie Hetzner und Co. äh, am Markt, also an der Ripe zum Beispiel, das ist die Vergabestelle für IP-Adressen, äh, neue Bereiche zu bekommen. Und ich muss halt ehrlich sagen, IPv6, also ist jetzt auch nicht so sexy, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja, genau. Das Problem ist halt zum einen, äh, allein schon irgendwie die Schreibweise. IPv4 ist ja relativ einfach. Du hast irgendwie deine Oktette. Deine vier Oktette. Genau, deine vier Oktette. Ähm, und dann halt einfach, ähm, mit dem, mit dem Punkt als Trennzeichen. Bei IPv6 kommen halt auch irgendwie Doppelpunkte dazu. Teilweise kannst du auch mehrere Doppelpunkte hintereinander stehen haben, was absolut unlesbar ist. Also, ein Doppelpunkt alleinstehend geht ja noch, aber wenn du dann vier Doppelpunkte hintereinander stehen hast und das zwischen Zahlen, dann wird's halt schon echt schwierig mit der Lesbarkeit. Ich hätte da, ähm, äh, letztens eben, als ich den Beitrag gefunden habe, auch noch eine hitzige Diskussion auf Facebook eben gesehen, da drunter, wo auch jemand ein bisschen seinen Unmut rausgelassen hat und das hat's eigentlich ganz, ganz praktisch, ganz passend eben getroffen. Deswegen hatte ich mir das auch mit kopiert und hat eben auch gemeint, es ist halt einfach viel zu kryptisch, unleserlich und unpraktikabel und, ähm, es wäre halt einfach sinnvoll, wenn man da einen lesbaren, schönen Standard hat, weil IPv4 ist ja eigentlich, oder nicht eigentlich, ist ja eigentlich sehr gut lesbar. Ich zumindest kann es sehr gut. Ich hab da keine Probleme mit. Ich glaube, Steffen, Tobi wird's da nicht anders mitgehen, wobei Tobi ist ja eher so in der Software-Welt unterwegs. Ähm, Netzwerk ist... IP-Adressen, geh weg. Ich kann's halbwegs, aber, äh, es macht mir keinen Spaß, da muss man sagen. Genau. Aber man kann sich ja auch IPs leichter merken. Also ich hab so unsere Kurs-O4-U-Server-IPs, auch wenn wir DNS natürlich benutzen, aber die meisten weiß ich auswendig, äh, also so die wichtigsten IPs zum Pingeln oder irgendwas wüsste ich jetzt auch ohne DNS. Genau, das ist halt eben der Vorteil, weil solche Sachen kann man sich einfach merken, so ein IPv6-Adresse, viel Spaß beim Merken. Also das ist ja dann schon, äh, sportlicher als irgendwie ein Passwort, wo die meisten Menschen daran scheitern, sicheres Passwort zu wählen. Ähm, dann brauchst du nicht noch anfangen mit irgendwie IPv6-Adressen. Ich fand den, den Ansatz von dem, äh, einen Kommentar ganz nett, ähm, der eben gemeint hat, man könnte ja auch das einfach so aufteilen, quasi optisch, wie wir IPv4 lassen. Ähm, und zum Beispiel so arbeiten, dass man sagt, es gibt einen Ländercode, zum Beispiel 049 für Deutschland, wie man es von der Telefonvorwahl kennt. Das nächste wäre dann quasi, äh, das nächste Oktett wäre dann quasi für das Bundesland, also zum Beispiel 001 für das Bundesland Berlin und dann, äh, weiter runter quasi die nächste Stelle zum Beispiel 001 für Bundestag oder für irgendwelche anderen Firmen und das dann so aufteilen, also quasi so mit mehreren Oktetten arbeiten, was natürlich zum einen, ich sag mal, relativ logischer Aufbau wäre und man könnte so tatsächlich, ähm, relativ logisch auch jedes Gerät ins Netz bringen und, äh, würde es eben nicht so kryptisch, sag ich mal, wie eine IPv6-Adresse aussehen lassen. Ich fand den Ansatz ganz nett, ähm, ist natürlich, ja, wird wahrscheinlich, oder ist nicht so umsitzbar. Ich meine, IPv6 gibt es ja schon seit etlichen Jahren, ähm, und ich glaube, da wird sich auch so schnell erstmal nichts ändern. Ja, aber wir sehen ja, ähm, es gibt durchaus sinnvolle, ähm, Möglichkeiten sowas umzusetzen, ne, aber ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Mathematiker, ne, also IPv6, da haben sich ja wirklich ein paar Wissenschaftler geistig einen runtergeholt, äh, bei der Geschichte, wie das umgesetzt wurde, ähm, ob das jetzt wissenschaftlich so mathematisch so sinnvoll ist mit mehreren Oktetten und was auch immer mit rein, äh, gepackt ist, ne, aber, ähm, so rein mental gesehen, so für die geistige Gesundheit eines Admins spricht natürlich eher die Lösung, äh, man macht das mit, äh, Ländercodes und müssen ja nicht unbedingt Bundesländer sein, ne, aber man kann das dann in irgendwelche Regionen, äh, wie bei Aldi und Nord und Süd irgendwie so aufteilen oder Nord, Süd, West, Ost, irgendwie sowas, keine Ahnung, aber, ähm, dieses IPv6 ist halt einfach Mist, ne, also ich meine, es gibt Leute, die finden das wirklich geil, das sind aber auch die gleichen Leute, die halt einfach da tief drin sind und die halt sagen, wieso ist doch einfach, warum kapiert ihr Dödel das nicht, aber wenn du jetzt tausend andere Baustellen hast als Administrator, was ja realistisch ist, ähm, dann ist das einfach nervig, sich mit so einem blöden Thema, was du schnell wieder vergisst, wenn du es nicht jeden Tag machst, zu beschäftigen, das ist genauso wie wenn sich jemand, ähm, was weiß ich, einen Wald- und diesen Admin mit, äh, dem Routing-Protokoll BGP befassen muss, ne, das ist genau das Gleiche, so und, ähm, da würde auch jeder sagen, oh Gott, wie, das kannst du nicht machen, weil du blickst da nicht mal durch dann irgendwann, ja, aber was ist mit IPv6, ne, das ist ja auch so und dann schafft man, oder am Anfang war ja auch nicht mal das Thema NAT, also was ja auch wirklich essentiell ist, äh, das Thema NATing, äh, mit deklariert, das hat man ja erst später eingeführt, wie man dann gemerkt hat, dass es keine gute Idee ist, dass jedes smarte Türschloss eine IPv6 im Internet hat, ähm, und so dieses Thema Security kommt auch bei IPv6 irgendwie ein bisschen zu kurz und ich stehe halt jetzt auch wieder vor dem Rätsel irgendwann, äh, oder was ist Rätsel, aber vor der Herausforderung, ähm, solche alten IPv6-Strukturen irgendwann IPv6 ready zu machen und, ähm, wenn es dann darum geht, dass irgendwelche Server nur noch über IPv6 erreichbar sind, das wird kommen, definitiv, ich warte nur drauf, bis der erste Kunde zu uns kommt und sagt, hey, ich hab zwar jetzt nur IPv4 mit meiner, mit meinen Systemen in der Cloud, aber ich hab jetzt eine andere Cloud, die hat nur IPv6, ich möchte jetzt damit reden, so und dann musst du diese alten Scheiß-Strukturen, äh, oder gut funktionierenden Strukturen dann irgendwie mit IPv6 umsetzen, also ich bin... Da wird einiges, also nicht nur generell uns, aber da wird einiges auch in die Hose gehen bei, weil dann baust du irgendwelche Bastellösungen und das kann nur in die Hose gehen. Der Klassiker, wenn du, wenn du Legacy mit einem neuen, mit einem neuen System verbinden willst, ist das absolutes Kraut und Rüben. Ja, was, was ich auch noch, was auch noch sehr passend dazu ist, weil es einfach, also nicht nur schlecht lesbar, sondern viel Spaß, eine IPv6-Adresse einzutippen mit Doppelpunkten und Scheiß. Vorher hattest du ein Numpad, da hast du das Konto, kannst du blind, da hackst du mal ganz schnell so eine IP-Adresse rein, ähm, ja, mach das mal mit einer IPv6-Adresse, also dann, allein für den Doppelpunkt musst du ja dann auch die, die Shift-Taste drücken, es ist halt irgendwie einfach nicht praktikabel und ich glaube, da kommt halt irgendwie auch Murks raus, wie Tore schon gesagt habe, dann werden dann irgendwelche kruden, äh, irgendwelche kruden Sachen gebaut, damit das dann irgendwie zusammen funktioniert und dann geht's bestimmt auch wieder in die Hose. Dann ist nachher wieder irgendeine Elasticsearch-Datenbank frei zugänglich im Netz. Ja, ich meine, man möchte jetzt niemandem was unterstellen oder irgendwelche Sachen, aber es gibt ja durchaus Leute, die, ähm, mit dem Internet sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen verantwortungslos, aber doch sehr flexibel umgehen. Moralisch flexibel. Genau, und die dann auch sagen, ja, warum, das ist, ich will was im Internet erreichen, also dann hänge ich halt meinen Drucker ins Internet oder Drucker ist jetzt doch harmlos, ne, also irgendwelche NAS-Systeme, irgendwelche Smart-Home-Sachen, ähm, wie oft kommt es vor, dass da irgendwelche IP-Kameras einfach frei zugänglich sind, ähm, und das wird dann kommen. Also, ich sehe das sehr kritisch und, äh, gerade so auch im KMU-Bereich, äh, puh, Handwerksbetriebe, die keine IT-Dienstleister bezahlen wollen, äh, die werden da wirklich, ähm, massenweise dann auch wieder gehackt werden. Oder dann hängt im Krankenhaus wieder irgendein überlebenswichtiges Gerät, äh, Netz und dann kannst du das per Fernsteuer abschalten. Ja, genau. Und dann wieder irgendwelche Herzschritte machen, hackbar. Ja, genau, super. Das ist doch auch mal ein tolles Thema für die Umfrage der Woche, habe ich gerade beschlossen, ähm, stimmt mal auch ab, zusätzlich noch zu den anderen Sachen, äh, ob ihr schon produktiv IPv6 im Einsatz habt, das würde mich mal interessieren. IPv6, äh, bei euch, das ist einfach mal so für mich interessant, wahrscheinlich kriegen wir jetzt böse Kommentare, ihr seid doch blöd und so und ich weiß, IPv6 war ja, auch ein Thema in der Ausbildung, du machst es ja auch bei der Abschlussprüfung, ähm, mehr oder weniger, ähm, ich glaube, bei uns war da keine einzige Frage dazu gewesen. Nee, 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 das war, glaube ich, offiziell bei mir auch mit Abschlussthema und ich habe mich so dahinter geklemmt, weil ich es für, für zwei Wochen lang absolut nicht gerafft habe. Ich habe auch echt Angst gehabt, dass das in der Prüfung dran kommt. Es kam aber nichts dazu. Ja, also ich finde es halt Quatsch, so ein Thema, das ist ja wie so oft, wenn irgendwas nicht akzeptiert ist, dann wird es auch nicht eingesetzt und jetzt, äh, stehen alle Leute da und wundern sich, warum so wenig IPv6, äh, unterwegs ist. Ich meine, die großen Provider, auch Leute, die ich kenne bei der Telekom, die würden jetzt schöne Grüße an Kunna, äh, die würden jetzt sagen, hier, ähm, ihr seid doch blöd, IPv6. Ich weiß, dass er sehr tief drin ist bei dem Thema und dass er da schon sehr weit ist und für den ist es überhaupt keine Hürde mehr, aber, äh, wie gesagt, man soll nicht immer von sich auf andere schließen und dann mit so einer Arroganz dahergehen und sagen, ja, die ganzen Deppen da, die mit IPv6 Probleme haben, ähm, das ist schon eine Herausforderung, vor allem, wenn du halt, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie einen Privatkunden mit einem DSL-Anschluss eine IPv6 ermöglichst über Dual Stack, äh, oder ob du jetzt eine Firmenumgebung umstellen musst, wo jeder Server und alles mitspielen muss, da sind nochmal große Welten dazwischen und das muss man halt auch mal sehen und im Web macht es durchaus Sinn, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe jetzt gerade so eine, so eine Vision, ähm, ich möchte jetzt hier, ähm, die möchte ich noch kurz teilen, äh, bevor wir das Thema zumachen, ähm, zum Beispiel könnte man jetzt sich überlegen bei Hetzner, man kauft sich einen Server oder mehrere Server mit IPv6 und stellt sich da noch so einen Proxy-Server hin, der dann eine IPv4-Adresse nach draußen hat, dann könnte man eine IPv6 und IPv4-Umgebung miteinander verheiraten und, äh, zwischen den Servern VPN machen, also nur mal so, gerade so eine, so ein Gedankenerguss von mir als Verfechter von IPv4, ähm, man könnte das auch so machen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ähm, werden IPv4-Adressen denn wirklich noch gut recycelt oder, ähm, haben irgendwelche Firmen noch sehr viele, äh, ich denke jetzt mal an Apple oder so, die haben sehr, sehr viele IPv4-Adressen, die sie gar nicht brauchen oder auch, äh, Universitäten. Früher hatten die, äh, Adresspools, ähm, wo sie zum Beispiel jeden Drucker eine öffentliche IP gegeben haben, auf diesen Adressen sitzen, die teilweise jetzt noch, sollte man da nicht eher hergehen als RIPE und sagen, so Leute, ihr gebt jetzt mal eure IPs her, die kommen wieder in den Pool und ihr kriegt dann halt, was weiß ich, für eine Universität müsste eigentlich reichen, so ein Slash-24er-Netz für alle öffentlichen Sachen und intern müssten die halt dann alles privat adressieren. Also ich verstehe das nicht, äh, warum da nicht ein bisschen mehr Nachdruck verliehen wird, aber vielleicht gibt es da auch rechtlich keine Möglichkeit, Unternehmen zu verpflichten, da irgendwie IPs wieder herzugeben. Ja, schön für die Leute, die noch IPv4-Adressen haben, also die Cours of a U-Cloud hat auch noch welche, übrigens, ähm, wir sind auch noch, äh, in der glücklichen Situation, wir haben noch viele IPv4s, ähm, wir haben allerdings aber auch nicht verschwenderisch irgendwie für jeden Furz eine IPv4 vergeben, also wir haben auch viele Dienste, äh, die auf eine IP laufen, die aber im Hintergrund über NAT halt mehrere Server haben, äh, um einfach IPs zu sparen, also wir, wir waren da nie so verschwenderisch, aber wir hatten da auch nie, äh, Millionen IPs einfach mal so auf Lager liegen, ähm, kostet ja alles Geld, hat auch schon bei uns Geld gekostet, also seitdem wir mit Cours of a U im Netz sind, 2008 oder 2009, äh, haben wir schon einige IP-Adressen, aber wir haben nie irgendwie damit rumgeschleudert, weil das halt damals schon Geld gekostet hat. Gut, ja, traditionell, Achtung, Update, äh, wir sprechen mal wieder über Sicherheitsupdates, die ihr vielleicht einspielen solltet, ähm, wir haben diesmal IBM mit der, mit dem Datenbanksystem, äh, DB2, äh, da solltet ihr auf jeden Fall mal ein Update einspielen, wenn ihr Admin in einem Konzern seid und setzt sowas ein, also privat ist eher untypisch, ähm, dann haben wir die QNAP-Geschichte, die schließen mal wieder Sicherheitslücken auf ihrer NAS, ähm, auf ihren NAS-Systemen, dann haben wir Sicherheitsupdates bei Grafana, hab ich auch schon mitgekriegt, ähm, dann FortiOS von Fortinet und FortiProxy, also alles, was so in Richtung Firewall-Technik von Fortinet geht, ähm, da gibt's auch lustige Geschichten mit VPN, ähm, Sicherheitslücken, also ihr solltet da auch definitiv drauf achten, dass ihr da immer die aktuellste Software einspielt, sonst kann das böse enden, und, ähm, dann LibreOffice hat jetzt ein Update vorgezogen, um eine kritische Schwachstelle zu schließen und, ähm, es gibt auch auf der, äh, Fernzugriffslösung von, ähm, SonicWall, ähm, das ist Firewall-Hersteller, glaube ich, mittlerweile von Dell gekauft, ähm, gibt's, äh, Probleme und da kann man sogar sich Root, äh, Zugriff verschaffen, also nicht gerade unkritisch, ähm, dann gibt es wieder ein Patchday für Android, also Android-User aufgepasst, Chrome ist mit dabei, ähm, die PC-Management-Software Soho ist, äh, also die Management-Engine, ähm, Desktop-Central, die ist da auch betroffen, dann Kaseya, die kennen wir ja von dem, äh, Kaseya-Hack noch, ähm, die haben jetzt eine, äh, ja, teilweise kritische Sicherheitslücke in ihrem Unitrend-Backup, äh, Lösung-Suite, äh, drin, ja, die Apache-Lücke hatten wir ja vorhin schon diskutiert, wo es eben um das ganze Thema, äh, auf den Web-Servern ging, und, ähm, wir haben immer noch, das ist immer noch, äh, interessant, äh, einige Tausende Exchange-Server, die verwundbar sind, ähm, also scheinbar vergessen das regelmäßig Administratoren, oder trauen sich da nicht ran, ihren Exchange zu patchen, und das wiederum wird mittlerweile auch zu einem richtigen Spam-Problem, also dass diese Exchange-Server mittlerweile zu Spam-Schleudern, äh, umfunktioniert werden, und, äh, das ist echt ein Problem, sag ich mal, wo Administratoren wirklich, äh, mal ein bisschen Gas geben sollten, aber das sind dann meistens halt auch Unternehmen, wo, was weiß ich, ein Admin für 100 Rechner zuständig ist, und die halt wirklich hilflos sind, äh, da muss man dann wirklich dann von externen sich Hilfe besorgen, äh, es gibt eine kritische Sicherheitslücke bei 100, also um die 100, äh, HP-Druckermodellen, auch interessant, die werden ja auch immer vernetzter und digitaler, und da muss man sagen, patcht, was das Zeug hält, auch ein Drucker. Das perfide bei Druckern ist ja oft, dass dann zum Beispiel dieses Thema, äh, mit den, ähm, Ersatztinten dann rausgepatcht wird, wenn man nicht original Ersatztinten verwendet, dann kann es passieren, dass das über den Drucker dann irgendwann über so ein Update rausgepatcht wird, ist, glaube ich, auch bei HP schon mal passiert, ähm, ja, das ist halt dann so ein Nachteil, wenn der Drucker so vernetzt ist. Äh, es gibt bei Zoom auch eine, ähm, ähm, also in der Meeting-Software gibt es auch einen Sicherheits-Lag, auch ein Patch installieren. Wir haben die Bitdefender Endpoint Protection auch mit drin, also die sollte man auf jeden Fall auch updaten, ähm, VMWare hat auch in seiner vSphere Web-Client-Umgebung abgedichtet, ähm, ähm, und es gibt in iDRAC, das ist so eine, ähm, ja, oder IDRAC, das ist so eine Lösung, um, ähm, Dell-Server zu verwalten, ähm, die kann man über diese Schwachstelle einfach mal ausschalten, das ist auch ganz interessant, ähm, da auf jeden Fall updaten, ähm, aber ich kenne niemanden, der so lebensmüde ist, um sowas zum Beispiel ins Internet zu hängen, aber sagt niemals nie, wenn es technisch möglich ist. So was soll vorkommen? Das gibt's auf jeden Fall, also ich hab auch schon ILO, also das ist das Pordon von HP, äh, im Netz gesehen oder irgendwie von, von, äh, wie heißen die, ähm, Supermicro, die haben auch sowas, äh, am Start, hab ich auch schon im Netz gesehen, also es gibt nichts, was es nicht gibt, und, ähm, ja, und bei Drupal, also bei dem CMS, gibt es ebenfalls, äh, Sicherheits-Updates, die man auf jeden Fall einspielen sollte. Ja, äh, wenn wir schon mal beim Thema Webseiten sind, man hat ja nicht nur Probleme mit Schwachstellen im CMS, sondern manchmal gibt es auch mal einen DDoS-Angriff, und, äh, Microsoft hat jetzt einen recht heftigen DDoS-Angriff abgewehrt, der schon beachtlich ist, also da muss schon einer ordentlich Bums unter der Haube haben, um so einen Angriff loszutreten, ähm, das war nicht ganz irrelevant. Ne, also, ähm, es ist von Microsoft berichtet worden, dass eben hier mit 2,4 Terabits die Sekunde auf ihre Azure-Server geschossen wurde, und, also, um solchen Traffic mal ein bisschen hier an Mann zu bekommen, ist durchaus, ich sag jetzt mal, technisches Know-how und vor allem auch Infrastruktur dahinter nötig, also das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht mit so einem kleinen Botnetz, da muss wohl jemand doch ordentlich mal, ähm, mal ordentlich was investiert haben und mal, äh, aufgefahren. Ist, ähm, auch so wie es ausschaut, oder zu dem, was ich so gelesen habe, mit einer der, oder mit der größte, äh, DDoS-Eingriff bis dato, ähm, es gab noch einen mit 1,7 Terabits, ähm, bei AWS, aber das, also, da muss man sich ja schon mal angucken, mit 2,4 ist der dann doch noch mal ein Stückle heftiger. Ja, ähm, Microsoft... Das wärst du nicht mal eben so mit einer Feierabend ab. Also, das ist, da brauchst du, da brauchst du ordentlich Infrastruktur, um das eben auch dagegen, ähm, abzusichern. Ja. Ich sehe auch gerade hier, es waren rund 20 Minuten, äh, wurde da eben auf die Microsoft-Server eingeprügelt. Und ich denke mal, das kann man in dem Zusammenhang durchaus, äh, auch so sagen. Ähm, ja, aber anscheinend hat Microsoft das doch, äh, ganz gut abgewährt. Also, ich habe jetzt nichts mitge... Also, nichts groß mitbekommen hier in den Nachmittagsstunden. Ähm, Steffen, hast du da irgendwie was mitgekriegt, dass da wohl mal, äh, was kaputt war? Also, ich meine, manchmal zickt natürlich die, äh, MS365-Plattform schon mal ein bisschen rum. Also, ähm, aber ich hatte das nie wirklich extrem. Ich hatte mal einen Tag, das ist schon ein Monat her, das war im Sommer, ähm, da hatte Teams manchmal so, äh, Verzögerungen beim Nachrichtenversand. Aber ich muss ehrlich sagen, es läuft verdammt stabil. Also, auch in der Zeit, wo es hieß, ja, jetzt durch Corona ist die Microsoft Cloud so dermaßen unter Dampf, da gab es ja einige Berichte darüber, das läuft echt gut. Also, Microsoft hat es wirklich im Griff, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und, äh, Respekt, sowas muss man erstmal abwehren können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die öfters mal einen DDoS-Angriff kriegen. Vor allem, weil es ja mittlerweile eine sehr attraktive Plattform ist. Ähm, ähm, MS365 wird ja mittlerweile so viel genutzt. Also, wenn man das wirklich zum Erliegen bekommt, ähm, dann, ja, dann erreicht man damit schon einiges. Wobei, ich muss halt sagen, es ist sehr blauäugig zu glauben, dass halt so ein Hoster oder so ein System wie die Microsoft Cloud, ähm, so zentral aufgebaut ist, dass man mit einem DDoS-Angriff, äh, die weltweit lahmlegen kann. Also, ich glaube schon, dass da Microsoft, äh, schon ein bisschen dezentraler das Ganze aufgebaut hat. Ähm, und wenn sie es nicht gerade selbst durch irgendwelche Software-Spielereien kaputt machen, äh, dann ist es schon eher schwierig, das weltweit irgendwie alles abzuschießen bei Microsoft. Ja, du musst ja auch dazu sagen, Microsoft ist ja jetzt auch kein, also kein unbekannter Name. Das ist ja jetzt auch nichts, äh, was man mal, was man mal so, äh, sich als, oder was man mal so zum Probieren nimmt. Also, äh, da, also, sie bieten sich ja auch als Ziel an und normalerweise geht man dann doch auch davon aus, dass, ähm, auch ein Technikkonzern wie Microsoft dagegen gewappnet ist. Also, es ist halt irgendwie wie ein Konzern, den man sagt, die kennen sich nicht mit Technologie aus. Ich, äh, sage immer, ich, ich hate zwar immer ganz gerne mal ein bisschen gegen Microsoft, aber an sich, sie können ja doch auch irgendwo was. Also, sonst wären sie ja nicht da, wo sie heute sind. Das ist halt nach wie vor das Andere. Ja. Was auch interessant ist, also, die reden da von 70.000 Quellen, also wahrscheinlich IP-Adressen, die, äh, da angegriffen haben aus dem asiatischen, ähm, Raum. Aus dem asiatischen Umfeld. Genau. Und, ja, also, das ist wahrscheinlich schon irgendwas, äh, Organisiertes, ähm, keine Ahnung, vielleicht sogar irgendwas, was mit dem Finanzmarkt in, äh, Korrelation steht, äh, dass da irgendwie was gewettet wurde, wenn Microsoft-Aktien irgendwie fällt oder so. Was ja durchaus realistisch ist, also, wenn diese Cloud für mehrere Stunden, äh, nicht erreichbar ist. Da machen die die Kurse erstmal schön deep dive. Genau. Deswegen, also, da kann man sicherlich, äh, ich möchte jetzt niemanden auf irgendeine Idee bringen, aber das ist ja realistisch. Dazu muss man aber auch wieder sagen, äh, auch wenn der Adressraum jetzt aus dem asiatischen Raum kam, das ist ja auch immer, äh, sehr schön, wenn man dann sagt, so, ja, keine Ahnung, es waren die bösen russischen Hacker oder was, das ist komplett Wurscht. Russland ist halt, äh, oder China und so Zeug ist halt bei solchen Ländern meistens, äh, halt dazu, weil du einen relativ große, äh, Cyber-Untergrund hast und da kannst du halt mal einen Server mit, äh, PaySafe-Cards mieten. Also, das ist halt das. Genau. In Deutschland ist sowas zwar nicht unmöglich, also, das hat ja das Bunker-Rechenzentrum gezeigt, dass auch bei uns so Bulletproof-Toaster, äh, die anonyme Server anbieten, möglich sind, aber das ist eher die Ausnahme und, äh, in, in, in den Ländern ist es halt relativ easy, sowas zu mieten und, äh, sowas zu betreiben im Untergrund, wie du sagst, ähm, und das kommt halt vor und, äh, ja, also mich wundert, dass da nicht nur Russland steht, aber, ähm, ja, war wahrscheinlich billiger dort, muss man halt sagen. Hat man da eventuell billiger gekriegt oder, äh, einfach weil es dort vielleicht auch mehr Geräte gibt oder was, dass das vielleicht irgendwie auch durch ein Botnetz das da irgendwie zufällig... Genau. Ja, was auch interessant ist, ähm, dass die, ähm, DDoS-Angriffe, die sonst immer so verwendet, äh, werden, nur im Bereich so von 625 Mbit pro Sekunde liegen, ähm, was halt auch interessant ist, weil wir bei Kurs of View, wir hatten auch schon mal Angriffe, die so über 10 Gigabit gingen, die wir abwehren mussten, ähm, das ist schon interessant, aber das war halt so, ähm, also ich stempel das auch mal ab, dass das irgendwelche Kiddies waren, die da irgendwie Bock hatten. Also ich stifte jetzt hier niemanden an, unsere Server anzugreifen, aber, äh, aber es war schon, ähm, immer wieder, ähm, interessant, sowas abzuwehren auch, ähm. Ja, klar, ich, äh, es ist ja eh immer so, wenn du irgendwas mal ans Netz ranhängst, kannst du eigentlich im Sekundentakt drauf warten, dass da irgendjemand anfängt, äh, äh... Ja, vor allem, wenn halt... ...eine Suche reinzuschlagen. Ja, vor allem, wenn halt Leute sich, ähm, irgendwie was erhoffen oder irgendwie mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, halt ihr Selbstbewusstsein ein bisschen kompensieren wollen und dann irgendwas wegschießen wollen oder vielleicht auch neidisch sind auf irgendwas, ähm, dann kann sowas durchaus mal passieren, auch bei, bei Bloggern und, und bei Online-Communities, also, äh, Kollege Felix ist ja jetzt hier nicht heute mit dabei, der kann da ein Lied von singen, der hat privat noch ein Projekt am Laufen, ein größeres Forum, äh, mit einigen tausend, äh, Mitgliedern und da wird halt regelmäßig drauf eingedroschen und, äh, wir sind ja regelmäßig dabei, mit, mit Kurs-O4U-Services da, äh, DDoS es abzuwehren und, ähm, da sind halt auch teilweise, ähm, ich meine, ich kann's das sagen, ich, ich hab mit dem Projekt nichts zu tun, Felix würde das wahrscheinlich hier nicht so öffentlich sagen, äh, weil er, äh, eben wegen rechtlichen, äh, Konsequenzen, aber das ist halt oftmals auch die Konkurrenz, also andere Foren, ähm, die dann, äh, gerne mal einen DDoS-Angriff losschicken, gerade im Gaming-Bereich ist es halt nicht gerade untypisch und, ähm, ja, wir haben auch einige Kunden, also, äh, ein, äh, Kunde von uns, der zum Beispiel, äh, ein YouTuber-Streamer, äh, der wird auch regelmäßig angegriffen, den wir da auch öfters immer verteidigen müssen, das ist halt auch, äh, ja, es sind irgendwelche Leute, die gönnen den Leuten die Butter auf der Brot, äh, Butter auf der Brot, auf dem Brot, äh, Butter auf dem Brot, äh, Butter auf dem Brot, äh, äh, es ist schon spät, äh, nicht und deswegen, ähm, ja, gibt's dann ab und zu mal Leute, die dann irgendwie meinen, sie müssen da mal einen DDoS-Angriff starten und es ist aber auch so, ähm, das sieht man auch bei Microsoft, wenn die merken, dass das nicht zum Ziel führt, dann hören die meistens relativ schnell auf und, ähm, also das Längste, was ich mal hatte, war so drei, vier Tage am Stück, ähm, und dann, äh, aber mittlerweile ist es so meistens, weil es kostet ja alles Geld, ähm, wenn die merken, so nach einer halben Stunde, Stunde oder auch zwei, drei Stunden, das bringt nix, ich komm nicht weiter, die Seite lädt noch und, und das Zeug funktioniert alles noch, dann hören die meistens auf und, äh, ja. Okay, naja, da haben wir mal wieder ein bisschen über DDoS geredet, alle Jahre wieder, das kommt immer mal öfters. Kommt immer mal öfters, ist, denke ich, auch nach wie vor noch eine beliebte Attacke, um einfach kleines Zeug kaputt zu hauen, weil, wie gesagt, wenn man sich nicht auskennt oder kein Cloudflare oder irgendwie ähnliche Dienste sich leisten kann, dann ist, äh, DDoS nach wie vor, denke ich, noch eine valide Attacke, es ist halt in dem Sinn keine Attacke, mit der ich jetzt groß, äh, Daten erreicht, sondern halt einfach stören. Genau, ja. Ja, und vor allem Microsoft, das ist vielleicht noch so am Ende, äh, Microsoft, äh, kann ja auch, ähm, ganz anders wie jetzt, sag ich mal, kleine, ähm, Unternehmen, die jetzt irgendwo zum Beispiel in der Hetzner-Cloud liegen, ähm, mit einem Web-Server oder vielleicht sogar Shared-Hosting, äh, haben bei einem Anbieter, äh, die können gar nicht mal einfach sagen, wie Microsoft, wir sperren mal auf den Core-Routern oder auf dem Backbone oder auf dem, äh, im, äh, am Knotenpunkt in Frankfurt. Beziehungsweise wir leiern jetzt mal richtig die, die Security hoch. Genau, und, äh, wir, ähm, na, wir unterbrechen das Routing am, am Exchange, am Internet-Exchange, das können ja kleine Unternehmen nicht machen, aber, äh, wenn du halt eben Cloud-Anbieter bist und so weiter und auch in den ganzen großen Internet-Exchange-Punkten drin bist, dann kannst du halt dann dort auch, ähm, den Traffic zum Beispiel aus Asien, äh, einschränken, gewisse IP-Adress-Bereiche, äh, ausschließen, dass die gar nicht an deine Endsysteme rankommen und die gar nicht belasten, äh, und diese Möglichkeit, äh, hat halt nicht jeder Anbieter, ne, also, ähm, auch wir sind da natürlich, wir sind ja jetzt kein Weltkonzern, wir sind da auch ein bisschen eingeschränkt, wir können einiges machen, ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrums-Betreiber und, äh, Backbone-Betreiber, aber, äh, es ist natürlich bei kleinen und mittleren Unternehmen, es ist natürlich schon immer etwas beschränkter als bei einem Großkonzern. Es hat, es hat halt mehr Gravitas, wenn Microsoft bei dir anruft und sagt, mach dicht, als wenn jetzt Steffen Kolb von Kuso4U ihr anruft. Genau, genau, ja, und vor allem Microsoft betreibt ja die Backbone-Router dann zum Teil selbst. Ich wollte gerade sagen, die haben ja auch ganz andere Macht, die können ja da einfach ihren, ihren Manager oder was das ist, äh, anrufen und sagen, ey, drehen wir ab. Ja, und die haben ja auch, äh, ein Security-Operation-Center, was rund um die Uhr arbeitet, ein Network-Operation-Center, das heißt also, die Abteilungen, die arbeiten schon zusammen und die können sowas halt koordinieren, aber es ist schon interessant und, äh, wäre auch mal interessant, so allgemein zu sehen, äh, wie oft die jetzt täglich angegriffen werden. Also, Sie können mir vorstellen, dass wirklich täglich Angriffe auf die Microsoft Cloud... Also, Microsoft, äh, schätze ich mal, haben so ein 24-7-Attacke. Also, ich glaube, da gibt's keine... Genau, irgendwo wird immer mal einer dagegen stehen. Also, keine Minute, die, äh, nett, also, auf der da nett drauf geschossen wird. Und wenn's auch nur irgendwelche, irgendwelche Crawler oder irgendwelches Zeug sind, die halt einfach... Ja. Ja, das ist auch... Periodisch einfach mal drüber laufen. Das ist auch die Pest. Also, ähm, sehe ich bei unserer Seite, dass halt wahnsinnig viele Crawler da unterwegs sind, richtig viel Müll, der da irgendwie auf die Seite losgeht und da haben wir auch schon einiges eingedämmt, äh, durch Web-Application, Firewalls und so weiter, weil da wirklich so viel, also wirklich jeder Müll... Also, ich weiß gar nicht, was, was es alles für Crawling-Scheiße im Internet gibt. Ich mein, klar, die Suchmaschinen, die müssen, aber es gibt halt da jede Menge Müll und, äh, Spam-Bots und Scheiß. Ja, klar, auch so die ganzen automatisierten Attacken und so weiter, wo halt irgendwie halb, äh, halb Eurasien da hinten fährt und was weiß ich immer. Ja. Naja, äh, gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal von, äh, Microsoft zum anderen großen Konkurrenten, nämlich zu Apple. Genau, und, äh, da war ich, ähm, als alter Apple-Gegner durchaus positiv errascht, wie ich die, die Schlagzeile gelesen hab. Apple, ähm, möchte sich erst anscheinend für private Reparaturen öffnen. Und, ähm, momentan erst mal für iPhones und ARM-Macs bietet jetzt auch an Privatpersonen, Werkzeug und original Ersatzteile direkt bei Apple kaufen zu können. Also, du musst nicht mehr in, äh, zu lizenzierten Leuten oder in Apple-Stores, um dein Gerät, ähm, reparieren zu können. Und auch zum Beispiel, äh, Anleitungen möchte Apple selbst, ähm, bereitstellen. Also, da muss ich sagen, Hut ab. Hm. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, inwiefern der Druck der Öffentlichkeit dann auch wieder war, weil Apple sich ja auch eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal so an die, die, die Hipster-Cloud, äh, äh, wendet. Und da ja vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser, äh, selbstreperierende oder Naturgedanke so auf die Art, ja, ich möchte halt die, also das Produkt lang möglichst nutzen, um Ressourcen zu sparen. Nachhaltigkeit. Genau, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ja. Äh, Worte sind schwierig, ähm. Ja, gebe ich dir recht, ähm, ich habe aber auch schon gehört von Leuten aus, äh, der, ähm, Apple-Blogger-Bubble, die geben, ähm, Ersatzteile raus, alles richtig, aber es ist doch eher halbgar. Und diese Leute aus dieser Bubble, die kritisieren Apple jetzt auch dafür, dass sie sagen, yo, ist ja schön, dass du's machst. Teilweise sind auch Modelle dabei, die völlig, also jetzt mal von den M1-Sachen abgesehen und so und vom iPhone abgesehen, ähm, irgendwelche alten, ähm, Homepods und irgendwelchen alten Plunder, die's halt wahrscheinlich noch irgendwo im Lager rumstehen haben, sagen, ach komm, das hauen wir jetzt mal als, äh, Ersatzteil raus. Also es ist, äh, alles ein bisschen. Also bis wir die Lager leer machen, weil. Ja, und es sind halt viele Ersatzteile dabei, wo man sagt, okay, ja, den Akku vielleicht tauschen, okay, alles klar. Aber es ist halt noch lange nicht da, wo es eigentlich sein müsste. Und es gibt auch, äh, mittlerweile kommerzielle Konkurrenzanbieter, ähm, die halt, äh, nachbauten oder die halt da viel besser im Moment aufgestellt sind vom Sortiment. Also man muss halt einfach mal abwarten, ob's Apple wirklich ernst meint oder ob das einfach so eine Alibi-Geschichte ist. Ähm, kann natürlich sein, dass sie halt echt sagen, okay, wir müssen halt unseren, ähm, unseren Nachhaltigkeitsruf verbessern und wir müssen uns halt nachhaltiger aufstellen, was ja sicherlich okay ist. Also gerade die IT steht ja auch oft in Kritik. Und ich mein, ich muss halt sagen, sie ist nicht so, so schlimm, wie es dargestellt wird. Sie ist aber auch nicht wirklich gut. So, und deswegen ist halt auch gut, wenn du, gerade bei so iPhone oder so, das sind ja oftmals Produkte, die schon sehr lange genutzt werden. Also auch so ein MacBook zum Beispiel, äh, von Apple muss man ja der Fairness halber sagen, niemand kauft sich allein schon wegen des Geldwertes ständig ein neues MacBook. So, und wenn, dann ist es so, dass man das alte halt meistens weiterverkauft. Also da ist Apple schon von Anfang an eigentlich recht gut dabei. Einfach durch das, dass die Geräte einfach nicht so einen hohen Wertverlust haben, wie ein, ich nenne es jetzt mal ein Acer MacBook, äh, Acer MacBook, Acer Notebook, ähm, wo du halt sagst, okay, ich kaufe das für 1.000 Euro. Ja, die Dinger sind ja Pappmaché mit, äh, Fülle rausgekloppt. Ja, genau. Und, und dann, wenn du so ein Teil verkaufen willst, dann ist natürlich der Geldwert ist relativ schnell weg. Und, ähm, da muss man halt sagen, da ist Apple halt anders aufgestellt und, äh, die waren noch nie, oder es gibt halt aktuell keinen Hersteller, vielleicht Dell noch mit den XPS-Sachen, die halt sehr teuer sind oder irgendwelche, äh, Business Notebooks, die halt relativ wertbeständig noch sind. Aber, ähm, so dieses ganze Consumer-Zeug, da ist eigentlich Apple so der Einzige, ähm, wo man sagen kann, oder guck dir mal die iPhones an, äh, meistens ist ja so irgendwie, was weiß ich, ein Kind hat ein iPhone, also, oder ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener und gibt es an die Eltern weiter. Ja, ja, das ist so, das wollte ich gerade sagen, oder halt eben andersrum, wenn du irgendwie, äh, in der Familie Leute hast, die halt, keine Ahnung, durch Manager, oder halt eher so ein bisschen, sag ich mal, im, äh, höherpreisigen Gehaltsbereich angesiedelt sind, dass dann, da dann irgendwann mal halt ein neues iPhone in die Familie kommt. Genau. Und das Ganze dann halt eben an Kinder oder, äh, Partner weitergegeben wird. Genau. Also das ist halt, äh, durchaus gang und gäbe. Aber ich bin mal gespannt, wie, äh, was dabei rauskommt. Zum, äh, zumal ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ja auch die EU, glaube ich, Reparaturverordnungen mittlerweile erlassen hat oder erlassen möchte oder am Erlassen ist, ähm, ob vielleicht auch Apple da, ich sag jetzt mal, schon ein bisschen Insider-News vorher vielleicht auch, äh, erhalten hatte und sich da dann schon mal, äh, aufstellen möchte und sagt, ja, guckt mal her, wir haben vorher schon und so weiter. Ja, also ich denke auch, dass das da, ähm, auch das vielleicht eine Rolle spielt, weil ich glaube, die EU wird da auch die Daumenschrauben ansetzen. Egal bei welchen Herstellern. Ist ja auch richtig, also. Ja, also ich finde es auch, äh, schlimm, wenn du halt solche, ich habe jetzt ein MacBook ja immer noch, das wissen ja viele und, ähm, da habe ich mittlerweile das Problem, dass halt langsam, der Akku wird halt langsam schlapp und, äh, jetzt den Akku zu reparieren, das wäre natürlich eine feine Sache, weil das Gerät ist noch top. Also ich, ich, klar, ich würde gerne ein M1 mir holen, ähm, aber ich, wenn ich realistisch bin, brauche ich es nicht fürs MacBook und es funktioniert noch super, das war teuer genug, ähm, ja, und jetzt, äh, wäre es halt echt eine feine Sache, da einfach den Akku zu wechseln, ohne viel Tamtam und dann das Gerät halt noch gut und gerne mal ein paar Jahre länger zu benutzen. Also macOS lässt es ja auch noch zu, also ich gehe mal davon aus, dass die macOS-Version, ähm, für Intel-CPUs, die werden schon noch ein paar Jahre gepflegt, also davon kann man ausgehen, Apple hat ja auch im Store noch, ähm, Intel-Macs zum Verkauf und die können ja nicht das Ding verkaufen und nächstes Jahr kriegst du keine Updates mehr. Ähm, Apple ist da ja wirklich sehr, muss man auch sagen, sehr, sehr, ähm, gnädig und du kannst auch, ich glaube, das iPhone, was war denn das für ein altes iPhone-Modell, das kriegt immer noch iOS-Updates, also es ist unglaublich, wie lange Apple da noch Updates rausschiebt an die Geräte und, äh, das finde ich halt bei Apple wirklich toll, so, ohne dass ich jetzt ein riesen Apple-Fanboy bin, aber das macht Apple ganz gut. Man kann ja auch Lob anbringen, wo Lob, äh, Lob, äh, also preis, äh, hier anbringbar ist. Ja, also es ist zwar am Anfang alles schweinig teuer, äh, man kann es aber meiner Meinung nach länger betreiben als die meisten günstigeren, äh, Geräte, von daher ist es irgendwo wieder so ein bisschen ausgeglichen. Gut, ähm. Ja, das denke ich war es dazu. Genau. Und, äh, wir hatten ja über, ähm, VPN vorhin schon mal geredet und auch, äh, über das, die Thematik mit Fortinet, da gab es ja mal eine lustige Sicherheitslücke, dass halt, äh, äh, Emotet über den VPN, äh, von, äh, Fortinet Firewalls reingekommen ist und, ähm, ja, das, äh, FBI warnt jetzt auch ausdrücklich nochmal davor, äh, dass man doch auch seine VPN-Software und seine VPN-Server, ähm, die natürlich im Internet stehen müssen, weil die müssen ja irgendwie kontaktiert werden, ähm, dass man die halt einfach mal ein bisschen, äh, absichert und updatet, vor allem auch, das ist ja so, das Gebot der Stunde und sichere Passwörter verwendet, weil eben diese Angreifer, die zum Beispiel Advanced Persistence Threads nutzen, eben halt auch mittlerweile über VPNs ins Netzwerk kommen. Und, ähm, ja, und auch das Thema, ähm, der eigentlichen Software-Versionen, und dass man die halt auch patcht und, äh, was noch hinzukommt, das ist noch so eine andere Problematik, äh, wo wir dann schon wieder fast im nächsten Thema sind, ist so das Thema, äh, Augen auf, wo ich denn mein VPN einfach kaufe, da ist mir jetzt so ein Schmankerl aufgefallen, wo ich gedacht hab, ich fall vom Glauben ab, ähm, nämlich ein, äh, ehemaliges, äh, ja, Malware-Unternehmen, also was wirklich Malware hergestellt hat und vertrieben hat, äh, ähm, Cape Technologies, äh, ist jetzt mittlerweile Eigentümer von ExpressVPN, CyberGhost, äh, Private Internet Access, äh, ZenMate und noch ein paar andere solcher VPN-Dienste, ähm, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man möchte den Leuten natürlich nichts unterstellen, aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, zum Beispiel auch bei einem VPN-Dienst, äh, hinter dem, äh, äh, Facebook-Stand, äh, dass halt da jede Menge Daten auch gesammelt wurden und das ist ja noch das, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn die Daten nur für Werbezwecke gesammelt werden, ist ja noch harmlos, genau, ähm, wenn es jetzt darum geht, die zu verkaufen oder was auch immer und dann auch Firmen auf die Idee kommen und das Problem, was ich halt mittlerweile sehe, dass halt durch die Werbung auch jetzt mit, äh, zum Beispiel NordVPN, was ja wirklich aggressiv im Markt, äh, beworben wird. Und was, was ja auch, äh, schon vorgekommen ist, dass die mit Locken und so weiter. Das ist auch noch das harmloseste und ich habe halt bei NordVPN auch so ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, weil die eben, äh, ja, auf Panama sitzen. Ja, ich, ich hab, ich, äh, noch schnell eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte, ähm, wie ich noch in der Berufsschule war, also, vor einem Jahr mit einem, äh, Berufsschulkollegen drüber, dass allein, wenn die so aggressiv in den Markt rein wollen, da schon irgendwo was, äh, faulig ist. Also, oder zumindest faulig vorkam. Also, du hast halt, ähm, vor allem gemerkt, dass sie halt aggressiv bei allem Werbung machen. Also, nicht nur bei, äh, bei jetzt irgendwelchen Technik-YouTubern oder Technik-Seiten, sondern halt wirklich, also, bei allem. Ja, wir sind, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo auch, also, Kunden, von QSO4U, äh, YouTuber-Kunden von uns, die im Bereich der, wie nächstes Lifestyle, im Bereich Lifestyle, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, äh, ist ein Kunde von uns, ähm, die auch Werbung für NordVPN machen. Also, der eigentlich überhaupt nichts mit Technik zu tun hat, ähm, aber der bekommt ein sehr, 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 sehr gut bezahltes Placement von NordVPN rein. Und da stecken wirklich Finanzmittel mittlerweile dahinter, ähm, was halt ungewöhnlich ist für so einen, ähm, sag ich mal, klassischen Dienst von, äh, VPN. Die haben jetzt auch noch einen Passwort-Manager, wo, wo es mich schüttelt. Also, das, das würde ich, wird mir nie im Traum einfallen, dass ich diesen Passwort-Manager von NordVPN, äh, verwende. Und, ähm, das Ding ist halt, äh, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, ähm, wenn ich sowas nutze, dann, ähm, muss ich eigentlich eher um Vertrauen bei den Kunden werben. Und, ähm, da irgendwie, also irgendwie ist es bei mir nicht so ganz angekommen. Es gibt natürlich Security. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen den Eindruck von Ramschware, so. Ja. Ich weiß nicht, aber es kommt vielleicht auch einfach von dieser, von dieser aggressiven Werbung von überall. Ja. Also, bei Leuten, die sich auskennen, ist es halt relativ schnell, äh, sei mal in Verruf aufgeraten, ähm, und das Schlimme ist halt auch, dass jetzt durch diese aggressive Werbung bei vielen Leuten, auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, ey, mach mal hier VPN. Wo ich dann sage, ja, VPN, aber da, wo es sinnvoll ist. So. Und viele denken halt jetzt, egal, wo sie sind, was sie machen, immer VPN an, immer den NordVPN rein, dann bin ich safe. So. Und das ist halt auch eine falsche Annahme. So. Also, VPN ist durchaus noch sinnvoll, bin ich auch dabei und auch nach wie vor, wenn ich mich viel in öffentlichen WLAN-Netzen aufhalte und so weiter, dann ist es durchaus angebracht, ein VPN einzusetzen oder auch um Applikationen aus dem Firmennetzwerk nach außen zu legen, die ich vielleicht nicht immer so sicher halten kann. Und das sind die meisten. Und ich halte da eher die Taktik, äh, für sinnvoll, so wenig wie möglich nach draußen, äh, und so viel wie möglich hinter den VPN. So. Aber das ist kein NordVPN. Das ist dann ein VPN, den ich selber betreibe. Und, ähm, ähm, ja. Und ich muss halt auch dem, äh, Anbieter vertrauen, äh, über dessen Server mein ganzer Traffic geht. So. Und wenn ich jetzt den NordVPN immer anhabe, dann läuft ja alles, was ich im Internet mache, über diesen Anbieter, über die Server des Anbieters. Und das ist halt wirklich schwierig. Und oftmals geht's ja gar nicht darum, ähm, so das Thema, ich möchte nicht, dass was mitgelockt wird, weil ich irgendwas Illegales mache, sondern auch so das Thema, ich möchte einfach nur, dass niemand im Netzwerk, das war ja der ursprüngliche Gedanke, niemand im gleichen Netzwerk den Traffic mitlesen kann und Passwörter mitsniffen kann und so weiter und so fort. Und dafür ist ja eigentlich der VPN gedacht. So. Und dieses Thema, ich, äh, möchte anonym surfen im Internet, naja, das wird sich sowieso bald erledigt haben. Das hat sich bald erledigt, beziehungsweise wenn du es wirklich willst, dann beschäftige dich mit Tor und, äh, und ähnlichen, äh, Alternativdingern. Genau. Und die, die andere Frage ist, mit der Anonymität, äh, zumindest in gewisser Weise ist das Schlimmste, was dir passieren kann, Werbung. Zumindest jetzt in der westlichen Hemisphäre. Wenn du dann natürlich in irgendwelchen Dissidentenstaaten, äh, lokalisiert bist, dann würde ich, würde ich mich auch nicht unbedingt im Internet mit NordVPN beschäftigen, sondern das Ganze eher noch ein bisschen tief in den Untergrund ziehen. Ich, ich würde halt auch, äh, mal überlegen, was ich halt auch wirklich dann zum Beispiel auch mit Tor aufmache. Also wenn ich jetzt mein Online-Banking aufmache, dann würde ich wohl sehr viel Abstand nehmen, um das in ein Tor-Netzwerk reinzublasen, den Traffic. Also das sind so Sachen. Also da muss man wirklich sagen, VPN da, wo es sinnvoll ist. Und das ist halt im Moment so ein Problem, was ich sehe, dass halt immer mehr über alles VPN ausgekippt wird, ohne Sinn und Verstand. Und dafür sorgt halt auch NordVPN. Und, äh, das ist so ein Ding, wo ich sage, also viele haben mich ja belächelt für meine, äh, Abneigung gegenüber diesem Dienst. Aber das, ähm, ist halt einfach, jetzt wisst ihr auch, was da alles dahinter steckt, warum das einfach so bei, bei uns so eine Abneigung erzeugt. Und diese aggressive Werbung im Markt ist halt, die macht das auch nicht viel besser. Und das zeigt ja auch, dass es eigentlich nicht gerade seriös ist, so. Und wenn ich so ein Unternehmen in Panama aufstelle, äh, es gibt auch, äh, VPN-Dienstleister, die in Deutschland sitzen zum Beispiel. Warum muss NordVPN in Panama sitzen? Oder in der Schweiz, wo, ja, äh, äh, gewisse, ähm, Personalitätsrechte oder Datenschutzrechte ja, ähm, ja, sehr hoch gehalten werden. Genau. Also von daher gesehen, es gibt definitiv bessere Dienste. Ist jetzt, äh, soll jetzt keine Werbung sein. Es gibt auch zum Beispiel ein finnisches IT-Sicherheitsunternehmen, was einen ganz guten VPN anbietet, den wir übrigens vor, puh, wann haben wir den zum ersten Mal benutzt? 2014, 2015, glaube ich, auf der Gamescom auch genutzt haben. Ähm, so als, bei QSO4U, so als, äh, ersten Testballon, wo wir das wirklich intensiv genutzt haben. Und die haben auch einen, haben auch gute Server mit richtig viel Durchsatz und alles. Äh, und die bieten auch an, dass du, äh, den Dienst in der Schweiz mit nutzen kannst. Finnland, Deutschland, Schweiz, äh, whatever. Aber, ähm, und es gibt natürlich aber auch Unternehmen, die direkt in der Schweiz sitzen zum Beispiel. Also man muss wirklich, Leute, das will ich damit sagen, überlegt gut, informiert euch gut, äh, wem ihr euren Internet-Traffic anvertraut. So, das ist, äh, vielleicht sollte die Message sein, äh, überlegt euch das gut und macht euch auch Gedanken, dass, wenn ihr den immer default-mäßig aktiviert, dass halt wirklich alles drüber geht. Wirklich alles. Jegliche Anfrage. So, auch Sachen, wo man versehentlich mal landet, äh, oder irgendwas geht da immer über diesen Anbieter. Sachen, die noch so privat sind. Krankheitsthemen zum Beispiel, gesundheitspersönliche Sachen. Ja, das nur mal so am Rande. Und wem vertraue ich denn eher dem, äh, ISP oder halt eben irgend so einem VPN-Unternehmen? In Panama, muss man immer noch mal dazu sagen. Genau, in Panama. Und teilweise sind sie halt noch, äh, noch abstruser unterwegs, wie halt zum Beispiel jetzt diese ehemalige Malware-Bude, äh, die halt jetzt einfach mal sagt, jo, VPN ist ein Geschäft, da steigen wir jetzt mit ein, ne? Also, man möchte niemandem was unterstellen, aber es ist schon irgendwie irrwitzig, so. Und da muss man sich halt echt überlegen, äh, was man macht. Ähm, ja, wie gesagt, alles in den Shownotes nochmal verlinkt. Ähm, wir wollen ja hier nicht irgendwie querdenkermäßig unterwegs sein und irgendwelche Scheiße verbreiten, die nicht stimmt. Äh, da gibt's, äh, sehr viele Quellen dazu, äh, und die sind natürlich alle in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch im Detail nochmal durchlesen, wenn ihr uns nicht glaubt. Ähm, ähm, aber da gibt's nochmal Fakten, Fakten, Fakten. So, ähm, von VPN kommen wir jetzt zu Handyverträgen. Ähm, das ist mal zum Abwechslung mal eine gute Nachricht. Ähm, jeder kennt das, man hat so einen Handyvertrag, der lief ja früher mal so zwei Jahre, die Älteren werden sich erinnern, dann hat sich das Ding, wenn man vergessen hat, zu kündigen, drei Monate im Voraus natürlich zu kündigen, oder teilweise sechs Monate, hat sich das Ding mal wieder um zwei Jahre verlängert und man kam aus diesem Scheißvertrag mit den schlechten Konditionen nicht raus. Das soll sich jetzt ändern mit dem neuen Telekommunikationsgesetz und, äh, das Ganze soll jetzt so beschränkt sein, dass, wenn es sich verlängert, dann immer nur um einen Monat verlängert. Das heißt, du hast einen Vertrag, der läuft ein Jahr, dann verlängert sich das nach dem Jahr, wenn du nicht gekündigt hast, erst mal nur um einen Monat, ähm, und dann kannst du kündigen. Das heißt, du bist nicht mehr in der Falle und kommst da nicht mal raus. Das ist eine wirklich feine Geschichte, wie ich finde. Und, äh, gerade wenn man es halt mal verduselt hat, man denkt ja nicht mehr so dran, dass man da vielleicht, oder es hat sich irgendwie ein neuerer Vertrag aufgetan, ähm, der günstiger ist, mit besseren Konditionen, dann kann man da halt auch besser rauskommen. Äh, der einzige Wermutstropfen ist halt wirklich, dass die erste Laufzeit wirklich durchlaufen werden muss. Das heißt also, die Anbieter werden wahrscheinlich jetzt für die einmonatliche Standardvertragslaufzeit, wenn die von Anfang an gesetzt werden soll, auf Preise verlangen oder teurere Verträge, machen viele ja schon. Also, es gibt viele Angebote, die sind dann zwar günstig, aber dann sieht man, oh, man bindet sich ja für ein Jahr oder für zwei Jahre und das wird wahrscheinlich dann mehr zunehmen, wenn die wissen, okay, wir müssen den Kunden jetzt im ersten Jahr gleich auslutschen. Ähm, aber an sich eine coole Geschichte und, ähm, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass er sich nicht an die Art von Business-Praktik haltet, sondern an, ich mache ein gutes Produkt und möchte meinen Kunden so lange wie möglich so an mich binden. Ist halt beim Mobilfunk sowieso schwierig, weil, und viele Leute sind halt wirklich nicht gerade für, nicht gerade auch, äh, daran interessiert, sag ich mal, äh, den Kunden lang zu halten. Man muss ja auch sagen, Mobilfunk ist halt auch so ein Scheiß-Business. Äh, man verdient halt relativ wenig dran und der Infrastrukturausbau ist sauteuer und alles. Also, ist irgendwie beschissen für Kunde und für Anbieter, muss man halt ganz ehrlich mal so sagen. Naja, gut, ähm, was auch, äh, beschissen ist, wenn man Essen im Internet bestellt hat, bekommt's aber nicht. Ja, ähm, das Ganze ist noch ein bisschen mehr wie nur Essen, äh, bestellt und nicht bekommen. Ähm, da hat wohl jemand, äh, beziehungsweise ein Con-Artist, nenne ich's jetzt mal, äh, einen ziemlich, äh, guten Fake gelandet und zwar mit Kryptoids. So, also was hätte Kryptoids sein sollen? Ähm, ein Essenslieferdienst, der sich über eine eigene Kryptowährung finanziert. Und das Ganze wurde auch relativ intelligent aufgezogen. Also, ein Unbekannter hat da ein, äh, Unternehmen groß beworben mit, äh, ein Saddam-Unternehmen groß mit, äh, Eröffnungsfeier und hat sich da auch Influencer und so weiter ins Boot kohlt. Hat auch, ähm, Uniformen anfertigen lassen, Lieferbikes und alles Mögliche und eben auch diesen Altcoin an, äh, gewisse Börsen zu bringen und hat damit, glaube ich, acht Millionen, ne, äh, hier, 500.000 US-Dollar, äh, von gutgläubigen Investoren abgezockt. Also, ob die jetzt so gutgläubig waren oder nicht, ähm, ist die andere Frage. Wenn man sich so manche, äh, Spekulationssachen anguckt, das ist halt dann eher so, okay, wir haben da die, äh, Möglichkeit, um so und so viel Prozent zu wachsen mit so und so viel Risiko. Lass mal Geld rüberschaufeln, das ist über so und so versichert und so und so umgelegt. Ähm, ja, also... Es war halt auch gut gemacht. Ich sag mal so, wenn du die richtigen Leute zusammenholst, die dir erzählen, äh, dass es gut ist, ähm, es ist ja oft so, je mehr das wiederholt wird, sowas, umso mehr glauben das halt dann auch. Wenn der dritte Influencer dann sagt, hey, hier gibt's diese Plattform, dann irgendwann sagen die Leute halt, yo, der hat doch auch schon dafür geworben, warum soll das schlecht sein? Ist wie bei NordVPN, der NordVPN-Effekt, ähm, wenn der nur halt ihn richtig gemacht. Genau, wenn der zehnte Influencer sagt, hey, das ist geil, du brauchst es unbedingt, dann kommt irgendwann dein Anwalt auf YouTube, den du guckst, der hat dann auch NordVPN, dann sagst du, ja, Moment, wenn es der Anwalt hat, der ist, da muss das ja gut sein. So, wenn es dann irgendwie ein Tech-YouTuber sagt, der so fünf Abonnenten hat, dann muss es auch gut sein. Und, äh... Und dann kommen irgendwann die Investoren, die sagen, okay, äh, anscheinend habt ihr ja Kunden. Genau, jetzt kipp mal da mal Geld rein und hoffen, dass da irgendwas rauskommt. Weil wir wollen ja was zurückhaben, das ist ja das andere. Wenn du irgendwann gewisse Größen, also immer weitere Größen erreichst, sind ja die Leute auch eher, eher daran interessiert zu investieren, eben, oder die sehen halt Wachstum drinnen. Und da hast du halt vielleicht auch dann doch irgendwo, äh, ich sag jetzt mal, das Bullshit-Bingo gewonnen, wenn halt eben irgendwelche Investoren auf Krypto anspringen, weil du halt, äh, in deinem Bullshit-Bingo die richtigen Dinge erwähnt hast und dann halt, keine Ahnung, das komplette, äh, das komplette C-Level oder irgendwie das Board dabei ein bisschen feucht im Höschen wird, was die, die, äh, die Informatik da angeht. Also, ich bin hier eigentlich eher immer jemand, der nicht so sehr ans Bullshit-Bingo glaubt, aber anscheinend musst du wirklich an den richtigen Stellen einfach den richtigen BWLer beeindrucken, damit sie dir Geld hinterherwerfen. Oder um mal ein Stromberg-Zitat zu bringen, da wird sogar der geizigste Schotte feucht unterm Rock. Ja, klar, also, äh, so blöd es klingt. Ja. Ne, es ist, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich wollte gerade sagen, wenn du anscheinend an der richtigen Stelle bei den BWLern den Hebel ansetzt, dann kommt die Kohle. Ja, interessant. Auf jeden Fall, also das, äh, ich glaube, das wird noch öfter so in der Form oder halt in irgendeiner Form solche Sachen passieren. Ja. Und gerade mit Krypto, weil das halt wirklich der neue heiße Scheiß ist und die Leute Krypto und Blockchain. Genau, darauf abfahren und das merkt man ja auch bei der Politik, wenn die jetzt darüber nachdenken, hier muss unbedingt Blockchain mit in unsere Zukunftsprogramme mit aufgenommen werden, weil Blockchain wichtig, äh, wo man dann halt sagt als ITler, naja, in 99% aller Fälle ist Blockchain halt nicht sinnvoll einzusetzen, ähm, und man könnte das in 99% aller Fälle auch konventionell umsetzen, äh, aber Blockchain macht sich halt gut und ist halt irgendwann mal, äh, so als der neue heiße Scheiß den Politikern präsentiert worden und da muss man halt überall Blockchain reinklingeln. Ob's jetzt sinnvoll ist oder nicht, völlig wurscht einfach. Naja. Gut, ähm, wenn wir schon mal bei Politik sind, ähm, dann, äh, gibt's jetzt wieder was Neues, was sich zum Beispiel auch die Bundesnetzagentur ausgedacht hat und da bin ich ja so ein bisschen fast vom Stuhl gefallen, ähm, weil der erste Gedanke ist gut, der zweite Gedanke ist schlecht, beim dritten Gedanken wird einem richtig schlecht, weil dann denkt man, dann denkt man schon wieder an irgendwelche Überwachungsszenarien und, 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 äh, ja, Edmund Snowden und so, und so weiter und man hat jetzt auch rausgefunden, dass zum Beispiel das FBI, äh, auch alle, ähm, WhatsApp-Chats einfach so in Echtzeit mitlesen kann, obwohl es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, äh, da gibt's vom, ähm, Rolling Stones-Magazin gibt's einen Artikel, den verlinke ich auch noch in den Shownotes, den hab ich, glaub ich, jetzt bei uns hier nicht mit drin, Tobi. Nee, 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 ich, äh, glaub, der war auch nicht auf der, auf dem Timetable. Ja, den muss ich unbedingt noch, äh, verlinken, ähm, und da, das ist halt auch brisant, so, was, was gab's jetzt eigentlich für eine, äh, Diskussion, die Bundesnetzagentur stellt sich zum Beispiel vor, dass man, ähm, eine Interoperabilität zwischen allen Messagern herstellt, also zum Beispiel WhatsApp kann dann mit Signal schreiben, Signal mit Streamer, äh, und so weiter und so fort, ähm, was natürlich auch bedeutet, dass man diese ganzen Security-Mechanismen, die zum Beispiel ein Signal drin hat, was heißt, Signal ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gut, äh, was das angeht, oder auch, ähm, Streamer, äh, dass man die wieder aufbricht und, äh, dann irgendwelche offenen Schnittstellen schafft, ähm, wo dann zum Beispiel halt auch, wenn jetzt jemand von, äh, WhatsApp Richtung Signal schreibt, ähm, dann ist das natürlich alles andere als Ende-zu-Ende verschlüsselt, weil dann irgendwo eine API zusammen miteinander arbeiten muss und irgendwas im Klartext hin- und hergeschaufelt wird, ähm, und, also, dass sie hier wirklich massive Probleme, was jetzt Datenschutz angeht und man gaukelt den Leuten halt eine gewisse Sicherheit vor, die gar nicht existiert. So, und wenn ich jetzt meinen Aluhut aufsetzen würde, dann würde ich sagen, das ist ja auch gewünscht, damit irgendwo in, äh, am Knotenpunkt, ähm, der BND sitzen kann und kann eben alle Nachrichten mitlesen, weil die dann irgendwo doch mal im Klartext rausfallen, ähm, und es ist natürlich wunderbar, so eine, äh, Generalüberwachung über sowas, äh, zu bewerkstelligen. Und, das Geile ist ja noch, dadurch werden es auch verdammt viele Leute nutzen. Es wird dann sehr viele Leute geben, die dann sagen, hey, warum soll ich mir jetzt Signal holen? Ich kann doch mit meinen Leuten auf Signal auch schreiben, äh, äh, dann mache ich das doch. So, und anstatt jetzt auch Signal zu nutzen, schreiben die weiterhin über WhatsApp und, äh, die Leute, die bei Signal sind, die denken, oh, verschlüsselte Nachricht, ist aber nicht so. Und das ist echt was, wo ich sage, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, vielleicht male ich da aber auch den Teufel an die Wand, aber, ähm, ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei. Vor allem, weil halt viele Leute, die halt diese Messenger-Dienste nutzen, keine ITler sind. Und die denken halt dann sofort, wenn da irgendwas heißt, das ist sicher und auch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp. Die glauben halt, was auf der Packung draufsteht. Und man kann es ja auch keinem verübeln. Also, nee. Das ist ja genauso, wenn ich irgendwas nicht IT-mäßiges oder so mache, dann kann ich mich auch nur auf die Informationen verlassen, die ich habe. Und, genau, und, und WhatsApp hat ja auch jetzt in den letzten Monaten, ich habe immer mal wieder, ähm, Werbung gesehen von WhatsApp auf irgendwelchen Webseiten, ähm, wo der WhatsApp-Messager als sicher dargestellt wurde, ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, alles sicher, sondern kommt so ein Knaller raus, äh, dass das FBI sagt, ja, wir haben da keine Probleme, ähm, wir können da alles mitlesen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt jemand, ähm, mit dem Bundestrojaner kommt und der auf dem Gerät ist, dann kann der Messenger noch so verschlüsselt sein, weil dann kann der Bundestrojaner auch vom Gerät, äh, vom Messenger die Sachen direkt abgreifen, ne? Also, wir reden jetzt rein von der... Da, da kannst du einfach davon ausgehen, dass du, wenn du es komplett paranoid richtig machst, einfach den, die Schnittstelle von Eingabe zu was auch immer abgreifst. Ja, aber da muss man halt sagen, der Bundestrojaner ist was, was relativ Komplexes auszurollen, das wird nur ausgerollt, wenn wirklich, ähm, ja, großer Verdacht ist und wenn's, also, es ist halt aufwendiger so. Aber, ähm, durch so eine Schnittstelle kann ich halt Massenüberwachung mit einfachsten Mitteln schaffen. Und das ist halt das Problem, was ich halt sehe, ne? Also, Bundestrojaner aktuell halt wirklich schwierig, noch ist auch ein Problem, sehe ich auch so, muss nicht sein, will ich auch nicht haben, aber das ist nicht dafür gedacht, um in der Masse schnell Daten zu überwachen und vor allem, ähm, was ja auch bei WhatsApp oder bei, bei den ganzen anderen Diensten Problem ist, ist halt einfach das Thema, dass diese Firmen natürlich dann, die interessiert ja alles, so für Werbung, für Daten weiterverkaufen, gerade Facebook, ähm, da ist man halt wirklich sehr, sehr, sehr kritisch und, ähm, wenn die halt dann auch Sachen mitlesen können, äh, wo Leute denken, das ist sicher, weil's ja Richtung Signal geht und weil ja alles Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Oder eben von Signal kommt. Genau. Dann ist das echt ein Problem. So, und ich möchte halt auch nicht, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung herrscht, dass der Hersteller der App da reingucken kann. So, wenn jetzt ein Geheimdienst über einen Staatstrojaner auf meinem Handy drauf gucken kann, ja, da kann ich schlecht was gegen machen, aber der Anbieter soll bitte nicht da reingucken können. So, und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich sag, da hab ich echt Bauchschmerzen und ich hoffe, dass das nochmal wirklich, ähm, gerichtlich auch überdacht wird und so weiter, weil, ähm, diese Schnittstellen, die bergen natürlich auch ein großes Missbrauchspotenzial, also man kann damit rechnen, dass vielleicht da auch Schwachstellen auftreten und, ähm, Sicherheitsprobleme auftreten. Wollte mal sagen, das ist ja, sobald du da eine, äh, Schnittstelle hast für relativ leichten Zugriff, also ich weiß jetzt zum Beispiel WhatsApp hat ja keinen, äh, Bot, beziehungsweise, äh, also keine Möglichkeit Bots so ohne weiteres zu schreiben. Also das Ganze ist auch nur so mit so ein bisschen Blackmagic nötig. Aber, ähm, dann zum Beispiel so Sachen wie Telegram oder sowas. Ja. Die erleichtern es ja unglaublich, also sind ja unglaublich einfach dafür Bots zu bauen. Ja. Und jetzt hast du, also eine, eine allgemeine Schnittstelle und ja, okay, dann, wenn ich auf WhatsApp kein Bot habe, ja, dann, äh, who the fuck cares, dann rolle ich das Ding auf, äh, auf Telegram aus und schieße halt damit auf alles, was, äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist. Genau. Und, äh, wenn ich dann so ein öffentliches, äh, so ein öffentlicher Hub, sag ich jetzt mal hab, dann kann man davon ausgehen, dass sobald sowas offen ist, ich gebe dem Garten drei Monate oder, oder nennt man Monat oder was weiß ich wie viel, bis da der erste, äh, Bot irgendwelche Pornowerbung verteilt. Also, ja, ich meine, das klingt wirklich, also für, wenn es jetzt um das Thema Kundenfreundlichkeit geht, ist es eine super Idee, ist es eine super Idee, aber da sieht man halt, da sitzen wieder Leute, die halt wirklich zwar den Verbraucherschutz und den Verbraucher im Blick haben, aber halt von der Technik keine Ahnung haben. Ich sehe eher weniger den, den Verbraucher, also weniger von der Technik keine Ahnung haben, sondern eher ein bisschen blauäugig sind, wie die Kultur oder beziehungsweise das Ganze, das Ganze drumherum abgeht. Also, im Grunde, im Grunde kannst du von der Technik Ahnung haben, aber wenn du halt blauäugig da rangehst und sagst, oh, das ist eine so tolle Idee. Werden ja nur, äh, für gute Sachen wird es nur benutzt. Und für, äh, seriöse Zwecke. Naja, ähm, das wird interessant, vor allem dann ist auch wieder die Frage, ähm, ab welcher Relevanz muss da so ein Dienst mitspielen dann? Welche Dienste müssen da integriert werden? So, wir haben auch solche Player wie Discord in, in, in der Diskussion. Discord ist ja eigentlich hauptsächlich für Gaming gemacht, aber ist Discord mit einem Marktanteil in Deutschland von, von 8% schon das Wert, dass man das mit, an dieses Ding mit anbindet oder nicht? Das ist halt dann auch wieder die Frage. So, und dann ist auch die Frage, ist Signal das überhaupt wert? Weil Signal hat einen Marktanteil von 13%. Das ist jetzt nicht viel, so. Das ist zwar mehr als, äh, Discord, ähm, aber das ist fast gar nichts. Und iMessage von Apple ist zum Beispiel mit 10% jetzt auch nicht gerade so, äh, äh, weit dabei, so. Und dann hast du aber auch so Sachen wie zum Beispiel Facebook Messenger. Gut, zwischen WhatsApp und Facebook Messenger wird sich wohl eine Schnittstelle finden lassen, wie Mark Zuckerberg das da rüberschickt. Äh, dann geht's weiter mit Instagram. Ja gut, Instagram gehört auch zum Facebook-Konzern. Dann geht's aber weiter mit Skype. Ich würde jetzt bei WhatsApp und Facebook Messenger wahrscheinlich einfach nur sagen, da ist irgendwo ein Fleck in der Datenbank, wo dann einfach nur gesetzt werden muss, äh, ist true. Und dann, äh, geht's rum. Genau. Und, äh, dann hast du aber auch Skype zum Beispiel und Skype for Business Produkte, die eigentlich nie dafür gedacht waren. Die kommen dann danach. Das flasht mich auch so ein bisschen. Skype hat bei uns immer noch einen Marktanteil von 20%. Äh, das ist irre. Ich würde sagen, wollen sie das Ding nicht mittlerweile eigentlich schon längst begraben haben? Naja, totgesagte leben länger. Ähm, der Nachfolger Zoom ist sogar hinter Telegram mit, äh, 14%. Telegram hat 16%. Ähm, macht aber vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, ist vielleicht deswegen auch der Fall, ähm, weil ja Microsoft Teams erstmal nur so im Business-Umfeld unterwegs war, äh, kommt aber jetzt auch auf die privaten Desktops. Also es wird auch nochmal interessant, wie sich Microsoft Teams positioniert in Zukunft. Wenn das dann halt auf Windows 11 Standard ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal ganz anders genutzt wird. Was ja auch okay ist, was ich ja auch gut finde, weil ich finde halt Teams jetzt auch nicht grundsätzlich scheiße. Ähm, aber Skype ist halt absolut mittlerweile, äh, es ist so kaputt. Also ich habe mich neulich mal wieder in Skype eingeloggt bei mir. Das ist halt einfach, die App ist kacke, das funktioniert nichts mehr. Das ist einfach, also Microsoft hat Skype wirklich kaputt gemacht. Also wenn ich überlege, Skype, ähm, in meiner Schulzeit noch so 2007, 2008, ähm, da war das ein geiler Scheiß. Ich würde sagen, da war Skype ja der heiße Scheiß, da hast du ja, äh, wenn du Qualität gebraucht hast, da hast du ja Skype genommen, das war... Genau, da war Teamspeak 2 ja unterwegs, hat eine grottenschlechte Qualität gehabt, Mumble war damals noch einigermaßen gut, aber das waren Sachen, das haben Nerds benutzt, Leute, die sich mit IT ausgekannt haben, äh, aber niemand, der, ähm, jetzt, was weiß ich, äh, Fred Müller, der da irgendwo sein Schulzeug mit Kollegen irgendwie übers Internet macht. So, und gut, ICQ gab's auch noch, davon redet heutzutage niemand mehr, das taucht auch in dieser Statistik nicht mehr auf, ähm, aber, ähm, es ist schon interessant, aber die Statistik kommt auch vom, äh, von der Bundesnetzagentur direkt. Also, es ist natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, also es ist schon interessant, ich hoffe mal, äh, nicht, dass es kommen wird, aber vielleicht ist es auch wirklich die Rettung, was du sagst, wenn dann irgendwie der Spam überhand nimmt und, und auch natürlich auch, äh, sag ich mal, Scam, also auch illegale Aktivitäten, irgendwelche Identitäts, äh, Diebstähle und so weiter, äh, wenn die dann eben auch darüber passieren und Leute dann eben auch um Geld betrogen werden und so weiter und so fort, ähm, dann können schon echt interessant werden, wie dann darüber gedacht wird, aber, ja, vielleicht sind wir auch alle beide einfach nur Schwarzmaler. Vielleicht kommt's ja auch nie, weil's nur irgendwie der Fiebertraum von irgendeinem, von irgendeinem Funktionär dort war. Das kann natürlich auch sein. Naja, anyway, wird interessant, ähm, es gibt ja auch tolle Sachen, die mal ausgekippt werden von irgendwelchen Politikern, wie eben diese Kündigungsgeschichte bei den Mobilfunkverträgen. Deswegen immer positiv denken. Gut, äh, in diesem Sinne, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn heute noch an Themen? Äh, genau, ach ja, Windows XP wird 20 Jahre alt. Ganz wichtiges Thema, hab ich unbedingt noch mit reinnehmen wollen, weil, totgesagte, leben länger, also es gibt immer noch so viele Windows XP-Systeme. Äh, witzigerweise letztens am Mittwoch eins erst gesehen. Das ist unglaublich, also gerade auch so im Embedded-Bereich, also so Automatensysteme mit Windows XP, nix untypisches, irgendwelche Werbeanzeigen an Bahnhöfen, die mit XP noch laufen, also das ist unglaublich, wie XP sich da immer noch hält in den Markt. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wann sich die Leute mal dazu entscheiden, diese Systeme wegzukriegen, äh, abzuschalten. Es gibt ja immer noch, äh, im heißen Forum, man kennt es Leute, die sagen, ja, ich laufe immer noch mit Windows XP und so alles tutti und... Die, die andere Frage ist, inwiefern willst du das heiße Forum ernst nehmen? Also das ist, ist so eine Mischung, glaube ich, aus irgendwelchen Ultras und Leuten, die sich entweder die absolute technische Endlösung wünschen oder halt absolut ewig gestrige. Das sind so die vier, vier Pole, die du im heißen Forum findest. Ich muss erst sagen, ich habe Windows XP auch gern genutzt, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, okay, bei Windows XP kommt man auch schnell an seine Grenzen mit manchen Sachen und, äh, dann war ich relativ schnell auf Windows 7 und Windows 7 war ja auch kein schlechtes Betriebssystem, aber dann merkt man, okay, dann sieht man wieder neue, äh, Möglichkeiten und dann ist man irgendwann dann auch wieder auf Windows, äh, 8 gegangen, dann hat man da wieder mit Windows 10 neue Möglichkeiten gesehen. Also ich meine, klar, ich bin da auch ein bisschen getriebener, weil ich ja in dieser IT-Bubble drin bin und halt auch, äh, durch Kurs of View und so und dadurch, dass ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht die, äh, die 40 hab oder 50, äh, was jetzt die Jahre an, Lebensjahre angeht, dann bin ich vielleicht auch noch offener für so neue Sachen und leichter dazu zu begeistern, irgendwie auf neue Technologien zu gehen, ähm, aber ich muss sagen, auch so in meinem privaten Umfeld, also mein Vater, der wollte ja auch lange nicht auf die neuen Betriebssysteme gehen, also der war da ja auch, und jetzt hat er auch schon gesagt, hier, oh, jetzt kommt Windows 11 und Ding, aber, ähm, ja, also zumindest kein Windows XP hat er mehr im Einsatz oder Windows, äh, Windows 7 oder so. Also Windows 7 möchte ich auch nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer da noch ist. Aber zu dem XP-Gerät, äh, kann ich nur zur, äh, also zu der, äh, Versicherung unserer Zuhörer und zu, also unserer Zuhörenden sagen, ähm, das Gerät ist nicht kritisch und hängt auch nicht an dem Netzwerk. Dann ist gut. Ja, also auch in der VM kann man ja auch, äh, Windows XP noch betreiben, da kann man dann irgendwelche lustigen Sachen mitmachen und, äh, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen an, an Vintage-Systeme rumschrauben, äh, ist doch, ist auch bestimmt für den einen oder anderen ein nettes Hobby. Ja. Naja gut, mal schauen, äh, vielleicht reden wir dann irgendwann in fünf Jahren davon, hier, wer denn noch alles Windows 7 benutzt. Also das wird genauso interessant sein. Wobei Windows 7 hat sich bei Automaten nicht so krass durchgesetzt wie XP, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, ähm, ja, dann, ähm. Genau, dann, äh, komm ich ja wieder, ne? Zu Spotify, genau. Ja, da gibt's wohl, oder was ist, gibt's wohl, also es ist ja schon länger bekannt, dass Spotify mit, äh, mit Endgeld, also mit dem Geld für Künstler und Künstlerinnen auf dem, auf der Plattform nicht ganz so, äh, hausieren geht. Und, ähm, es geht jetzt hier unter anderem um Lizenzgebühren. Es, ähm, haben sich hier eine, äh, Gruppe zusammengeschlossen, die, äh, geschwollen, äh, 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 genau, äh, äh, in den USA hat sich da eine Gruppe zusammengeschlossen, die da durchsetzen wollte, dass Spotify Lizenzgebühren für ihre Werke zahlt. Und Spotify hat halt mehr oder weniger gemeint, nö, sucht ihr eine andere Plattform. Genau, vor allem, es geht halt hauptsächlich um, um Comedy-Geschichten. Was mich ja auch gewundert hat, dass sowas auf, äh, Spotify stattfindet, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, also da hat sich irgendwie Spotify, krallt sich da ja auch alles Mögliche. Wir sehen's ja auch beim Podcast. Ich mein, wir sind proaktiv auf Spotify, weil wir halt wissen, ähm, dass viele Leute über Spotify Podcast hören, aber es gibt auch Podcaster, die sich halt schon drüber aufgeregt haben, die eigentlich gar nicht auf dieser Plattform stattfinden wollten, äh, aus, äh, wie soll man sagen, politischen Gründen, ähm, und gesagt haben, da möchte ich nicht sein, weil, äh, ich möchte nicht auf einer Plattform sein, ähm, wo auf der einen Seite Podcastern Millionen gezahlt werden, was Spotify wirklich gemacht hat, äh, und auf der anderen Seite gerade schalten sie sich dann, damit sie ein vollwertiges Angebot haben, alle möglichen Podcasts der Erde und geben den Leuten gar nichts dafür. Das ist ja auch so, äh, wenn jemand uns über Spotify hört, dann kriegen wir dafür keinen Cent. Also wir kriegen, da wird keine Werbung geschaltet und da kriegen wir nichts. So, ähm, und Spotify, ähm, kompletiert ihre, oder kompletieren ihre Plattformen, indem sie halt Podcasts anbieten, auch von anderen Leuten, auch von Kurs of You, auch von, äh, Mitbewerbern von uns, auch von, äh, befreundeten Projekten von uns, sind Podcasts auf der Plattform zu finden und die kriegen alle keinen Cent dafür. So, die müssen dann natürlich, wenn sie jetzt, äh, Finanzierungs, äh, Vorhaben haben innerhalb des Podcasts, dann selber Werbung schalten. Da hat natürlich Spotify keinen Einfluss drauf, wäre ja noch schöner, ähm, aber, äh, im Prinzip an sich, äh, kriegt der Podcaster nix dafür, dass man halt, äh, auf Spotify erscheint. Ist bei iTunes nicht anders, muss man aber auch sagen. Oder bei Deezer oder wo wir noch überall sind. Bei, bei Radio.de oder, äh, in, äh, wie heißen die andere? Intune, ne, Intune, heißen die Intune? Keine Ahnung. Egal, wurscht, auf jeden Fall auf diesen ganzen Plattformen kriegen wir natürlich keine Kohle dafür. Aber es ist halt paradox, weil halt, ähm, Spotify für irgendwelche Exklusiv-Podcasts, da gibt's ja auch in Deutschland den von Jan Böhmermann mit, ähm, wie ist der andere? Naja, da gibt's tausende, also irgendwie solche... Ich hab mir jetzt mittlerweile dank, äh, stabilem Arbeitsverhältnis mal auf großem Fuß leben ein Spotify-Premium gegönnt, da, äh, kann man sich dann schon mal, äh, also kann man wenigstens mal die Werbung ausschalten. Und ich hab ja, also da gibt's ja so viel, äh, oder so viel, so einige Podcasts, die irgendwie von Spotify da gesponsert, beziehungsweise, äh, selbst coastet und, ähm, in Auftrag gegeben wurden von irgendwelchen... Exklusiv sind dann von Spotify. Und von irgendwelchen Celebrities, wo man dann, äh... Genau. Wo ich mich dann frage, okay, wer will's eigentlich hören? Aber das ist halt wieder die andere Frage. Ich bin halt ein... Böhmermann und Olli Schulz, wollte ich noch kurz anmerken. Die beiden. Ich bin halt, was das angeht, auch irgendwie so ein sozial verkrüppelter Idiot und, äh... Boah! Halt von Celebrity-Podcasts und insgesamt irgendwelchen so Zeug, nicht viel, aber das ist wieder was anderes. Ich wollte schon sagen, also von Podcasts hältst du aber schon was, hoffentlich. Ja, ja, also von dem, wo ich hier mach, ja, aber... Ja, ja, genau. Ja, also, ähm, schwierige Geschichte. Also da hört man halt auch von, von anderen Podcastern immer mal so Storys und manche sind da echt ein bisschen angefressen, zu Recht. Ähm, ich seh's halt sportlich. Ich sag halt, mei, wir sind halt da jetzt. Für uns ist halt auch irgendwie ein bisschen Werbung mit. Ähm, dafür casht halt Spotify unsere, unseren Content auch. Also zumindest sind sie nicht so asozial, ähm, dass sie die, äh, MP3, äh, über unseren Server ausspielen, sondern die, die wird runtergeladen und die kommt dann vom CDN von, von Spotify. Das wäre ja noch schöner, äh, wenn sie dann auch noch die Server belasten von den Leuten, wo sie den Content klauen. Ähm, aber ja, also man muss ja auch sagen, ähm, man sieht's ja in den Statistiken, die Mehrheit der Zuhörer vom Tech Talk, die ist halt nun mal auf Spotify. So, da kann ich mich biegen und wenden und drehen, wie ich möchte. Die meisten Leute hören uns über Spotify, einfach weil's bequem ist. So, und wenn ich dann auch von Zuhörern höre, äh, dass die sagen, hey, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, dann höre ich halt mal eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie lang man halt fährt. Oder wenn man im Zug sitzt, ähm, da ist es halt bequem. So, und nicht jeder möchte sich jetzt einen Podfetscher installieren, so eine App, wo sich das Zeug von unserem Server runterlädt. Ist halt einfach so. Und muss man halt irgendwie dann auch akzeptieren. Und, ähm, man muss natürlich auch sagen, wir haben natürlich jetzt auch nicht so eine Content-Verwertung dahinter, wie jetzt ein Comedy-Start. Und wir verdienen jetzt auch nicht damit das Geld, äh, dass unsere, ähm, MP3s da lizenziert werden. Das sieht halt jetzt bei einem, ja, was ist denn aktuell so, so, äh, aktuell, was weiß ich, sehr da so Mundschu oder wie die alle heißen oder Kristall oder so oder früher Mario Barth hier mit Kennste, Kennste und so, ähm, die verdienen halt ihre Kohle damit, dass sie CDs raushauen oder so MP3-Sammlungen mit ihrem Programm. So, und das haben wir halt nicht. Ich muss ja auch dazu sagen, dass das auch wieder auf einem ganz anderen Niveau ist. Also es ist ja auch ein Künstler mit Agentur dahinter. Und es ist ja nicht so, wie wir paar, was heißt wir paar Hanseln, die es in ihrer Freizeit machen. Also das ist, äh, das ist ja in dem Sinn noch oder, äh, nie ein, äh, ich sag jetzt mal wirklich überprofessionelles. Kommerzielles Projekt. Genau, kommerzielles Projekt. Genau, genau. Das ist, äh. Also wir, wir haben hier auch in dem Sinn kein Studio. Wir haben halt unsere, unsere Studios beziehungsweise Büros, in denen wir das Ganze, ähm, produzieren. Genau. Ja, also das ist eben nochmal eine andere Geschichte. Da ist einfach ein anderer Druck dahinter. Deswegen verstehe ich auch, äh, dass man da sagt, hey, also wenn ihr das nutzen wollt, dann wollen wir das aber auch richtig lizenziert haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Marktanteil für Comedy ist auf, äh, Spotify oder war. Aber ich kann nur sagen, der Markt für Podcasts ist halt relativ groß geworden. Allein schon durch diese ganzen Exklusiv-Geschichten, die da laufen und, äh, das lockt halt die Leute an, ähm, und es ist schon ganz intelligent gemacht, muss man wirklich sagen. An sich, äh, muss ich halt sagen, ich bin schon so ein gewisser Spotify-Fan, was Musik angeht. Es funktioniert alles recht gut und es ist bezahlbar, das hast du jetzt auch gemerkt. Und, äh, die Qualität ist echt in Ordnung, äh, klar ist es jetzt nicht, äh, äh, lossless oder so, das ist aber, wenn du audiophil bist, dann holst du dir Vinyl und nicht, äh, die andere Frage ist, äh, wenn du dich mit Technik halbwegs auskennst, dann willst du auch keinen lossless streamen, also dann schrei dir, also da, da, da glaube ich, tritt dir eher der Ruder ins Genick, als, als dass du da, äh, also beziehungsweise die Technik dahinter ist, ist ja auch nicht für lossless gedacht. Ne, klar, also, ähm, diese Leute wirst du damit nicht erreichen, aber so für den, für die normalen Musikkonsumenten, aber auch für die Leute, die es halt ein bisschen besser haben wollen, ich meine, du kannst dir die Qualität auch hochstellen, äh, ist auch was dabei und ich bin echt sehr zufrieden damit und wie gesagt, diese, äh, ganze Geschichte mit den Künstlern, hm, auf der anderen Seite muss ich halt auch wieder sagen, es ist halt ein, ähm, CDs verkaufen, ist halt ein Geschäftsmodell, was halt einfach nicht mehr funktioniert, so, und dann gibt's halt Künstler, kommen wir später auch noch dazu, die haben das verstanden, die sind, äh, online unterwegs und die nutzen, äh, Online-Medien, äh, und nutzen Konzerte und Merchandise, äh, da gibt's ja auch taus verschiedene Möglichkeiten jetzt hier, Patreon oder, äh, Soundcloud, dass du dann auch wirklich teilweise Sachen für Geld dort anbietest. Genau. Und so weiter, also da, ähm, man muss halt mal schauen, wie es läuft, also, der Markt ändert sich halt, ne? Genau, das, so sehe ich das halt auch und, ähm, viele Künstler, die halt jetzt richtig den, den Mund aufreißen, die haben halt oftmals auch wirklich, äh, den Trend verpennt und, ähm, das gab ja auch, äh, in Deutschland, die Ärzte zum Beispiel, die lange Zeit nicht auf Spotify waren oder, äh, wer war denn das noch? Also, es gab ja viele, die sich da wirklich... Rammstein war, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang mal nicht. Genau, also, es gab ja einige Künstler, die sich da verwehrt haben, wo man dann auch sagen muss, also, ja, ganz ehrlich, also, Leute, ihr, ähm, verdient doch euer Geld eher mit Konzerten und mit Merchandise und, äh, ja, und es gibt ja immer noch Leute, die CDs kaufen. So, und ich sammle ja CDs, ich kaufe die trotzdem, ich höre über Spotify und kauf die CDs, also, bei mir verdienen sie doppelt die Künstler, die ich mag. Ähm, also, ja, ist nochmal eine andere Geschichte. Wir mögen aber eh, ach, komische Künstler, ist halt wieder das andere. Genau, das sind jetzt keine Künstler, die sowieso Milliarden, äh, gefühlt verdienen, sondern das sind halt Künstler, die über jede, über alles froh sind, was sie kriegen, die meisten zumindest, also, jetzt mal Rammstein ausgenommen, die ich ja auch höre, oder irgendwie so ganz große Dinge. Wie viele der hinten, Eisbrecher oder so, die werden, der wird auch genug haben. Die werden jetzt auch nicht unbedingt am Hungertuch nagen, glaube ich auch, also, gut, ähm, ja, wie gesagt, äh, Spotify ist sehr umstritten, ähm, aber ich glaube halt einfach, dieses Geschäftsmodell, auch, sind wir mal ehrlich, Netflix wird jetzt auch, äh, für lizenzierte Filme, werden die sicherlich auch, so sag ich mal, einen gewissen Verhandlungsdruck haben. Das ist, also, ich glaube nicht, dass die... Du hast einfach durch die Plattform einen gewissen Hebel. Genau. Und ich glaube nicht, dass die jetzt, äh, sag ich mal, richtig teure Preise akzeptieren. Die würden dann halt sagen, ja gut, dann halt nett. Mach's halt woanders. Dann mach's halt woanders. Find erstmal einen, der denn, der das bezahlt, was du haben willst. Und meistens kommen die halt dann wieder zurückgekrochen und sagen, okay, jetzt, äh, ja, oder es erscheint halt erstmal über Jahre nicht auf der Plattform und irgendwann, wenn's halt gefühlt jeder gesehen hat und auch im Fernsehen kommt, dann kommt's halt auf Netflix. Ist halt dann so. Aber, ja, das... Das ist halt, das ist halt der Markt. Ist halt der Markt. Man kann über Spotify da auch sagen, was man möchte. Also, es ist natürlich irgendwo valide Kritik, dass jemand werde, also jemand, der das beruflich macht, davon auch leben können muss und nicht eben durch so Sachen noch zusätzlich mit ausgebremst wird. Aber du musst dir halt dann auch irgendwo, äh, die Möglichkeit schaffen. Also, es ist ja Zeug da. Ja, es ist ja nicht so, dass, äh, Spotify die, ich sag jetzt mal, die Alleinhoheit über, über alles und jeden hat, wie man sagt, dann muss man halt eben über Patreon oder andere Sachen noch zusätzlich Content anbieten. Dann musst du halt zweigleisig fahren und halt, auch wenn dann, äh, mit, ich sag jetzt mal, einem Premium-Angebot leben. Oder du musst halt machen, okay, dann, äh, mach ich so, ich lass mich komplett, äh, irgendwie über Patreon da was finanzieren. Es funktioniert aber halt auch nicht, wenn du, äh, entweder nur, wenn du wirklich klein bist und alles allein machst. Und dann halt wirklich gut bist oder halt so eine große Zuschauer- oder Zuhörerschaft hast, die das Ganze halt irgendwie mit finanziert. Und das ist halt, ich nenn's jetzt einfach mal, ich sag jetzt mal, like-based economy. Ja, das ist aber auch so die ewige Diskussion, auch jetzt, was das Thema, ähm, Video oder allgemein Journalismus hinter Paywall angeht. Äh, immer weniger Leute wollen halt dafür Geld bezahlen. Ich glaub, da wird irgendwann auch ein Umdenken stattfinden. Ähm, und, äh, man sieht's ja bei dem Kollegen Holger Kreimeyer vom MassengeschmackTV, da ist ja auch ein Bezahl-Abo und, und es wird ja auch angenommen. Natürlich die breite Masse, äh, die nutzt es nicht, aber es gibt immer mehr Leute, die halt sagen, okay, ich seh's ein, da mal einen Euro reinzuschmeißen oder Patreon ist eine feine Sache, wo man sagen kann, Leute können es, äh, nutzen, um einfach jetzt, äh, kostenlose Dienste halt nochmal mit einem Euro zu, äh, subventionieren oder da nochmal einen Euro reinzugeben oder früher gab's noch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Flatter, das war ja auch so eine nette Möglichkeit, um halt irgendwelchen Bloggern so ein paar Euros zukommen zu lassen, weil man den Artikel toll fand oder den Beitrag, äh, macht heutzutage, glaub ich, keine Sau mehr, aber das war vor zehn Jahren war das mal so ein Ding, Flatter, da hatte man dann wie so eine, ähm, ja, wie so ein, so ein Prepaid-Konto und dann, wenn jemand einen Flatter-Button auf der Seite hatte, dann hat man den geflattert und dann, äh, wurde am Ende des Monats auf alle Geflatterten so und so viel ausgeschüttet. War auch eine nette Geschichte. Also das sind so Modelle, die, die machen schon Sinn, ähm, und ich glaube, da muss man einfach von den klassischen Finanzierungsmöglichkeiten weggehen, ähm, weil sonst trägt sich sowas halt nicht mehr und, äh, deswegen gibt's auch immer mehr Podcasts, die halt eben auch Placenance machen, ist ja, ist ja logisch, weil irgendwo muss die Kohle herkommen. Irgendwo muss die Kohle herkommen, irgendjemand muss das Licht im Studio anhalten, also das anlassen. Das ist ja auch genauso, also wenn ich jetzt sage, irgendwie muss ich finanzieren. Äh, ich, wir machen das jetzt hier, wie gesagt, als Hobby, da ist das mit der Finanzierung wieder ein bisschen was anderes. Es ist ja Idealismus, ne, also weil wir sagen, okay, wir haben da jetzt Bock drauf, deswegen, äh, wir haben anderweitig Einkommens, Einkommensquellen, ich merke schon, es wird spät, äh, Einkommensquellen und wir sagen, okay, aber das ist unser Hobby, wir haben da Bock drauf, wir machen das und, äh, deswegen muss da jetzt nicht der goldene Tal herumkommen, aber wenn ich jetzt, es gibt ja die geschätzten Kollegen von Bits und so, die diesen Podcast ja mittlerweile hauptberuflich machen, zum Teil und die damit halt auch wirklich Geld erwirtschaften müssen, um davon leben zu können, ähm, das ist halt nochmal eine andere Nummer, ne, wenn da eine GmbH dahinter steht und das Ganze dann aufgezogen wird, ja, da muss es auch anders finanziert werden und da verstehe ich auch, wenn da Werbung reinkommt oder wenn es dann einen Bezahl-Abo-Dienst noch gibt und ich finde es ja bei denen zum Beispiel ganz toll, ähm, muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die, du hast ja die Möglichkeit, es free zu hören, aber du kannst halt eben auch, äh, eine Miet-Version dir dazu holen, plus halt dann Bonus-Material, äh, das heißt, du zahlst dann irgendwie so ein Plus-Abo, 40, 50 Euro im Jahr, was ja auch ein fairer Deal ist und dafür bekommst du aber nochmal Bonus-Material, eine Stunde oder irgendwas zusätzlich pro Folge und, ähm, das ist eine feine Sache und so finanzieren die das halt auch noch und dann gibt es halt noch die Placements und der, der bezahlt, kriegt halt keine Werbung. Ja, wie bei Spotify, kann man machen. Ja, wenn wir schon mal bei Bezahl-Abos sind, äh, Instagram macht jetzt auch Bezahl-Abos möglich und es soll wohl so eine neue, äh, bezahlt, eine neue, eine neue Finanzierungsquelle sein, was halt auch irrwitzig ist, weil Facebook, also wir reden von Facebook, muss man sich mal klar machen oder jetzt Meta, ähm, das ist schon so, so ein bisschen irrwitzig, dass man da jetzt auch wieder darüber nachdenkt, da ein Bezahl-Abo einzuführen und ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen, wer macht das bitte? Also wer würde jetzt wirklich in diese Plattform, die auch immer mehr kaputt ist, ich, du bist ja glaube ich nicht auf Insta, oder? Ähm, es kann sein, dass ich mal irgendwie einen Account habe, der da irgendwie rumfliegt, aber... Genau, aber du bist jetzt kein aktiver User, der jeden Tag da irgendwie... Ich muss sozusagen, äh, ich hab eigentlich kaum soziale Netzwerke, auf denen ich wirklich aktiv bin. Mhm. Also was vielleicht ist, ist, äh, Reddit und YouTube, aber das sind, ja in dem Sinn, also soziale Netz... Naja doch, Reddit, aber... Ja, auf Twitter sieht man dich ab und an mal irgendwas neigen. Ja, aber da ist meistens so nur irgendwelcher Mystery-Bloggen, der mir gerade so aufgefallen ist. Ja, genau, richtig, aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass die meisten Content-Creator, äh, die meisten, anders, die meisten Leute bei Kurs of You sind privat nicht gerade die größten Content-Creator, das ist ja bei mir auch so, ich haue ja auch eigentlich 99% alles für Kurs of You raus, aber privat bin ich da sehr still, also, und das ist ja bei uns allen irgendwie so, äh, wenn ich jetzt hier gucke, wer bei uns im Tech-Talk-Team ist oder auch im anderen Kurs of You-Team ist, ähm, da ist die meisten Leute oder eigentlich alle, die hauen jetzt privat nichts Großartiges raus, sondern die nutzen halt wirklich die Social Medias, äh, eher zum Konsumieren und, äh, hauen halt ihren Output über Kurs of You raus, was natürlich gut ist. Ähm, aber, äh, ja, das, äh, ich frage mich halt ernsthaft bei dieser Plattform, um noch mal darauf zurückzukommen, also wer wirft da wirklich Geld ein? Und, ähm, diese ursprüngliche Foto-App, die es ja mal war, ähm, und wo ich Instagram auch irgendwie noch geschätzt habe, ist halt mittlerweile so eine Ramsch-Plattform geworden, wo lauter Influencer dich irgendwie zuquaken, kauf dies, mach das, ach, heute bin ich wieder so toll am Strand von bla 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 und, äh, gleich geht's hier zum Cocktail-Empfang von so und so und dann bin ich dann bei Brada und Gucci und guck mal hier mein Ferrari und mein Porsche und morgen fahre ich mit einem Tesla dahin, das ist einfach irgendwie so eine Plattform geworden, das ist absolut schlimm geworden aus meiner Sicht und ich habe jetzt auch einige, ähm, Influencer-Kollegen wirklich aus der Timeline rausgeschmissen, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendeine Story von denen angucke, erst mal mir drei Minuten Werbung reinziehen muss, weil das alles voll ist mit Placements, also wirklich nichts, wo du sagst, dass du einen Mehrwert hast bei YouTubern, sondern das ist wirklich nur noch Werbegebrabbel und das ist auf Insta so schlimm geworden und wenn man sich jetzt durch dieses Abo die Werbung wegkaufen kann, dann hast du ja immer noch diese ganzen 90% Placement, die ja trotzdem noch angezeigt werden, also wer macht das bitte und wer wirft bitte bei Facebook Geld rein? Ja gut, es gibt auch Leute, die kaufen Facebook-Werbung, also das ist nochmal eine andere Geschichte, aber, also ich habe kein Verständnis dafür, aber ich glaube, es wird leider genügend geben, die das trotzdem machen. Die andere Frage, was mir gerade so einfällt, ist, wenn Onlyfans jetzt plus 18 Content nimmer erlauben will, dann... Haben sie wieder revidiert? Haben sie? Ich glaube, das ist wieder irgendwas, was ich gelesen habe. Ja, ich bin da wie gesagt komplett out of the loop, das ist mir aber so scheißegal. Ja, genau. Du meinst, dass dann Onlyfans Content auf Insta kommt, das wäre natürlich... Die andere Frage, also die Sache ist immer die, du kannst sowas nicht sperren, also es findet sich immer irgendjemand, der es haustet. Das ist... Und für die andere Frage ist es doch eh scheißegal, ob das jetzt jemand macht oder nicht. Jeder, der für den Verfall der Moral irgendwie predigt, hat eh einen in der Waffe, aber das ist... Selbst auf... Guck dir an, was mit Tumblr passiert ist. Guck dir an, teilweise auf Twitter. Ich bin neulich mal fünfmal abgebogen auf Twitter und dann waren irgendwelche Nacktbilder auf Accounts, wo ich mir gedacht habe, ja... Noi, Twitter! Ja, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist einfach... Man muss es einfach akzeptieren, dass es im Internet sowas gibt und da können die noch so sehr mit Filtern und Haftung und bla und blub. Also wie gesagt, bei Twitter hätte ich nie gedacht, dass sowas online bleibt, dass es möglich ist, da solche Bilder zu posten und dass Twitter so lange dazuguckt oder überhaupt das... Aber ja, die Bilder waren online. Was will man dazu sagen? Und ich glaube, die waren auch, da habe ich draufgeguckt, seit drei, vier Wochen online. Also das hat sich keiner dafür interessiert, dass da irgendwelche Bilder online sind, die nicht jugendfrei sind. Aber gut, ja, kann man machen. Das ist das Internet. Ja. Naja, weil wir noch nicht genug vom Internet haben, haben wir für euch jetzt noch drei Tipps, Videotipps oder Empfehlungen. Einmal, ich glaube, dass mittlerweile, dadurch, dass die Shownotes oder die Themen schon länger formuliert wurden, glaube ich, dass mittlerweile jeder mitbekommen hat, dass es Seven vs. Wild gibt und das Seven vs. Wild läuft. Tobi guckt gerade so, was ist Seven vs. Wild? Ja, ja, das ist wieder so, so, äh, Reality-mäßiges Zeug, wofür ich mich halt absolut nicht interessiere, weil, wie gesagt, ich bin so, äh, wenn es danach geht... Du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Nee, 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 aber ich will damit nur sagen, dass auch, wenn irgendwie mal Kommentare oder sowas aufkommen sollten, also der ideale Lebensstil für mich wäre irgendwo so ein Alpenhochbunker, wo halt kein Aas außenrum... Oder Lapland oder... Ja, ja, klar, oder irgendwo so eine Insel irgendwo, äh, außerhalb, wo halt keiner ist, weil... Das sind keine Menschen. Und ich mag keine. Und ich mag Menschen nicht. Keine Menschen ist ein guter Stichwort, äh, Stichwort für Seven vs. Wild. Ich erkläre es dir mal kurz, was Seven vs. Wild ist. Sagt dir der YouTuber Fritz Meinecke was? Nee. Ähm, das ist ein, 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 ähm, Survival, ähm, Abenteuer, ähm, Lost Place-YouTuber, der halt, ähm, teilweise durch so Aktionen bekannt ist, dass er halt eben mal sich irgendwie so einen Shelter irgendwo im Wald baut oder mal irgendwo eine tausend Kilometer Fahrradtour macht und so, also solche Geschichten, so Outdoor-Adventure-Survival-Zeugs macht. Und der hat jetzt eine YouTube-Serie gestartet und das ist, äh, Seven vs. Wild. Also es sind sieben Teilnehmer, sind alles YouTuber. Mhm. Und die haben sieben Gegenstände, die sie mitnehmen dürfen und werden dann sieben Tage lang auf irgendein in Schweden, auf einer Insel oder im Wald irgendwo ausgesetzt und müssen dann überleben sieben Tage lang. Und wer am längsten überlebt, hat 10.000 Euro gewonnen, die er dann spenden kann für ein Projekt. Und die filmen sich selber, die haben GoPros dabei und so weiter, haben keinen Kontakt zu anderen Menschen, also optimal für dich. Ich wollte gerade sagen, das ist schon mal einer der wenigen Flusspunkte. Genau. Haben keinen Kontakt zu anderen Menschen. Sie haben aber so ein Notfall-GPS, also wenn sie wirklich in Gefahr sind, dass sie dann ein Rescue-Team, also es ist wirklich sehr hochwertig produziert. Also guck dir mal den Trailer an, den verlinken wir auch. Das ist richtig geil produziert, auch mit einem Sprecher. Ich bilde mir ein, dass es der Sprecher ist, der auch den deutschen Bruce Willis synchronisiert. Also die haben da richtig Geld reingenommen. Wie heißt der? Manfred Weber, nee, nicht Manfred Weber, Manfred irgendwas. Auf jeden Fall, der spricht auch dieses Zeugs, also richtig professionell gemacht. Der hat auch, glaube ich, die Praktikerwerbung gesprochen damals. Praktiker, hier 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung. Kann man jetzt sagen, weil Praktiker ist pleite, gibt's nicht mehr. Und wirklich geil produzierte Serie. Und dabei sind so ein paar YouTuber, die ich halt auch davor schon kannte, eben wie Fritz Meinige himself. Also ich hab mal geguckt, Manfred Lehmann. Lehmann heißt er, genau. Der ist meiner Meinung nach, es steht nirgendwo, weil die haben den ja bezahlt. Deswegen müssen sie den nirgendwo erwähnen. Aber ich bilde mir ein bei der Stimme, das ist Manfred Lehmann, der da spricht. Und also wirklich geil. Das sind, glaube ich, 16 Folgen. A, teilweise eine halbe Stunde, Stunde. Und da wird immer gezeigt, wie die einzelnen Leute dann da sich schlagen. Und das ist halt krass. Da ist halt auch einer zum Beispiel dabei, der hat, glaube ich, anstatt der sieben Gegenstände, hat der irgendwie nur zwei dabei. Irgendwie ein Messer nur und irgendwie nicht mal einen Schlafsack oder irgendwas. Die meisten, die haben ja wirklich wenigstens einen Schlafsack oder irgendwas mitgenommen. Und dann halt, was weiß ich, ein Messer, ein bisschen Seil oder irgendwas. Weil die werden da wirklich ausgesetzt. Und ich meine, da spoiler ich jetzt nichts, wenn ich sage, in der ersten Folge werden die halt wirklich dann aus der Unterkunft abgeholt, aufs Boot gesetzt und irgendwann dann auf See abgeworfen. Und dann dahin schwimmst du jetzt. Und dann schwimmen die dorthin. Die haben da auch nichts zum Abtrocknen. Das heißt, die meisten sind dann wirklich nackt aus dem Boot auf die Insel und haben dann dort sich erstmal wieder abgetrocknet. Weil ich meine, die haben so einen, wie sagt man, so einen wasserdichten Sack dabei, wo sie natürlich ihre Klamotten dann rein haben. Weil ich meine, dort ist es arschkalt in Schweden nachts und so weiter. Wenn du da, wenn du sagst, ach nee, ich springe mal mit Klamotten ins Wasser. Ja, dann kannst du eigentlich genauso gut auf dem Boot bleiben. Genau, kannst du gleich auf dem Boot bleiben. Also wirklich sehr spannend. Und da sind halt auch YouTuber dabei, wie zum Beispiel der David Heinrichs. Der macht einfach so Selbstexperimente. Ist aber jetzt kein Survival-Youtuber. Also der hat keine Erfahrungen und so. Und der ist da auch mit dabei. Also sehr spannend. Oder halt auch dieser Fabio Schäfer. Der hat einfach mal gesagt, ich nehme nur zwei Gegenstände mit. Also wirklich krass produziert. Sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Ich bin leider, was die Folgen angeht, sehr weit hinten, weil ich keine Zeit habe im Moment zu gucken. Aber so zwischen den Weihnachtsfeiertagen werde ich da mal weiter gucken. Und es gibt dann auch so tägliche Challenges wie Floß bauen oder irgendwie solche Sachen, wo es dann extra Punkte nochmal gibt und so weiter. Oder auch Handicaps. Irgendwann müssen sie dann nach so und so vielen Tagen auch irgendwelche Gegenstände abgeben und so weiter. Also es ist wirklich ganz, ganz geil. Und es ist halt 10.000 Mal Niveau voller als irgendwie Dschungelcamp oder was es da schon alles gab, Big Brother und so, weil du sagst, dieses Reality-Zeugs. Das ist halt wirklich real, weil da ist kein Regisseur und niemand, der sagt, du musst es jetzt so machen und so. Und es gibt halt auch Leute, die da wirklich dann auch vom Rescue-Team klar rausgezogen werden müssen, weil es ist halt normal Survival. Die Leute müssen da halt wirklich irgendwie klarkommen. Da gibt's nichts. Die haben kein Essen dabei. Die müssen sich selbst um Essen kümmern und ja, sieben Tage halt dort überleben. So. Also wie gesagt, Serie ist empfehlenswert. Wer dafür Interesse hat und dafür empfänglich ist, der kann da gerne mal reinschauen und ich verlinke auch den Trailer und das ist wirklich eine Empfehlung, die mal nichts mit Technik zu tun hat. Okay. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, die hat was mit Technik zu tun. Das ist eine NDR-Doku, die nennt sich Digitale Verlustzone, wie Deutschland den Anschluss verlor. Das ist auch, also wirklich für öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ich ja sonst eigentlich nicht so mag, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Produktion gewesen. Und die haben mal so die ganzen Stationen in Deutschland abgeklappert. Von Konrad Zuse angefangen, so die ersten Computer, dann über so Erfolgsgeschichten, die ja auch noch Erfolgsgeschichten sind wie SAP, aber auch dann über so Sachen wie zum Beispiel, wir wollten mal ein eigenes Protokoll für TCP-IP rausbringen in Deutschland. Haben wir mal versucht und solche Sachen. Und bis hin dann zu, ja, zum krassen Gegenteil in Norwegen, wo sie dann eben zeigen auf den Lofoten, das ist so eine Inselgruppe, glaube ich, ja, dass dort eben seit Jahrzehnten Glasfaser liegt und dass die Leute halt davon profitieren und dann wird so eine Lachsfarm dort gezeigt. Und das war so ein Highlight von mir, wo ich sage, das ist krass, muss man sich mal vorstellen. Diese Lachsfarm hat Sensoren und Laser innen drin. Und aus Oslo, aus der Zentrale, können die dann diese Schädlinge mit Laser abschießen. Diese Parasiten, die im Wasser sich befinden, um den Lachs praktisch zu schützen. Also richtig crazy. Das ist natürlich schon mal ein bisschen jetzt gespoilert. Aber man sieht halt, wie krass denn Digitalisierung vorangehen kann. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es ist wirklich ein Rundumschlag. Geht auch um das Thema Breitbandausbau, wie das in Deutschland zugegangen ist. Warum wir denn so, das ist ja vor allem das Wichtige, warum sind wir denn so schlecht dran? Im Vergleich zu den anderen Ländern, wo sind wir denn falsch abgebogen? Und wenn man sich das so anguckt, denkt man, verdammt, wir waren oft so nah dran und sind jedes Mal einfach falsch abgebogen. Und ob das jetzt Breitband ist, ob das jetzt irgendwelche Computertechnik ist. Zum Beispiel, wenn man an Heinz Nixdorf denkt, der ist da auch nochmal ein Thema. Ist übrigens ein Museum, da möchte ich unbedingt mal hin. Das Heinz Nixdorf Museum, da kann man auch einiges über Computer lernen, der ja auch wirklich in USA und überall hin Computer aus Deutschland exportiert hat. Aber dann irgendwann, wie von IBM der Personal Computer kam, mal in der Versenkung verschwunden ist und dann nicht mehr relevant war. Und also wirklich interessante Doku, geht fast 45 Minuten, lohnt sich aber wirklich. Und hat, denke ich mal, für viele Leute, gerade die Jüngeren, die uns gucken, ich meine, muss ganz ehrlich sagen, viele Sachen, die da gezeigt werden, die habe ich auch nicht mehr erlebt, aber zumindest von Hören und Sagen. Aber viele Sachen werden die heutigen Azubis im IT-Bereich oder Leute, die jetzt noch in der Schule sind und in den IT-Bereich gehen wollen, gar nicht mehr, auch vom Hörensagen gar nicht mehr hören, weil einfach mittlerweile auch das Internet omnipräsent überall ist und so weiter und so fort. Aber wirklich eine interessante Doku sollte man sich mal angucken und dann versteht man vieles und ärgert sich dann halt, aber gut. Ja gut, also seit du es bei uns halt in der internen Kommunikation gepostet hast, habe ich mir eigentlich schon mal auf die Backlist gesetzt, dass ich mir das demnächst mal gebt. Also werden wir wahrscheinlich das mal für meinen Sonntag bereitlegen. Genau. Ist wirklich eine Empfehlung und ist auch recht gut produziert, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür gebe ich gerne GEZ oder Rundfunkgebühren für solche Dokumentationen. Ja, dann gibt es noch was Lustiges oder so ein Schmankerl. Wir haben ja öfters mal über die Band Eskimo Cowboy berichtet, die ja die Digitalisierung wirklich verstanden haben und auch wirklich sehr präsent im Netz sind und mit ihren Musikvideos natürlich auch viral oft gehen. Und die haben sich jetzt für den ESC beworben mit ihrem neuen Song Pump It, der auch nicht schlecht ist. Der ist allerdings halt wieder ein bisschen härter. Also wer jetzt mit Metalcore überhaupt nichts anfangen kann und bei jedem Screaming gleich unterm Tisch sitzt, weinend, für den ist natürlich nichts. Aber für alle, die dann ein bisschen offener geworden sind und ich habe es halt auch wieder erlebt bei Leuten, die halt davor nie was mit Metal zu tun hatten, aber die halt trotzdem Eskimo Cowboy hören und dadurch halt dann auch wieder ein bisschen offener für solche Musik werden. Und für die könnte es auf jeden Fall was sein. Es wird interessant, ob diese Band halt wirklich genommen wird. Ich habe mir ein Interview angeguckt, das wurde dann auch gesagt, dieser Weg, wie sie sich beworben haben, dass man das öffentlich macht, ist halt eher nicht so gern gesehen von der Jury. Dass man öffentlich sagt, hey, ich bewerbe mich hier, weil die wollen natürlich nicht so ganz in die Öffentlichkeit geben, wen sie denn alles abgelehnt haben und wie sie sich entscheiden und so weiter. Was aber ganz klug war von ihnen wiederum, weil ja jetzt der ganze Druck über die Social Medias da ist. Viele Leute wollen halt jetzt einfach, dass die beim ESC antreten. Und das wird nochmal interessant. Irgendwie, ich bin ja da auch nicht so drin, was ESC angeht. Und die letzten Jahre war es ja in Deutschland sowieso absolutes Trauerspiel. Aber beim jetzigen ESC soll es wohl auch jetzt so sein, dass es irgendwie einen Vorentscheid wieder gibt, wie damals bei dem, was der Raab damals gemacht hat in Deutschland. Wird also interessant, wenn dann Eskimo Cowboy dann eben halt auch in diesem Vorentscheid mitmacht. Und da können dann wiederum natürlich auch die Zuschauer was erreichen. Also es wird sehr interessant und wäre schon lustig, wenn wir aus Deutschland mal nicht irgendwie so einen schrillen Vogel da auf die Bühne stellen, sondern halt auch mal wirklich eine Metalcore-Band. Wollte gerade sagen, also es war ja eigentlich klassischerweise hat Deutschland ja eigentlich immer, solange ich mich erinnern kann, irgendwelchen so Pop-Zeug immer irgendwie geliefert. Genau. Also eher so ein Mainstream-Pop. Genau. Ist ja jetzt nichts Schlechtes dran, aber... Gibt auch gute Pop-Geschichten, aber das, was ich so die letzten Jahre gesehen habe, war wirklich nicht gut. Ja gut, hier die Lena Lanzknecke, wie sie da hieß. Das ist aber auch schon wieder fast zehn Jahre her, oder? Das ist schon ewig her. Ich baue jetzt so letztes Jahr und vorletztes Jahr und so. Das war halt einfach schwierig. Man hat halt, was man noch da hatte. Wobei, was ich da immer noch witzig finde, ist, dass Knorkata ja ursprünglich auch mal zum ESC wollte. Also die hätte ich mir da auch ganz gern gewünscht, aber... Ja, vielleicht jetzt mit Eskimo Callboy. Also das sind ja auch ähnlich schräge Vögel. Zumindest muss ich mal sagen, denke ich, hätten die eine ganz gute Chance. Und einfach aus dem Grund, das hat man ja auch jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass doch auch, ich sage jetzt mal eher so ein bisschen die Nischigeren oder halt einfach mal die Sachen, die halt eben nicht Mainstream waren, doch relativ gut angekommen sind. Ja, die anderen Länder, die sind da scheinbar nicht so, die haben da halt auch ihren Spaß daran. Wenn man sich jetzt, wie hießen die Männeskin anguckt oder eben auch, die sind zwar nicht, haben zwar nicht gewonnen, aber jetzt auch Blind Channel, die ja auch mit Eskimo Callboy auf Tour gehen, die sind ja auch sehr weit gekommen. Und die Finnen, die haben schon öfters mal eine Metalband auf die Bühne gelassen. Also oder vor, boah, wann war das? Vor drei Jahren oder zwei Jahren? Wie hießen die? Die hießen, glaube ich, sogar AWS oder so. Das war ja auch eine Metalcore Band. Das war... War das... Was war denn das für ein Land? Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mitbekommen, der Sänger ist mittlerweile traurigerweise gestorben an Krebs. Und das habe ich mir gemerkt, weil AWS, merkt man sich halt vom Amazon Web, Ungarn war das. Und die Band ist 2006 gegründet worden. Wann waren die beim ESC? 2018 waren die beim ESC gewesen. Und die waren jetzt nicht schlecht, aber die waren jetzt auch nicht so, dass sie großartig weitergekommen sind. Das ist halt eben Metalcore, Post-Hardcore Band gewesen. Und ja, die haben damals auch ganz schön abgerockt. Also die sind jetzt nicht unbedingt schlecht angekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also wird interessant. Falls ihr dafür empfänglich seid für die Musik, guckt euch mal Pump It an. Wahrscheinlich haben es viele, die abonniert haben. Ja, ich wollte gerade sagen, also von dem, was, glaube ich, bei uns rumfliegt, ist relativ... Oder zumindest, was man manchmal so mitkriegt, auch aus den Kommentaren, also aus dem Ding, dass dann doch auch irgendwo mal eher Metal-Fans und so weiter bei uns... Genau. Ja, was krass ist, sag ich mal, dass aber trotzdem, wenn man sich die Spotify-Statistiken anguckt, die meisten Leute, die uns über Spotify hören, die hören zwar Metal, aber die hören auch anderes Zeug. Also die sind auch krass in anderen Genres unterwegs, was mich auch überrascht hat. Also da ist viel anderes Zeug, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Also hat aber auch vielleicht auch was teilweise mit dem Alter zu tun, glaube ich. Ich unterstelle jetzt wieder Leuten irgendwelche Sachen. Ich glaube, wir machen jetzt mal weiter. Aber es ist interessant, wo wir dann auch gleich zum nächsten Thema kommen. Wir werden da ja wieder drauf schauen, nämlich beim Jahresrückblick. Der ist jetzt noch nicht fest eingetütet, terminlich, aber ihr könnt wieder davon ausgehen, dass wir den im neuen Jahr erst begehen werden. Das heißt also, wir werden uns jetzt auch schon mal dann verabschieden. Das war jetzt die letzte Folge in dem Jahr, also die letzte Folge für 2021. Und 2022 geht es natürlich weiter. Es gibt ein paar Neuerungen vielleicht hier und da mal. Im Detail werden wir es sehen. Die Qualität wird hoffentlich besser vom Video. Jetzt weißt du die Leute noch auf sowas hin. Ja, wahrscheinlich wird sowieso wieder jemand schreiben, was ist das? Das sieht aus wie hingeschissen. Hat man ja schon mal einen Kommentar. Wir wissen mal heute selbst. Wir haben ein Update auch noch eingespielt in der Software. Da hat es ein paar Config-Dateien zerschossen. Also es wird alles wieder gefixt. Pleiten, Pech und Pannen. Genau, es wird alles gut. Aber wir wollten jetzt mal wieder eine Folge raushauen, auch unter den Umständen. Es hat ja auch Gründe gehabt, private Gründe. Also ich möchte das jetzt nicht hier groß erzählen, warum wir keine Zeit hatten, jetzt Folgen zu produzieren. Wir haben ja die letzte, glaube ich, Anfang Oktober rausgehauen. Da war privat viel los bei dem einen oder anderen. Bei dem einen etwas Schöneres, beim anderen nicht so. Und das hat Gründe gehabt, warum wir das nicht gemacht haben. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es wieder weiter und dann im neuen Jahr. Und was so ein bisschen, wo ich mich darauf freue, was hoffentlich auch gut wird. Wir werden mit Kurs of You wieder in neue Räumlichkeit, also diesmal wirklich dedizierte Räumlichkeiten für Kurs of You ziehen. Was nicht heißt, dass wir die Show jetzt hier vor Ort produzieren werden. Aber wir haben dann Möglichkeiten, vor Ort was zu machen. Hat natürlich auch was zu tun mit Kurs of You Services. Dafür wird es dann eigene Räumlichkeiten hier geben, im Ort, wo ich hier gerade bin. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird natürlich auch noch mal ein bisschen Arbeit werden. Und da soll auch ein Raum dann als Videoproduktionsstudio eingerichtet werden, was ich ja seit Jahren vorhabe. Aber jetzt hat sich das halt eben durch Umstände eben so ergeben. Und das war ja auch schon in Planung. Wir waren ja sogar schon im Umbau. Jetzt hat sich da noch was Neues ergeben. Und deswegen sitze ich ja auch jetzt in anderer Kulisse auch mit. Ich habe hier das Labor von meinem Büro, habe ich jetzt hier auch neben mir stehen. Falls einer das gesehen hat, hier sind ein paar Switcher und so weiter am Start. Ja, und da wird sich dann was Neues ergeben. Und da, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ob es davon Videos geben wird, weiß ich nicht, weil ich halt doch sehr viel eingebunden bin. Und ich habe jetzt nicht noch Zeit, bei den Umbauarbeiten dann irgendwie mit der Kamera rum zu hantieren und das zu schneiden und so weiter und so fort. Wäre alles geil, würde ich gern machen. Aber ich habe leider noch so viel andere Jobs und Zeugs zu tun, dass das halt eben nicht funktioniert. Aber ja, da wird es auf jeden Fall dann Content aus den neuen Hallen geben. Und vielleicht auch mal, habe ich zumindest vor, mal auch eine Sendung vor Ort, dass man wirklich mal dann den Tech Talk, wenn Corona und so, wenn es alles sich ein bisschen wieder beruhigt hat. Wenn man das alles nach gegebenem Recht und gewissen machen. Genau, Hygiene, Schutz, das alles wieder irgendwie mal in den Räumlichkeiten zusammen machen kann, dann hätte ich schon mal Bock, so eine Folge auch mal so im Studio dann zu machen. Aber dazu muss ja erstmal alles umgebaut werden und so, das ist noch jede Menge Arbeit, da stecken einige hundert Stunden Arbeit drin. Und dann muss man ja auch mal schauen, dass man überhaupt alle mal wieder zusammen bekommt und so weiter. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das ist schwierig. Das wird vor allem immer schwieriger, je weiter die Leute auseinanderziehen. Das ist echt krass, wenn man überlegt, so von einem Projekt, was hier aus dem Dorf hier aus Ebersdorf so entstanden ist und mittlerweile eigentlich ich der Einzige bin, der hier noch im Dorf sitzt. Ähm, ja, das ist, äh, ist halt so. Naja, ähm, ich würde sagen, zum Schluss noch, ähm, schaut mal in die Umfrage der Woche. Wir hatten ja das Thema Drachenlord, äh, stimmt ab, auch zum Thema IPv6. Und jetzt ganz neu, das ist ein, ein Social Experiment von mir, ähm, stimmt mal ab, welche Partei ihr jetzt wählen würdet, äh, für die Bundestagswahl. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, jetzt mache ich hier mal auf Politbarometer, wen würdet ihr wählen. So, stimmt das mal ab. Hintergrund ist, ich habe vor, das Ganze ein Jahr lang durchzuziehen, bei jeder Umfrage der Woche das mit reinzubringen und die Ergebnisse dann mal zu korrelieren und mal gucken, wie sich so das verändert, äh, in welche politische Richtung mit jeder Podcast-Folge, äh, die, die Abstimmung tendiert so. Deswegen, also stimmt mal ab, wenn Bundestagswahl morgen wäre, welche Partei würdet ihr wählen? Wir haben da ja natürlich nur die Parteien drin, die es jetzt auch mehr oder weniger geschafft haben oder halt relevant sind, so, also da ist jetzt nicht die Tierpartei oder die Bayern-Partei oder was weiß ich, der, keine Ahnung, wie heißen die, MLPD heißt die so? Ich glaube schon, ne? Ja. So, ich habe jetzt nicht mit drin. Hängen hier auch ganz, ganz mal, äh, Wahlplakate aus. Ja, deswegen kam mir die jetzt auch so im Kopf, weil die sieht man ab und zu leider mal auf Plakaten. Ähm, gut, wie gesagt, stimmt ab. Ansonsten, Abo ist ein Träumchen, Daumen nach oben auch und, äh, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und David konnte jetzt leider am Ende nicht mehr mit dabei sein, hatte wichtigere Verpflichtungen. Äh, trotzdem wünschen wir vom kompletten Team, Georg war ja heute auch nicht mit dabei und die anderen, äh, die im Hintergrund sind. Insgesamt schon mal frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit dem Jahresrückblick und, äh, da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, Vorschläge in die Kommentare schreiben, was wir mal diskutieren sollen, aber das ist wie immer, wir gehen ja auf Zuschauerfragen ein. Macht's gut, bis dann und Servus. Dann von mir auch, Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir melden uns hier live aus dem hauptstadtstudio alles nur verrückte alles nur verrückte wunderbar sieht aus als hättest du euch heute gehäutet ja man soll es ja nicht schnüffeln ich weiß erst mal schön mal angezogen ich habe auch einen schönen salzleckstein da ja siehst du was uns die firma geschickt hat weihnachts schenken ist es noch nicht das war weil wir hatten hackathon eigentlich hatte ich keinen bock mitzumachen aber du wirst du dann doch irgendwie davon gezwungen und weil ja die post noch nicht genug überlastet ist haben sie jedem so eine drecks quietsche ende geschenkt also hier war es so wenn man so einen firmennamen geändert das hat jeder mitarbeiter bekommen die würfel und das sind dahinter sind nfc tags und dann kommst du dann auf eine webseite von unserer firma dann hast du hier da kann man sie einspeichern kann alle überschreiben wenn man will das ist zu unserer neuen ki das ist eine spotify playlist zu uns irgendwie diese gemacht haben da geht es zu diesem projekt dass wir jetzt irgendwie wald kaufen und schützen fragt mich nicht und das ist irgendwie auch irgendwas anderes keine ahnung ja was ich ja auch fürchte ich ja von ja und das ist ja auch alles versandt und keine ahnung ja kommt der würfel 5000 stück gell das kostet jetzt nicht die welt und die nfc tags du kannst den ja sinnvoll weiterverwenden vor allem wenn die dinge frei zu überschreiben sind ist das ja kein ding wenn die wenn die wenn das wenn die halt jetzt nur readable wäre dann wäre das wieder was anders ja das wäre dann ein bisschen affig weil dann kannst du das ding eigentlich einfach nur zum besseren pack stellen auf eine demo als besseren pack stellen auf eine demo mitnehmen oder so ja ja das sind nfc tags das ist werbung zack kriegt zu der erste bebo an die halt deine fresse halt deine fresse faschisten schwein heute links radikalismus präsentiert von tobias kalt hier 20,6 grad ja jetzt kann ich bei mir nicht sagen weil bei mir ist die bude immer warm ich bin im keller habe ich keine heizung ja ich habe glaube ich schon mal erzählt ich wohne ja direkt über der blockheizung schauen wir mal wie lange noch das meine maus ist abgegriffen die ist ganz schön abgekrabbelt ich habe mir also bis zu dem zeitpunkt hat es bei mir noch keine maus geschafft da hat es immer erst ein switch oder also so ein switch der unter einer tasse oder so liegt mal zerklappelt this person left a candle melting on top of their computer läuft weil man auch paraffin kerzen oder so zeug auf dem rechner stehen lässt wer das macht der kört eigentlich schwere strafe angedroht also nicht nur angedroht sondern auch zugefügt pancia ich begrüße sie haben sich damals im ersten weltkrieg die leute auch gedacht scheiße so dann wollen wir mal hier ach ja im frage der woche fehlt noch und sei denn mit der themen aufteilung zufrieden ich nehme diese themen aufteilung nicht an ne passt kicken wir mal rein ich mache eh alles fast wackelt echt ne aber fast david hat heute viel was ich hab ja ich hab schon ob das so funktioniert wieso jetzt hab ich das eingeplant deine sachen hab ich jetzt eingeplant jetzt muss man mal gucken ob es überhaupt funktioniert david david so was ach ja die umfrage der woche fehlt noch äh was was wollen wir dieses mal fragen ich finde ja kein auto hören wir damit auf damit gehen denn meine arbeitskollegen schnell mal auf den keks wieso besser so ja ja genau das war nämlich okay loll der hatte die digitale audioschnittstelle ausgewählt das habe ich nicht mal jetzt bist du zu laut jetzt machen wir noch ein bisschen wunder hast du ganz schön ganz schön druck auf der not ganz schön kompressor drauf hier es ist mein standard setting so also ich habe nichts verändert sonst ja das ja ja gut das war jetzt etwas zu viel des guten sorry der gehe ich in die falsche richtung ja ja das hat man absichtlich gemacht hier würde ich aber wenn du hier mit deiner freundin unterwegs bist nicht sagen na gut ich sitze ja nicht die ganze Zeit so davor wenn ich ein bisschen weg gehe dann ist das ja auch wenn du ein bisschen zurück gehst ist denke ich besser genau das ist ja eigentlich nur ich derjenige der dank meinem also hier halb aktiv mikrofon das ding mehr oder weniger deep sloten muss vom ja also ich hatte jetzt noch Fragen für die Umfrage der Woche was mir noch eingefallen ist wir haben heute sehr viele Themen mit geleakten Kundendaten Hacks und so vielleicht wart ihr schon mal betroffen von einem Hack von einem Datenleak oder sowas oder ich weiß nicht weil es ist mittlerweile ja schon jeder mindestens einmal betroffen gewesen also ich weiß nicht ob das so ein ja okay war nur eine Idee ansonsten wart ihr schon mal im Gefängnis nein oder soll der Drachenlord ins Gefängnis stimmt ja haltet ihr die Strafe für gerecht oder irgendwie ja genau dann machen wir doch den Drachen zum Thema hättet ihr auch ihr T-Shirt gewechselt nein ja das ist schon ein bisschen ja Finse live muss ich ganz ehrlich sagen die haben ja einen Informatiker gesucht da hast du echt den Eindruck gehabt du musst doch Geld mitbringen also das ist ja ja das ist immer richtig klasse wenn du diese diese Stellenanzeigen liest wo sie eigentlich so eine ganze IT-Abteilung suchen genau aber eine Person einstellen wollen das kannst du vielleicht irgendwie bei Cyberpunk machen wo du so als Spider dir nur so ein so ein Drucker-USB in die Platte rammst aber so weit sind wir leider noch nicht ach ja so nee okay dann haben wir jetzt soll der Drachenlord ins Gefängnis ach ja und dann muss ich noch was ich will ein soziales Experiment starten ich hab Angst ich will ein Jahr lang mal nicht duschen nein nein als Umfrage ein Jahr lang mal unsere Zuschauer ja wählen lassen im Prinzip und mal gucken was dabei rauskommt wie sich das so von Folge zu Folge verändert das heißt wir haben die Parteien aus dem Bundestag zur Wahl und das halt immer noch zusätzlich unter jeder Umfrage der Woche und das will ich mal bis nächstes Ende nächsten Jahres mal machen einfach mal gucken weil das war auch bei Harald Schmidt immer lustig ich weiß ich kopiere im Moment viel von dem aber ich wollte es einfach mal mit unseren Zuschauern machen mich interessiert es wirklich ähm ja kannst du machen musst aber aufpassen nicht dass dann irgendwie äh RTL vorbeikommt und dir die Knieschein spricht ne das war ja Sat.1 oder Sat.1 das ist alles alles äh hier außerdem damals war ja noch die PDS war ja damals noch mit in den Wahl und da war es immer lustig und auf einmal so keine Ahnung äh PDS so 30% ach heute sind wieder viele aus dem Osten im Publikum das war so geil und dann teilweise FDP auch so 40% mal also es war echt witzig deswegen ich glaube wir ähm genau wir machen noch das ist das Anfang Wahl der Bundestagspartei machen wir wieder einen Teaser äh Teaser ist äh schwierig oder hast du ne Idee so jetzt mal locker aus der Hüfte raus geschossen wah warum du bei mir der Markt unserer Tour nicht einkaufen nicht zahlen konntest nein keine Ahnung ähm haben wir sonst noch irgendwas zum Drachenlord er ist zu alt für nen Teaser das ist ja sowas was wir aufarbeiten wollen ok was wollen wir nicht aufarbeiten VPN ist er also die Telekom will den Boden aufarbeiten für Glasfaser ach genau warum IPv4 Adressen bald mehr wert sind als Gold das ist ein Teaser genau ähm und Teaser ist Maximus ähm was könnte man noch und ob äh ähm na genau ähm ach ja warum ne das mit dem mit dem Ding finde ich ganz gut weil es so ein Verbraucherthema ist mit dem Kündigen vom Handy Tarif was du da rein gemacht hast stimmt 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 ähm ähm huah gleich ins Zeit gut ähm dann haben wir das doch würde ich sagen ähm die Zuschauerfragen die kann der ach die macht heute mal der Tobi oder die habe ich das letzte Mal zwar schon gemacht aber ich kann nicht gern machen das ist hast du ein Problem damit nein Zuschauerfragen nein ich mag Leute ich mag Leute vor allem wenn sie weit von mir weg sind genau dann und die Ergebnisse mache ich dann also die habe ich hier auch gerade Ergebnisse ja gut ich von der Zuschauer von der Umfrage habe ich ja eh nur das Bild wo du da reingepostet hast ja ja genau dann er geht er geht alles alles raus komm so wir sind ja noch nicht live also wenn so ein Lungenparasit mit dabei war viel Spaß ich hatte extra den Gain runtergezogen hast du ganz jetzt gehört ja toll dann weißt du immer dass der Gainregel nicht funktioniert hat was mich so ein bisschen stört dass das Bild teilweise ab und zu mal pixelig wird aber bei wem das ist jetzt scheißegal ja insgesamt halt ach so ja hilft jetzt nichts lass anfangen wir fangen jetzt an weil sonst ist jetzt lass knacken lass knacken ober ähm gut dann würde ich sagen mache ich wieder den Teaser oder oder meldet sich jemand freiwillig kannst du machen okay ähm ich würde auch zu der Schule meldet sich jemand freiwillig grillen zirpen draußen das ist äh so Strohballen gehen über den Weg ähm wir sollten aber trotzdem noch Audacity aktivieren weil ich habe in unser heutiges Setup kein Vertrauen bin ich ganz ehrlich dass wir zumindest noch ein Backup Audio haben Audacity aktiviert weil ich habe keinen Bock drauf dass das Zeug alles weg ist zu Audacity hinfahren Audacity aktiviert Abwehraufnahmekräfte so Audacity aktiviert 1,2,3 hier das klappt doch wunderbar das ist doch Klaus krass so von Klaus und Klaus wunderbar bei mir funktioniert's 1,2,3 Audacity schaut gut aus okay dann würde ich sagen Aufnahme in Warte, 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 warte. Ich muss noch mal einen Leckstein lecken. Was? Was, mein Salzleckstein? Na, Spaß. Das ist echt, du. Das ist nur Kristallsalz. Ja. Ach, ja. Ja, das ist, falls ich irgendwann mal was esse, ein Ei oder so. Ja, ja. Lass ruhig das Crystal da stehen. Ich hab dafür noch so einen halben Druthahn in der... In der Brief. Du glaubst noch nicht ernsthaft, dass da irgendwas dran ist, was mal zu eksperistiert klariert war, oder? Ne, das... Da ist irgendwas drin gewesen, aber... Ja, also fangen wir an. Oder auf drei oder auf zwei oder auf eins? Auf eins. Also, Aufnahme in drei, zwei, eins. Oh, ist gleich exportiert. Genau, dann mach ich mir noch einen Tee, weil ich hab echt irgendwie Hals, also ich hoffe... Mein Vater hat's jetzt letztens auch erwischt, der war irgendwie auch, der hat ziemlich behustet Fieber gehabt und so, ich hab schon gedacht, na nicht, dass er Corona hat und so, er hat dann auch gesagt, also letztens vorbeikommen wollten, wegen dem Kleinen, weil der hat ihn ja noch nicht gesehen, hat er dann auch gemeint, nee, zur Sicherheit bleibt er lieber daheim, weil das müssen wir jetzt nicht haben. Ja. Und der Kleiner hat hier gerade so eine Schniefnase und keine Ahnung. Ja, das ist Winter. Auch ohne Corona ist es Winter und alle... Es soll auch sowas wie eine Grippe geben, tatsächlich. Ja, ich hab ja eh über den Winter immer so einen chronischen Husten, also es geht draußen los, sobald die Temperaturen einstellig werden. Ich hab über Winter mal so eine chronische Spekulatius-Sucht. Ja, ja. Nee, nee, aber das Problem ist dann jetzt mit Corona, ey, da hab ich manchmal richtig richtig Probleme, dass du halt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit husten willst, ne? Ja, das ist schlimm, ne? Oder wenn einer hustet, dann gleich Panik. Ja, gut. Zug oder so, das ist auch Ja, ja, gefühlt, wechseln die Leute bei mir eh die Straße, wenn sie mich hier mit Behinderung ankomme, sehen, aber das ganz wahrscheinlich... Ja, das ist ein Deutschland-Problem irgendwie. Ja. Ganz kurz, weil ich gerade eben, weil du, weil ich ja von vorhin meinte, ja, wir haben unseren Namen googelt. Ich hab kurz nach Tobi gegoogelt und das Erste, was über dich kommt, ist der Beitrag von 2013, dass du deinen Behinderten-Auswärts wieder hast. Ja, ja, das... Und der ist vom... Was? Ja, ja, und was lustiger war... Was? Von der neuen Presse, ne? Genau, und der ist geschrieben von... Wie heißt der denn nochmal? Seidler, oder was? Ja, das ist aber nicht der Seiler. Seiler, okay, deswegen, da war ich so Janik Seiler. Ich dachte, das wäre der Seiler, von dem wir vorhin geredet haben. Nee, nee, das ist was anderes, aber das war ein Riesenaufwand, wie schon gesagt, dass wir da noch in die Presse sind und so weiter, das war... Okay. Krass, okay, ja, das weiß ich keinem Assistenmal. Was war denn das? Das war... War das der Parkhaus, was hat er da insgesamt mit dem Behindertenausweis? Auf jeden Fall, das Problem war, wenn du halt nach 18 fällst du ja nicht mehr in Kinder und Jugend, sondern in Erwachsenen. Ja. Maybe not the best idea, Control-Shift-W zu drücken und damit alle Fenster zu schließen, auf einmal. Ja, schlecht. So. Exportiert ist es. Und da fällst du, wie gesagt, nicht mehr in die Jugendsachen mit rein und weil anscheinend die Ämter in Deutschland alles wegsparen müssen, haben die mir damals extrem Probleme gemacht, diesen Sprung von Kinder- und Jugendbehinderungsgedöns ins normale Leben, also 18 Erwachsene mit zu übernehmen. Das war bei Alina damals aber auch das Problem, weil die hat ja auch 50 Prozent angerechnet bekommen gehabt, wegen Kronen und Rücken und etlichen Sachen. und dann haben sie auch gesagt, so ja, sind jetzt Erwachsene, das ist ja kein Thema mehr, so. Hallo, ich habe immer noch die Beschwerden und so und dann musste sie dann eine Stellungnahme irgendwie schreiben. Ja, ja, vor allem bei mir war es ja noch ein wesentlich Problem. Wir haben ja das ganze Zeug schon eingereicht, wir sind ja mit Uni-Belegen und was weiß ich alles bei denen aufgeschlagen. Also es ist ja nicht so, dass ich ja nichts hatte. Ich habe ja ordnerweise Dokumente daheim, wo es bei mir drin steht. VdK ist auch mit bei Google, wenn man nicht googelt. Wir haben da einen relativ großen Umschlag damals gemacht und VdK bin jetzt auch immer noch mit drin, wegen Rechtsberatung und so Zeug. Meine Eltern auch. So, ich habe es hochgeladen, den Ordner. Super. Ich klicke mich dann jetzt aus. Dann gute Besseren. Genau, gute Besseren. Ich hoffe, dass es jetzt wieder besser wird. Wir haben ja gleich wieder mehrere Sachen auf einmal irgendwie. Ja, wenn Scheiße kommt, kommt es. Bei ihr echt alles Mögliche. Also muss man hier strecken und dass man das Ding hier umhaut. So. Wie gesagt, kommt gleich irgendwie Juma Simon mit dem Katana hittendurch. So, jetzt werde ich mir erst mal einen Tee machen und bin ich gleich wieder da. Dann drücke ich mal Wasser weg und holen wir noch Frisches. Was ich zum Beispiel, ich bestelle momentan nicht gern, weil ich eh manchmal schon immer das Gefühl habe, dass mich mein Postbrot wohl hassen muss. Oder was heißt hassen muss, aber ich vor allem halt um Weihnachten rum den jetzt nicht noch unbedingt mehr mehr Arbeit dahin schaufeln will. Das ist eh schon nötig. Wenn du es dir mal so überlegst, vor allem ist man mit dem ganzen 2G-Scheiß beim Einkaufen oder so. Ja. Da, also zumindest was ich nicht bestellen muss, bestelle ich dann auch nicht. Ja, da wird es sicherlich viele Leute geben, die dann sagen, sie bestellen lieber. Verstehe ich auch irgendwo. Ja, ist ja auch komplett valide. Ja. Das ist wohl richtig so. Was haben wir denn jetzt hier noch? Das DDoS-Thema mache ich. War das gleich neu aufgeteilt. Machst du das Handy? Ja, oder wollen wir tauschen, weil mit dem Handyzeug habe ich mich halt gar nicht beschäftigt. Ja, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Ich habe mir gerade in das Glas, wo ich den Cold Brew drin hatte, jetzt Wasser reingeschränkt. Das schmeckt wie ein alter Aschenbecher, ey. So rauche ich Whisky-mäßig jetzt. Ja, nee. Beim Whisky hast du mehr den Rauch, da ist eher so eine kalte Zigarette. Ja gut, kann ich nicht mitreden, weil Nichtraucher seit Geburt. Ich auch nur im Sommer und auch nur zu sozialen Anlässen oder beziehungsweise wenn irgendwie mal wieder der Cousin von meinem Vater Zigarren ausgibt oder so. Ja gut, aber dann die Guten aus Kuba. Nee, witzigerweise sind kubanische nicht mal ganz so gut. Also das Ding mit den kubanischen als die guten Zigarren kommt nur aus den USA, da es relativ lang so war, dass kubanische Zigaretten Einfuhrverbot hatten. Wegen Ostblock und so weiter. Ja gut, das sagt man so. Ja, nee, nee, klar. Da ist ja jetzt auch viel Scam um diese Zigarren rum, was ich schon so gesehen habe. Also das ist ja... Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nur, wie gesagt, Verwandtschaft, ab und zu rauche ich ganz gern mal, aber dann auch nicht irgendwie Zigaretten oder so, sondern halt mal, wie gesagt, mal Zigarre oder was. Aber halt auch wirklich mal, wie gesagt, wenn es mal irgendwie wieder von Verwandtschaft ausgegeben wird oder so. Ja. Und was du da, also wenn du, wenn das da mal in die Richtung geht, wenn du Sinn, hier wie heißt es, na sagst, Domrep, also domerikanische Republik und so weiter, die kriegst du auch ohne Einfuhrverbote oder hast du auch ohne Einfuhrverbote bekommen, weil, wie gesagt, Kuba ja wirtschaftsmäßig abgeschnitten war die ganze Zeit lang wegen Ostblock. Und die sind fast noch besser von der Qualität her. Also wie gesagt, ich kenne mich weird gut mit Dingen aus, die ich nicht mehr konsumiere beziehungsweise oder zum Beispiel also mit so Alkohol und so weiter habe ich also so eine relativ große Faszination mit der Herstellung und Qualität gedöhnt und was auch immer. Ja. Aber so Genussmittel und so weiter habe ich irgendwie komische Faszinationen für. Ja gut, ich sage mal so, ich finde auch, wenn man so sich das Thema Whisky ein bisschen anguckt, das ist auch schon faszinierend, obwohl ich halt überhaupt keinen Alkohol mehr trinke und ja, aber irgendwie ist es schon reizvoll, muss man ganz ehrlich sagen und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, der hat da irgendwie Bock drauf, aber das ist, wenn du dich halt nicht komplett mit wegschießt. Witzigerweise hatte ich letztens sogar das erste Mal, dass ich eine Sommelier-Empfehlung wo rausgeschmeckt habe. Okay. Und zwar, das war witzigerweise bei der Kaffeerösterei, da war ich mit meine zwei Erzeuger und mir haben gesagt, naja komm, trink mal den Monatskaffee und es war irgendwie Rum und Rosinen dort und da, also das Ding hat wirklich nach Rum geschmeckt. Habe ich so noch nicht erlebt. Das klingt interessant. So. Gut. Ich würde sagen, ich gucke noch mal kurz drüber. Ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt zu, machen die Themen noch schnell. Ich bin jetzt auch so langsam an einem Punkt, wo ich mal was essen wollte. Ja gut, essen kann ich jetzt um die Uhrzeit nichts mehr. Ja, ich habe seit heute früh nichts mehr gegessen, das heißt, das ist ein bisschen was, würde ich schon auch snacken. Ja, ja klar, das ist schon wieder was anderes. Ja, ich bin, was Essen angeht, sowieso ein bisschen weird. Das ist nicht immer der gesündeste Lebensstil, wie ich so esse, aber jeder hat seine Laster. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir auf dem Server jetzt in so einer beschissenen Qualität streamen. Machst du YouTube oder insgesamt? Ja, insgesamt jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen die, ich habe jetzt hier schon die Highest Quality eingestellt. Ja, das sieht jetzt nur scheiße aus, oder? Ja, guck mal auf den Stream. Also ich finde schon, dass die Qualität sehr müllig aussieht. Die ist halt absolut unscharf, wenn du dir mal anguckst, was in Chitsi, da geht durch Kompression doch einen Haufen verloren irgendwie. Ja, wir müssen das Thema einfach angehen mit dem Streaming, dass es besser wird. Ja, genau, weil so wie es jetzt ist, ich meine, wir haben jetzt noch mal eine Folge rausgehauen, aber so bin ich absolut nicht zufrieden. Das ist irgendwie, das sieht, ich meine, was gut funktioniert, ist so das Thema Aufteilen von, von Teilnehmern innerhalb von einem, von Full HD. Ja, mach. Aber so die Qualität jetzt, ich habe ja vorhin das Update reingeschossen und das Update beinhaltet auch, dass zum Beispiel meine manipulierten Config Dateien wieder überschrieben wurden und ich habe ja an der, an der Qualität auch was Ton angeht, ein bisschen getunt, das ist natürlich jetzt alles weg, das muss ich jetzt wieder einrichten, nachdem wir das aufgenommen haben. Die Frage ist natürlich, wenn ich mir jetzt die Qualität angucke, ob das eventuell auch, auf dem Stream, ob das eventuell auch nur irgendeine, irgendeine YouTube-Kompression ist, dass das, das ist, ich sehe es auch offen, ich habe ja hier, ich bin ja, du hast ja das Dashboard nämlich noch offen, ne, ich habe sogar den, den Bildschirm vom Server offen über RDP und da sehe ich das ja, also da habe ich ja die volle Qualität und ich sehe halt hier, dass wir, ja, dass das halt 320p ist, so gefühlt. Ja, also ich habe den Full HD rübergehend und das kommt auf YouTube ganz gut rüber, also ich habe zuerst, ich habe ja hier unter mir, das siehst du jetzt nicht, ist ein Tablet, da läuft der YouTube-Stream und jetzt habe ich hier vor mir direkt das RDP-Bild vom Server im Rechenzentrum und da ist es genauso, also das ist einfach, wahrscheinlich, dass die, die Config ist weg und in der Config war nämlich geforced, das kann man nämlich bei Jitsi machen, man kann forcen, dass Jitsi immer über Full HD streamt, weil standardmäßig wird es gedrossen um Bandbreite zu sparen, dass du Bandbreiten sparst und es flüssiger läuft. Genau, und ja, das muss ich wieder reinmachen, dann ist es wahrscheinlich auch in Ordnung. dann müssen wir halt mal einmal mit scheiß Qualität leben, das, genau, dann gibst du den Kommentar und dann ist gut.